So, ja, das sieht nicht aus. Ja, das scheint auch zu funktionieren. Gut, 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 gut. Ich habe jetzt einen Mute-Button. Den habe ich gerade ausgemacht. Ich hoffe, ihr hört mich. Hört ihr mich? Doch, ihr müsstet mich hören. Und es könnte gerade ruckeln bei euch. Es könnte gerade sein, ja, es könnte gerade sein, dass es bei euch ganz angenehm ruckelt. Aus zweierlei Gründen. Auf der einen Seite lade ich gerade noch eine Forrest-Folge hoch. Auf der anderen Seite rendere ich gerade noch eine Forrest-Folge. Damit es nicht zu langweilig wird. So, und zwar eine Forrest-Folge aus der neuen Aufnahme, wo bei mir der komplette Spiele-Sound weg war. Aber diesmal habe ich den Sound von Tobi genommen. Ich habe jetzt nicht irgendwie sechs Stunden nachvertont. In mehreren Spuren. Das habe ich nicht gemacht. Ich habe einfach Tobis Sound-Spur genommen. Ich hoffe, die Leute, ich hoffe, das ist okay. Ich hoffe, dass, ja, ich hoffe, ja, es geht, es geht. Und es sind tolle Forrest-Folgen. Es sind richtig tolle Forrest-Folgen, wo wir gewisse Sachen ausprobieren. Zum Beispiel Relikte, die wir da ausprobieren. So, dann auf der anderen Seite Kinderpornos. Ne, ne, ich habe YouTube gerade zu. Hat er nicht gesagt. Ich habe gerade nur den Skandal mitbekommen. So, aber auch nur am Rande, weil wir sind ja gerade mitten in diesem anderen Skandal noch drin. Ach, man hat gar nicht Zeit für alle Skandale. Das ist, das ist der eigentliche Skandal, dass man gar nicht Zeit hat für alle Skandale. So, ähm, mhm, 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 mhm. Dann... Warte, Rennen ist gleich fertig. Dann schalte ich gleich rüber. Sekunde. Der muckst gerade noch die Sound-Spur rein. Das heißt, er legt die, die Audio-Spur gerade noch unter das Video. Ne, also finalisiert das Video. Und dann schalte ich rüber zu diesem unglaublich monochromen Intro. Das unglaublich langweilige und monochrome Intro. Äh, wie immer vorab eine, eine Epilepsie-Warnung. Es könnte sehr bunt werden. so warte, ich, ich warte noch ganz kurz. Verworfene Frames wegen Netzwerk übrigens 7%. Es geht ja noch. So, do 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 do. Gleich geht's los, gleich geht's los, gleich geht's los. Ne, Final Countdown ging ja leider nicht mehr. Final Countdown kann ich mir nicht leisten, zu lizenzieren. Das ist zu teuer. Deswegen haben wir einen anderen Song. Aber der ist schon ganz geil. Sobald hier... Weißt du was? Ich mach... Oder? Aber ich hab Angst, dass es dann ruckelt. Ich schalte schon mal... Pass auf, ich schalte jetzt schon mal rüber. Ich weiß, normalerweise ist es immer eine Stunde Begrüßung und so. Also hier und so. Und dann... Pass auf, dann schalte ich mal rüber. Äh... Dann sehen wir uns gleich auf der anderen Seite. Moment! Ja! Endlich wieder! WTF? 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Ja, definitiv, okay. Ist so gut. Subnautica-Story ist episch. Subnautica? Doch, Subnautica ist fertig. Da gibt es ja inzwischen schon quasi ein Addon oder zweiten Teil, je nachdem. Ich guck mal kurz, dann würde ich das mal eben installieren vielleicht. Subnautica, wie brauchst du? Okay, ich lad mal runter. So, das Ding ist, egal was ich spiele, es wird immer viele Leute geben, die sagen, nein, bitte nicht. Also, damit muss ich rechnen, egal bei welchem Spiel. Aber da wir heute was Chilliges spielen wollen... Da wir heute was Chilliges spielen wollen... Also, ich will was Chilliges spielen und behaupte einfach, alle wollen das. So funktioniert das. Alle wollen das. Mach schon Platz, ich bin der Landfurt. Jack in Time, Dankeschön, oder Jeack. Jeack in Time. Jeack in Time, Dankeschön, Jack in Time. Vielen, vielen Dank. Graveyard Keeper? Habe ich irgendwie damals nicht mehr gespielt. Muss ich zugeben. Aber es kommt halt was Neues von den Jungs. Da bin ich sehr gespannt drauf. Du hin und gleichishi und dreist sie charter ran. Hun, 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 hun. Mh 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 Was ich seh müde aus heute? Nja geht. Es geht. Vielleicht weil ich erst mal aufwachen muss. Weck mich bitte aus. Ne weck mich bitte auf aus diesem alten Traum. Manche Leute sehen voller der Wald, voller der Bäume den Wald kaum. So rum ne? Lange her. Schredder, danke lieber Schredder. Schredder giftet wild durch die Gegend. Vielen Dank lieber Schredder. Mh 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 Boah, Siedler 2 wär auch wieder geil. Fällt mir grad wieder ein, weil ich immer gern Siedler spiele. Entschuldigung. Aber Siedler 2 hatten wir vor gar nicht so langer Zeit, ne? Oder Dungeon Keeper 2? Oh, Alter, das können wir auch mal spielen irgendwann. Dungeon Keeper 2. Hm. Gibt's das auch bei GOG? Zufällig ja, ne? Mh 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 m Warum nicht die Neuauflage Dungeon 2? Die hab ich noch nicht gespielt. Taugt das? Hm... Thief Simulator haben wir schon fast durchgespielt. Stimmt, Thief Simulator haben wir immer noch nicht durchgespielt. Fällt mir gerade ein. Da hingen wir noch in diesem blöden Haus fest, ne? Kennst du als mittelalterlicher Braunschweiger noch Satchel Surge? Ja, natürlich. Produziert von Ole Sander, bei dem wir damals auch, naja selten mal im Studio waren. Aber ja, Satchel Surge kenn ich noch. Fand ich total geil damals. Ich glaub, die sind auch irgendwie auf Facebook aktiv gewesen für ne Weile, vielleicht auch heute noch, ich weiß es gar nicht. Oder also dann wieder, irgendwann. Puh, das dauert. Okay, Download dauert Ewigkeiten. Dungeons 3 ist das bessere, Decay 2. Hmm... 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 Kommt demnächst noch Egge? Ne, demnächst nicht. Wir haben erstmal genug zu tun gerade. Ähm... Kommt heute noch Apex. Ich glaub, du bist neu hier, oder? Du wirst hier viel sehen, aber ich glaube Apex gehört da nicht dazu. Das haben aber auch ganz ehrlich, das spielen ja genug andere. Die soll wahrscheinlich auch sehr viel besser spielen. Das ist okay. Hmm... 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 Kennst du noch MDK von 97? Hab ich noch beide Teile auch im Regal stehen? Oh ja, das kenn ich noch. Das komische Viech mit der schwarzen Haube da irgendwie. Das war so, das war so geil, wenn man so rumgelaufen ist, mit der Maus aimen musste, heute ganz normal, aber damals... Dat war geil. Ach ja. Ok, Steam ist heute sehr schnell. Brrrrrrrrrrrr. Gronkh, wie kommt's eigentlich, dass du keine Lust auf Elder Scrolls 5 hast? Ich hab da wahnsinnig Lust drauf, aber ich hab nur Angst davor. Das ist das Problem, ich hab Angst davor, weil es... Nach dem, was ich gehört habe, werden wir das ungefähr 50 Jahre lang spielen. Und wenn ich zwischendurch irgendwann ins Gras beiße, dann brauch ich dringend jemanden der das dann... ne? Sonst kommen wir ja zu keinem Ende. Da... Da brauch ich einen Nachfolger. Hmm... Bist du beim Montes Turnier demnächst dabei? Lieber Rufa, ich glaub, du bist neu auf dem Channel. Nein, ich spiel auch kein Fortnite. Ich spiel keinen Elbex und ich spiel auch kein Fortnite. Und PUBG... Hab ich ein-, zweimal gespielt. Hat mir auch Spaß gemacht. So, Jay Piebe! Auch dir vielen Dank, Jay Piebe. Bei wie viel bist du denn grade? Der ist doch schon... Der Jay Piebe ist doch hier jede Woche. 90 Subs hat er schon gegiftet. 90. Eben gerade wieder 15. Und Matze Kram! Dir natürlich auch ganz lieben Dank, lieber Matze. Dankeschön. Vielen Dank. Mann, 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 Mann. 50 Jahre ist übertrieben. Ich denke in 3 Jahren bist du durch. Nein, ich lass mich überraschen. Also Subnautica dauert ungefähr 1000 Jahre zu installieren. Wir sind bei 12%. Ich überlege... Kennst du Universum? Haben wir auch schon im Stream gespielt ein paar Mal. Aber das war noch Alpha-Version. Universum können wir irgendwann auch mal wieder austesten. Mach schon Platz, ich bin der Landvogt. Ich guck mal kurz wie groß Dungeons 3... Das ist wesentlich kleiner. Okay. Ratops! Ja, Sanitarium hab ich schon mal von gehört. Ein- oder zweimal. Lieber Ratops, das machen wir auf jeden Fall. Und einen wunderschönen Freitag auch dir. Und Flattersterb auch dir Dankeschön für die Sub-Gifts. So. Ich guck mal ganz kurz, wie schnell Dungeons 3 geht. Weil... bis Subnautica down... downgeloadet ist. Das dauert glaube ich noch ein Jahr. So warte. Wie lange dauert das jetzt? Ich zieh das mal nach oben. Sekunden. Ja, irgendwie ist das heute... was ist denn heute los? Sprichst du nebenbei auch bei eSportsFootball als Moderator? Aber... Nein. Da hätt ich auch glaube ich gar keine Ahnung, was ich da rede. Also... also ähnlich wie hier. Nur, dass da Leute zuhören, die vielleicht Ahnung von der Materie hätten. Hier gibt's gar keine Materie, deswegen ist's hier egal. Aber da wär's schwierig. So, Schändelungen. Dankeschön lieber Schändelungen. So. Ja, ja, ja. Gut, was macht Dungeons? Wie lange dauert das? Verbleibende Zeit 5 Minuten. Das sieht besser aus. Obwohl... Dungeons auch 3 Gigabyte hat. Subnautica hat 5 Gigabyte. Hat aber viel länger gedauert. Das war merkwürdig. Okay. Hm. Dun, 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 dun. Hast du dich schon mit Anthem auseinandergesetzt? Ja, wir machen gerade ein Angespiel davon. Der Tobi und ich, das läuft gerade auf dem Channel. Und ähm... Es wird... Natürlich... ganz streng, wie jedes Angespiel, maximal 3 Folgen haben. Das heißt, wir nehmen eventuell am Montag die 4. auf. Die 4. von 3 Folgen. Weil wir noch eine Folge dranhängen wollen. Ja. Ganz kurze Frage. Ähm, dieses Angespielt-Format. Ne, wo man maximal 3 Folgen macht, die maximal eine Stunde gehen und man sich nicht immer daran hält. Ähm... Mach schon Platz, ich bin der Landfurt. Ist das ein okayes Format, um Spiele vorzustellen? Scheinwitscher, Dankeschön! Vielen Dank! Ja... Ist das... Ist das okay? Weil... Alle kriegt man so... Alle Spiele kriegst du sowieso nicht parallel hin. Aber zumindest kann man sich ein bisschen vorstellen, dass Leute da reingucken können. Ne, sich... Vielleicht mal was unter dem Spiel vorstellen können, was man da so machen kann. Und wir können es auch mal antesten. Und die Sachen, die wir halt voll geil finden... Ich glaube, da spielen wir eh länger. Ach, cool. Ja, geil. Ja, das... Oh, das gefällt mir. Und ich probier's halt so zu machen, die Spiele, die Koop sind, versuche ich immer den Tobi dafür zu gewinnen. Der hat da auch Bock drauf. Ich weiß nicht, ob wir das zeitig immer hinkriegen werden. Aber ich würde gerne mehr Spiele anspielen. Einfach so zwei, drei Folgen. Bam. Eine ganze Stunde ist mir zu lang. Ist maximal eine Stunde. Das ist die Vorgabe. Maximal eine Stunde. Leider... Leider halten wir uns auch nicht unbedingt dran. So, Inferno Player. Inferno Player, dankeschön. Inferno... Inferno... Das klappt ja gut mit dem Landvogt. Der ist ganz bescheiden klein. Ähm... Und ich würde dann auch einfach Titel, die ich vielleicht nicht let's playen würde... So, einfach mal zum Vorstellen. So ne Geschichten einfach mal... Einfach mal anspielen. Und mal gucken, was passiert. Dass ich mich nicht überall auskennen kann. Ist klar. Hm. Warum eigentlich immer Tobi und nicht auch Curry? Äh, weil Curry streamt jeden Tag. Und mit dem Tobi habe ich schon immer diese... Also ich habe mit dem Tobi eigentlich immer diese Koop-Sachen immer mit dem Tobi gemacht. Eigentlich hast du recht. Kann man auch mal machen. Hm. Besteht noch Hoffnung auf Assassin's Creed Odyssey? Ähm... Ja... Wie gesagt... Zaunspuren sind halt total zerstört. Ich habe es immer noch nicht gelöscht. Ich will es immer noch retten. Und dann würde ich es auch gerne weiterspielen. Auch wenn ich die Scheuerung komplett vergessen habe inzwischen. Aber es hat mir halt echt Laune gemacht. Hm. So. Zwei Minuten. Dungeons 3. Alles klar. Und las' go! Las' go! Auch dir vielen Dank. Dankeschön! Wie viele Festbleiben besitzt du? Keine Ahnung. Weiß ich nicht. Gehört LooksLikeLink auch zu deinem Mitarbeitern? Leider nein. Musst du eigentlich von jedem YouTube-LP die Datei aufheben? Also müssen muss ich es nicht, aber ich tue es halt. Ich habe noch von jedem Let's Play, jede einzelne Folge und eigentlich auch mehr, weil einige Folgen sind nie erschienen oder einige Let's Plays sind nie erschienen, habe ich alles noch auf Platte. Wie gefällt dir Metro bis jetzt? Das Karma-System ist ja ein bisschen abgeändert worden. Ich weiß beim Metro immer noch nicht, wie funktioniert denn das neue Karma-System. Denn ich... Ich habe Situationen gehabt, wo ich einfach nicht anders konnte, vom Spiel her, als rumzuballern. Zum Beispiel, nur als Beispiel, ohne Spoiler, du fährst mit dem Fahrstuhl irgendwo hin und dann stehen die schon da und gucken dich genau an, obwohl es eine Schleichmission ist. Die gucken dich genau an, wo du mit dem Fahrstuhl ankommst und fangen natürlich sofort an zu ballern. Hm. Deswegen verstehe ich noch nicht genau, wie das Karma-System da funktioniert. ob das dann wieder... Hm, hm, hm. Wenig töten. Gut, daran versuche ich mich zu halten. Wie gesagt, das geht nicht mehr. Bei Gesprächen die Waffe wegstecken. Okay, das mache ich nicht, weil... Das macht viel mehr Spaß, mit der Snipe an die Gesichter zu zoomen, um sich die anzugucken. Oh. Aber Nebenaufträge mache ich alle. Okay. Okay. Okay, okay. Ich glaube, die, die sagen, bitte nicht schießen, sollte man auch nicht erschießen. Ja gut, aber ich boxe hier immer eine rein, damit ich die beklauen kann. Das ist doch gutes Karma, oder? Ich meine, das ist ein russisches Spiel, da gehört das zum guten Ton. Einmal kurz in die Fresse, dann beklauen, weil die halt echt scheiße zu einem waren und dann lässt sie liegen, die sind nur bewusstlos. Das ist ja eigentlich okay. Die leben ja dann. Also ich finde das, ich finde es halt sehr schwierig beim Metro. Das mit dem Sneaken, finde ich, ist natürlich extra sehr schwierig gemacht. Klar, der gute Weg ist halt der schwierige. Aber es ist teilweise halt echt, kannst du es halt aber nicht machen. Geht nicht. Ich hatte auch noch eine Stelle, da wollte ich ein Licht löschen, um zu sneaken. Und es ging nicht, weil da ein Typ niedergeboxt drauf lag. Und du hast diese Lampe verflucht und mal nicht bekommen. Und dann kommt halt ein MPC und sagt, oh, da liegt ja ein Doder. Das war echt, einige Stellen sind da echt, oder du hast da so eine Lücke, die Folge kam, glaube ich, schon. Da hast du eine Riesenlücke und du kommst nicht durch, weil da eine Alpha-Wand ist. Und du kannst den Typ nicht niederschlagen und dann dreht er sich halt um und sieht dich genau in dieser Lücke so. Das sind so ein paar frustrierende Momente. Obwohl mir Metro halt echt Spaß macht. Aber es sind halt so zwei, drei Sachen so, was benutzt du eigentlich für die Bartpflege? Ähm, ich mach das zu selten. Und ich hab die Tati hat mir da irgend so ein Kit geschenkt. Ich weiß nicht, wie das heißt. Das ist irgendwie so eine Holzschachtel, lalala, alles so, ne? Ähm, da ist so Bartöl drin und sowas. Und ein Bartkamm. Ich versuch das dann öfter mal zu nutzen. Klappt aber nicht immer. Gibt es vielleicht alternative Wege, dass man den Aufzug nicht nehmen muss? Nein, es gab keinen alternativen Weg. Man musste den Aufzug nehmen. Und oben drehen halt NPCs die Runde. Was okay ist. Aber ich bin halt genau in den Moment gekommen, wo der NPC mich genau angeguckt hat. Das, und da kannst du halt nichts machen. Hätte ich laden müssen, aber da komm ich mir doof vor. Hm. Okay, also. Ach so! Acht, Dungeons ist runtergeladen. Ach so! Subnautica ist in einer Minute fertig. In zwei Minuten. Okay, jetzt weiß ich nicht. Ich hab da einfach auf die Zeit geguckt. Hab gar nicht geguckt, welches Spiel. Subnautica ist jetzt auch in zwei Minuten fertig, während wir hier quatschen. Ähm. Jetzt bin ich überfordert. Was machen wir denn jetzt? Hm. Lieber Zero-Dingens da? Entschuldigung, da war viel. Alles klar, Subnautica. Okay, dann warte ich noch kurz. Dungeons können wir auch noch machen. Aber wir gucken uns gleich mal Subnautica an. Vor allen Dingen können wir, glaube ich, auch relativ chillig machen. Und da wir heute nicht so lange streamen, ist es, glaube ich, ganz cool. Nö, 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 nö. Eine Minute, 25 Sekunden. Piano. Piano. Tiagra. Heute wird's, glaube ich, nur ein Spiel. Wir werden heute, glaube ich, nur ein Spiel spielen, weil, ähm, ich werde heute ein bisschen chilliger machen und ein bisschen früher aufhören, damit ich morgen etwas fitter bin. Ich muss heute etwas früher ins Haierbettchen. Und dann quatschen wir heute ein bisschen. Wisst ihr, was mir fehlt? Ne, einigen Leuten fehlen ja, einigen Leuten fehlt ja der, der Minecraft Monday. Fehlt ja einigen Leuten, ne? Wisst ihr, was mir fehlt ein bisschen? Wir hatten manchmal am Sonntag noch einen Kaffeekranz gemacht. Wisst ihr das noch? Da haben wir dann eigentlich so chillige Sachen gespielt und einfach so ruhig, lalala, ein bisschen was trinken, ein bisschen was spielen, ein bisschen was quatschen. Das fehlt mir ein bisschen. So dieser Sonntags-Kaffeekranz-Stream. Der einfach so ein bisschen so... Der fehlt mir. Das war echt chillig, ne? Das war echt chillig. Hat man schon lang nicht mehr. Der Sonntag ist perfekt dafür. Dann mach doch wieder. Ja, wie das halt so ist. Hm. Passiert zeitlich nicht mehr. Ja, ich versuche mir immer den Samstag freizuhalten, was ungefähr nie klappt. Ähm. Und Sonntag ist aber kein Freitag, aber eigentlich... Was ist denn morgen, dass du fit sein musst? Äh, morgen ist Demo. Morgen ist Demo. Punkt Echse. Au. Habe ich gerade wieder eine Idee für Overlays bei Alerts. Wenn man... Wenn hier die Hände... Aber das geht glaube ich nicht, ne? Obwohl doch, wenn ich... Oh Gott. Wenn ich als CSS selber bearbeiten würde, dann könnte ich meine Hände ausschneiden, die so... So ungefähr sind. So. Und die halten dann den Namen. Auch wenn ich meine Hände unten habe, würden dann einfach Hände von unten nach oben kommen. Warte, warte, warte. Warte. Problem ist nur, die würden glaube ich... Ich müsste über die Kamera... Ich müsste die Alerts irgendwie über die Kamera lösen, weil sonst würden die Hände halt hier über das ganze Bild gehen. Ah, müsste ich mir was überlegen. Müsste ich mir was überlegen. Mal gucken. Zack, Idee geklaut und patentiert. So. Oh. Hast du eine Ecke im Bad? Weiß ich nicht. Ich seh mich nicht. Ich stream mit dem klassischen OBS, nicht mit Streamlabs. Mit dem klassischen. Streamlabs ist sehr cool, aber ist mir ehrlich gesagt zu over. Also zu klumpig irgendwie. Würde ich vielleicht machen, wenn ich wirklich einen getrennten Streaming-PC hätte. So, okay. Subnautica ist fertig. Ich starte schon mal. Könnte gleich wild werden hier mit der Musik. Ich mach mal ganz kurz die Musik. Ich mach die Musik hier schon mal weg. Wir quatschen ja trotzdem weiter. Ich hab keine Ahnung mehr von Subnautica. Bitte nicht spoilern, ja? Bitte nicht allzu hart, Backseat-Game. Ich weiß, ihr wisst viel mehr. Ähm. Ich mach jetzt mal die Einstellungen hier. Wir spielen jetzt sogar auf Full HD. Das kann man sich gar nicht vorstellen. Ich mach jetzt Full HD. Und V-Sync mach ich auch an. Hab ich gelernt. Muss ich anmachen. Äh. Und es ist sehr laut. Ist das so okay? Ist das so okay? Oh. Ah. Knack. Au, was ist denn da? Nacken verzogen. So. Mach es mal hier so. Ich weiß nur, dass du badest. Aber sagst, ja, das mach ich. Mach ich nicht. So. Seit die Musik aus sind die Legs weg. Das kann ja überhaupt nicht sein. Okay. Okay. Nee, House Flip hab ich... House Flip hab ich nicht mehr weitergespielt. House Flip war mehr zu repetitiv. Repetitiv. Ähm, das war halt letzten Endes immer dasselbe. Okay. Dann guck ich mal ganz kurz. Ähm, Grafik. Voreinstellungen niedrig. Ha 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 ha. Individuell. Farbkorrektur. Neutral. Film. Boah, Film sieht nice aus. Aber ich kann grad das Fenster nicht verschieben. Warte mal, ich mach euch mal ein Bild gerade. Warte mal. Geht das? Studio Modus. Okay, Gang D4. Das müsste eigentlich gehen. Ich schau mal kurz rüber. So sieht das hier aus. Geh das? Das ist jetzt aber nicht so. Also das ist jetzt aber nicht so gut, ne? Game Default. Kann ich's nicht abcapturen? Oder muss ich Anti-Cheat-Kompatibilität einschalten? Warte mal. Geht's jetzt? Ja, das ist aber nicht so gut, jetzt. Okay. Ähm. Hä, Gary's Mod? Was? Ist gar nicht offen. Okay, cool. Warum geht denn das nicht? Warum kann ich das nicht abcapturen? Sind da Probleme mit OBS bekannt? Da ist doch heute irgendwie der Wurm drin. Da ist doch irgendwie der Wurm drin gerade. Sammeln nicht zu viel am Anfang, spiel doch immer Story. Ja, ja, ja. Tja, cool. Geht eigentlich mit OBS. Okay. Ich probiere mal was. Warte mal. Äh. Ich mach jetzt die Bildschirm- Äh, ich mach jetzt Bildschirm-Grabbing. Mal gucken, was passiert. Mal gucken, was passiert. So, Details niedrig. Das finde ich ganz gut. Wasserqualität hoch, mittel, oh. Kantenglättung. Ich kenn mich da überhaupt nicht aus. Ich weiß gar nicht, was das alles bedeutet. Ähm. Bewegungsunschärfe möchte ich gar nicht haben. Aus. Umgebungsverdeckung hoch. Reflektion hoch. Zittern ist immer gut. Zittern ist genau mein Ding. Gut. Bei mir ging Vollbild nicht, nur Fensteraufnahme. Ah, vielleicht deswegen. Also ich hab jetzt den- Ich filme jetzt den Bildschirm ab. Vielleicht geht's ja. So, zurück. Achso, ich wollte noch ganz kurz die Einstellung. Ich wollte noch ganz kurz beim Filter gucken. Grafik. Film. Aus. Neutral. Film. Welches findet ihr denn besser? Das hier ist aus. Das hier ist neutral. Und das hier ist Film. Ich persönlich finde Film am schönsten, aber... Hm. Die Film. Alles klar, alle schreiben Film. Alles klaro. Machen wir Film. Subnautica Shop. Das ist ja schön. Entwicklungsnüsse da. Machen wir. Ähm. Ich mach mal spielen. Ich hab keine Ahnung, was sich inzwischen getan hat. Von der Story hab ich gar keinen Plan. Überleben. Strand auf einem gefährlichen fremden Planeten. Nutze Rohstoffe und Bekämpfe Hunger und Durst, um zu überleben. Freies Spiel. Wieder Überlebensmodus, bloß ohne Hunger und Durst. Hardcore. Überlebensmodus mit nur einem Leben. Nein. Kreativ? Nein. Wir machen Überleben, ne? Oh, Film ist nachts zu dunkel. Okay. Alles klar. Gut. Gut, 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 gut. Wir können das ja nachts mal austesten. Ich hoffe, ich kann das später noch machen. Ich mach erstmal neutral. Wir testen das Spiel. Wir testen das Spiel. So. So. Starten das Spiel. Überleben. So, wat? Hütherze, glaub ich. Hütherze? Kann ich auch noch lesen? Nein. Hütherze, viel wie Dank. Da war's schon weg. Okay. Überleben. Ich weiß nicht, was uns erwartet. Ich weiß nicht, ob ich hier oben bleiben darf. Muck ist ganz cool, ne? Das ist ein schöner Ladebildschirm. Wow. Lädt immer recht lange. Alles klar. Okay. Na gut. Weißt du, normalerweise, wenn das Spiel startet, steht da immer irgendwie, was bisher geschah. Oder ein Jahr zuvor. Hier steht einfach, weiter mit beliebiger Taste. Aua. Ich bin auf dem Bauch gerade. Oh, warte. Oh Gott. Oh Gott. Okay, wir haben es geschafft. Wir haben es geschafft. Wir sind safe. Oh, Feuerwerk. Frohes Neues. Gerade noch so. Oh, 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 oh. Fuck, 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 fuck. Das ist mein iPad. Au. Hm. Au. Oh Gott. Au, wie ist mein iPad heiler. Oh Gott. Ah. Oh. Gott. Okay. Okay. Nice. Okay, okay. Drücke auf 8, um Fehler zu melden oder Feedback zu geben. Das ist keine gute Idee. Okay, wir müssen irgendwie... Achso, wie wäre es denn, wenn wir Feuerlöscher nehmen? So, mit. Ah, gut. Was hat denn hier gebrannt? Da ist doch nichts brennbar. Oh, warte mal. Ah, Notfallmodus. Alles klar. Alles klar, iPad ist noch heile. Keine Sorge. Ich weiß, ihr hättet Angst. Oh, okay, gut. Drücke Tab, um die PDA zu eröffnen und zu schließen. Alles klar, sehr gut. Mit Tab. Sehr gut. Auf 1 haben wir jetzt einen Feuerlöscher. Ich benutze aber erstmal die Leiter. Kann ich... Die Funken würde ich gerne löschen, aber das geht natürlich nicht. Ich benutze mal kurz die Leiter und wie man sieht, da oben... Ja, das kenne ich wohl noch. So. Inventar. Mm-hmm-hmm. Oh. Okay. Achso, das hat man schon. Ähm. Ich würde sagen, bevor ich... Pass auf, ganz kurz, bevor ich jetzt losspiele Ähm... Lieber Linux, hör bitte auf, Werbung für andere Streams zu machen, sei mir nicht böse, aber das macht man nicht auf Twitch Ähm... Ich würde ganz kurz eben mal... Pipi machen Das würd ich machen Der Filmfilter ist nachts sehr dunkel, okay Ich... wir könnten... ich stell meinen eigenen Filter ein Ich glaub da ist sogar grad noch einer drauf von meinen Gameaufnahmen Von Metro ist grad der Filter drauf Ähm... und ich würde gerne Subnautica fühl ich nicht so sehr durch die Story, okay Ähm... ich war... ich weiß, dass das... das wiegelt euch jetzt auf, dass ich gleich Pipi machen gehen würde Ja, ich... ich weiß, da ist jetzt natürlich erstmal die Laune im Keller Aber ich bemühe mich dann auch richtig Druck hinter zu machen Ähm... Ich werd einfach so'n Laser rausschießen, so'n gebündelten Energiestrahl Ich werd einmal das Porzellan in der Mitte durchschneiden, so sehr werd ich Druck machen So, ich will mal ganz kurz gucken Das mit der Stimme war mir zu leise, wie sieht's aus? Ist besser, ne? Hört man jetzt besser? Okay, gut! Ganz ehrlich, wenn hier die ganze Zeit... ne, ich kann's die ganze Zeit einhalten Aber wenn ich jetzt die ganze Zeit durch Wasser schwimme und hier ist so'n ganzes Weltmeer Was ist das denn da hinten? Ähm... wie soll man denn da noch? Ja? Wie soll man denn da noch als Rentner seine Blase kontrollieren? Was ist das denn da? Ihhh... Hä? So'n... das ist so'n... Verrunkelarsch... okay Dein Stream ist eh besser ohne dich Na gut, dann... äh... gut, dann verstehe ich ja Dann streamt ab 18 Uhr jetzt jeden Freitag Stuhl TV Da guck ich aber auch rein dann Ähm... gut! Den Strahl will ich bis hierhin sehen, bitte Ich werd in Richtung Mond zielen einfach Wobei das vielleicht keine gute Idee ist, weil man's ja hinterher aufwischen muss Ähm... gut Wir haben alle was gegen's Pipi machen, aber Gronkh macht trotzdem Druck drauf und drückt es ohne unsere Meinung zu beachten durch Worauf war das jetzt ne Anspielung? So... gut, ich bin gleich wieder da Ähm... Hier ist jetzt alles ein bisschen durcheinander Ich hab zum Beispiel das zum Mikromuten hab ich jetzt Eigentlich ganz gut Tatsächlich und für Aufnahme starten und stoppen hab ich auch nen Button und der liegt genau daneben Und das ist vielleicht keine so gute Idee, falls ich mich da mal verklicke Äh... ich mach eben ganz kurz Pause rein Und dann sehen wir uns In zwei, drei Minuten wieder Ich beeil mich auch Wie gesagt, ich mach richtig Druck hinter und dann spielen wir mal los Wir machen heute aber eher chillig und hören auch ein bisschen früher auf wegen Morgendemo Ähm... wir sehen uns gleich wieder in zwei, drei Minuten Sekunde Jetzt erstmal den hier Bis gleich Bis gleich Bis gleich So... Hab noch was zu trinken geholt Wurde noch verprügelt So... Und die Pan bastelt oben grad Schilder So... eine Sekunde Guck mal... Gut... Eine kurze Pause Mist das kann ich hier nicht hinstellen Eine kurze Pause Eine kurze Sekunde, Sekunde, Sekunde Eine kurze Pause Lassen sie mir Zeit sein, sie ist nicht gehetzt Bitte bleiben sie doch mal ruhig Sitzen Suchen sie in den Socken Ist etwas Oh nein ich hab jetzt schon Hunger In-Game, nach Cola, nach Popcorn, nach Lecker, Düsko. So, Schnauze jetzt. Hi! So, ist etwas, stand da gerade. Ich hab jetzt schon Hunger. Tatsache. Und ich hab noch keine Ahnung mehr. Ich hab keine Ahnung mehr, wie man spielt. Ich hab keine Ahnung mehr, worum es geht. Es ist 1000 Jahre her, dass ich zum letzten Mal Subnautica gespielt habe. Da gab es noch keine Story, kein gar nichts. Was kann man denn hier essen? So, hol dir nasse Füße. Es gab noch keine Achievements damals. Windegras. Kann ich hier irgendwas? Warte, da konnte ich was mitnehmen. Ich muss erstmal Kreaturenei sammeln. Fremde Eier. Ja, die fasst man ja besonders gerne an, offenbar. Oh, ich erinnere... Es läuft auf jeden Fall wahnsinnig viel flüssiger als damals noch. Hm, okay. So. Okay. Fisch. Nestle will wegen Ethik keine Werbung auf YouTube schalten. Hä? Ist das nicht um... Sollte das nicht umgekehrt sein? Nestle wegen Ethik? Wie, wie passt das denn zusammen? Ähm... So. Adrige Nessel. Ihh. Kann ich die Pilze essen oder? Oder sammle ich die grad umsonst? Entschuldigung, wenn ich ja grad lachen musste, aber das klingt so ironisch. Das ist so... Hm. So, das läuft wahnsinnig flüssig. Auf dem alten Rechner... Auf dem alten Rechner hatte ich hier echt Probleme. Okay, ganz kurz. Ach, mit Tab war das, ne? Schwefelablagerung in örtlichen Höhensystem festgestellt. Schwefelablagerung des Reparaturwerkzeugs. Okay. Kann ich die essen? Säurehaltiges Fleisch? Nein. Ich kann die nur fallen lassen. Oder ich muss die kochen. Ich glaub, hier drin konnte ich einiges machen, ne? Aber ich muss mir, glaub ich, erstmal selber ne Basis bauen später. Fabrikator benutzen. Da können wir gleich mal gucken, was wir machen. Medikit-Fabrikator. Auch gut. Beschädigter Kommunikator. Müssen wir erstmal reparieren. So. Nahrung. Nahrung, Wasser. Chlorbleiche. Okay, gefiltertes Wasser. Bestandteil unbekannt. Persönliches. Ausrüstung Werkzeuge. Elektronik. Das wird, glaub ich, noch ein bisschen dauern, alles, ne? Nahrung. Okay, Frachtblätter öffnen. Was haben wir denn da? Ein Nährstoffblock. Okay, dann können wir den schon mal essen. Das sieht schon mal gut aus. Und theoretisch, das Ei kann ich ja schon mal, das kann ich ja schon mal sammeln. Was haben wir hier noch? Leuchtfackeln. Gefiltertes Wasser brauchen wir momentan noch nicht. Ist aber vielleicht ganz gut, wenn wir es dabei haben, oder? Hm. Die Säurepilze, ich glaub, die brauch ich jetzt momentan nicht. Okay. Ich kann hier mal alle einlagern. Wir brauchen die alle noch nicht. Oh, ich kann die nicht alle einlagern. Alles klar, ich lager die mal nicht ein. Ich schmeiß die mal alle weg, weil wir kriegen später bestimmt noch genug. Hoff ich. Ich weiß es einfach nicht. Ich weiß es einfach nicht. Feuerlöscher brauchen wir aktuell, glaub ich, nicht. So. Okay. Erstmal das, erstmal erstmal mit Pilzenfluten. Ja, weil ich dachte, ich kann die essen. Ich dachte, die werden lecker. Ist halt lange her, wie gesagt. So, kann ich die auch alle wegschmeißen hier? Oder hinlegen? Einbehaltig. Als Erinnerung. Wir holen uns die später. Ähm. Was kann ich effektiv essen? Guck mal, jetzt liegen die hier so rum. Überall. Ach, die kullern hier alle rum. Das ist ja cool. Normalerweise sag ich mal hier eine schöne Pilzwanne. Okay, hier kriegen wir Sauerstoff. Kriegen wir hier keinen Sauerstoff? Mir war so. Doch, kriegen wir doch, ne? Ja. Die Hirnkoralle. Da kriegen wir Sauerstoff. Und irgendwas war hier gerade sehr laut. Das ist nicht gut. Ich muss einen Fisch fangen. Das kann ich gar nicht. Zerbrich. Zerbrich dir nicht den Kopf. Reingestalten. Okay. Cool. Ein Blasenfisch. Ein Blasenfisch. Okay, kann ich das bitte wegpacken? Danke. Natürlich. Ah, Sekunde. Okay. So. Die sind zu schnell für mich momentan noch, ne? Die muss ich... Die muss ich wegballern. Aber die krieg ich ganz gut hier. Die Blasenfische. Zack. Ich sammle Blasenfische und dann esse die alle auf. Mir egal. Die sind bestimmt lecker. Egal was alle sagen. Das Ding sieht nicht so gut aus. Ich glaube da sollte ich mich fern von halten. Mit dem grünen Leuchterarsch. Ich glaube das ist nicht so gut. Was bist du denn? Ja, was bist du denn? Stihlauge? Das ist ein Kosename. Hey Stihlauge. Ja, Matti. Ja, ich hole ja schon. Ih. Ih. Okay. Stihlauge sei wachsam. Die waren auch schnell, ne? Ja, die waren auch schnell. Die Dinger sind so laut. Und die sind überall. Ich glaube ich muss sie später wegballern. Weil ich bin neu auf dem Planeten. Das heißt ich muss Dinge wegballern. Ist wie bei Forest. Du kommst auf der Insel an. Erstmal alle umbringen. So läuft's da halt. Äh. Werden Fische auch gammlig? Wenn ich jetzt irgendwie ganz viele sammle, um sicher zu sein. Ist das keine gute Sache, ne? Weil die werden bestimmt auch schmuddelig hinterher. So. Ja, Koop wär ganz cool. Das stimmt. Ich wüsste schon mit wem ich spielen wollen würde. So. Gekochte Nahrung. Gekochte Stühlauge. Lecker. Mmh. Oh, die vergammeln wirklich. Oh. Das ist ne schöne Ansage. Normalerweise isst man nur noch synthetisches Essen. Aber hier, um zu überleben, muss man dann wieder auf echte Lebewesen zurückgreifen. Das ist ne schöne Ansage. Wasser. Gefildetes Wasser. Blasenfisch. Oh nein. Ah. Aus dem Blasenfisch kriegen wir Wasser? Es gibt ne Multiplayer Mod für das Game. Uh. Okay. Okay, das ist cool. Blasenfisch gleich Wasser. Wir sammeln uns noch ein paar Blasenfische. Ganz ehrlich. Ich hab erstmal Bock auf leckeres Blasenfisch Steak. Titan. Ich, ich. Ja, ich tu die erstmal hier rein. Und dann holen wir uns Wasser. Haben wir noch ein bisschen. Huch. Merlin Germany. Dankeschön. Ich kann's leider gar nicht lesen. Ich kann's leider nicht lesen, weil das ganz klein ist. Bitte nicht böse sein. Ich brauch unbedingt. Ich brauch unbedingt noch. Ähm. Den. Den Monitor. Ich hatte hier oben immer den Monitor, wo ich das lesen konnte. Der ist jetzt weg. Damit die Kamera hier entpasst, die neue. Ähm. Ich brauch da nochmal irgendwie was. Ähm. Was Neues. Ja, was denn? Was denn? Du bist fett. Nein, der ist knuddelig. Der ist gar nicht fett. Er ist fett und knuddelig. Können wir uns darauf bitte einigen? Ja. Du bist jetzt meins. So, dann ist Blasenfisch. Dahinten ist ein Blasenfisch. Den schnapp ich mir gern weg. Was ist denn das hier? Schweber. Ih. Äh. Ich hab die ganzen Taschen voller Viecher. Ja, Mutti. So. Okay. 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 Was ist das da eigentlich? Sollte ich da hinschwimmen? Nee, ne? Ich sollte wahrscheinlich nicht da hinschwimmen. Achso. Das ist nur so ein... Oh. Oh. Den kann ich nicht in die Tasche fassen. Alles klar. Okay, die Röhren sind echt cool. Riesenröhrenkoralle. Die sind echt cool. Boah, ich hab euch erst lange nicht mehr gespielt. Da hat sich aber echt einiges getan. So, warte. Da wir Wasser brauchen. Immer. Ach, guck mal. Stimmt. Die haben mal... Das Zeug haben wir gesammelt dann schon, ne? Und schon platz. Ich bin der Landvogt. Metallschrott. Edna Lime. Das Edna Lime. Kann ich das hier lesen? Ja, ja, Mutti. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Ich kann's nicht lesen. Es ist zu klein. Wow. Es ist zu klein. Und... Hä? Was ist denn da los? Was? Was war das? Hat mich gerade irgendwas erwischt? Hat das jemand gerade gesehen? Okay, Fabrikator. Trinken, ja? Aus, äh, Fischen. Das ist ganz merkwürdig. Hab Starbnautica zweimal durchgespielt. Also muss es ja gut sein. Okay, gut. Das haben wir gemacht. Und dann machen wir uns nochmal gekochten Glubscher. Einmal nur, weil... Echt, so ein Glubscher. Warum nicht? Hm. Das hätte ich ja auch gerne. Ah, okay, das Boot hat sich grad in uns gebackt. Alles klar. Irgendwas ist ja immer. Wir sind momentan auch nur ganz beim Anfang. Das heißt, die sind auch nicht bösartig. Die alten Klumpos. Wir sollten vielleicht trotzdem nicht zu nah dran schwimmen. Der lässt irgendwelche Gaseier fallen. Ihh, überall. Der verteidigt sich offenbar. Das ist echt widerlich. Also, wie ich das sehe, ist das trotzdem nicht ganz ungefährlich. Auch wenn die nicht selber angreifen, aktiv, ist es nicht ganz ungefährlich. Mist, die hätte ich fast gehabt. Ich bleib mal ein bisschen bei unserem Gefährt hier. Bis wir zum großen Schiff kommen, das dauert übrigens noch. Ich kann da gar nicht rein gerade. Ein Lochfisch. Wieso sammle ich gerade eigentlich Essensfische? Ich müsste gar keine Fische sammeln gerade, ne? Ich müsste gerade eigentlich Baumaterialien sammeln. Das ist auch ein Säurepilz. Und dann muss ich gucken, was ich damit bauen kann. Sehe ich das richtig? Also, ich muss so ein Zeug hier sammeln eigentlich. Metallschrott. War das nicht so, dass wir das sammeln müssen, um Sachen zu bauen? Ja, Mutti. Alles klar. Okay, da schwimme ich nicht zu nah ran. An den alten Pupser. Oh, ich erinnere mich gerade, später kommen noch diese fiesen Schwertfische oder was das war. Diese richtig fiesen. Wir sollten vielleicht nicht zu weit rausschwimmen. So, ganz kurz. So. Da haben wir noch Metallschrott. Ja, sicherlich. Dass man das Meerwasser nicht filtern kann, ne? Das wundert mich ein bisschen. Kann man vielleicht später. Momentan noch nicht. Was ist das denn? Quarz. Oh ja, Quarz brauchen wir später auch. Und noch ein Kreaturenei. Schön. Da kann man ein lecker Omelette machen. Und hier kann man glaube ich noch... Copper is an essential component of all powered equipment. Joe Cocker. ... Das waren die Explosionsfische. Ich erinnere mich. Oh Gott, die waren immer furchtbar. Ich erinnere mich dran. Wir sollten hier abhauen. So, da drüben liegt noch ein Freigetränk. Freigetränk, du kommst mit. So. Einfach mal kurz ne Cola aufm Weg. Ja, Mutti. Das war knapp. So. Plan zum Spiel durchzuspielen. Ich weiß noch nicht genau. Ich weiß noch nicht. Schau wir doch mal. Schau wir doch mal. Lalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalal. So. Den trinken wir gleich zusammen. Der Blasenfisch macht einmal die Runde, dann setzen wir da alle an und trinken. So, Ressourcen. Was können wir hier machen? Grundmaterialien. Elektronik. Kupferdraht, Batterie. Ah, Kupfererz und Säurepilz. Batterien. Alles klar. Kabelsatz, Computerchip. Computerchip aus Tischkorallenprobe. Kupferdraht aus Kupfererz. Grundmaterial in Titan. Metallschrott. Glas aus Quarz. Okay, da kommen wir später noch zu. Jetzt erstmal, oh. Ganz kurz erstmal hier. Schlückchen. So. Ah ne, mit Tab. Ich drücke mal I für Inventar. So, hier ist Metallschrott. Ähm. Aber wir, wir essen erstmal einfach. Okay, eine Flasche Wasser. Vier Flaschen Wasser pro... Durchlauf hier. Alles klar. Was ist das hier eigentlich? Baupläne. Titan. Titanbarren. Lalalala. Kupferdraht. Pipapo. Ähm. Standard. Tauchflasche. Okay. Leitung. Schwimmende Luftpumpe. Reparaturwerkzeug. Das brauchen wir zuerst. Silikongummi. Höhlen, Schwefel, Titan. Silikongummi. Wo krieg ich das her? Wasserdichter Behälter. Ist auch ganz gut. Kleiner Behälter, der seine Position im Wasser beibehält. Auch das werden wir später brauchen. Okay. Oh, rot ist Gesundheit. Da haben wir was... Ah, alles klar. Da haben wir schon ein bisschen was abbekommen. Basis befestigt Luftpumpe. Dauerstopp von einer Basis mit aktiver Energie in einem angeschlossenen Leitungssystem. Okay. Leiter. Fabrikator. Das ist wohl später, wenn wir selber bauen. Wandspint, Aquarium, Pipapo. Wenn wir das selber bauen. Ähm. Uns ne eigene Basis bauen. Und wenn's soweit ist. Ich freu mich drauf. Taschenlampe, Batterie und Glas. Silikongummi. Kann ich das selber herstellen? Aus Schlingpflanzen, Samenbüschel. Wir brauchen... Titan haben wir glaube ich, ne? Also können wir uns... Können wir uns herstellen. Titan. Höhlenschwefel. Wo kriegen wir den her? Wahrscheinlich aus einer Höhle irgendwo. Ist ganz... Ist wahrscheinlich immer Schwefel. Den stellen wir nicht her. Den kriegen wir wahrscheinlich nicht. Okay, huch. Okay, die Frage ist... Naja, Lochfisch. Wir sollten uns vielleicht ein bisschen Nahrung mitnehmen, ne? So. Ein bisschen Nahrung sollten wir uns mitnehmen. Aber vielleicht erstmal die anderen... Naja, die sind jetzt halt gekocht. Was soll's. Ähm. Ich pack die mal rein. Schweber. In Symbiose, Lebenszyklus unbekannt. Okay. Kupfererz, Kreaturenei. Okay. Ich tu mal die Sachen schon mal hier rein. Ja, Metallschrott offenbar auch. Und dafür nehm ich immer zwei davon mit. Und vielleicht zwei Flaschen Wasser. So. Okay. Wir brauchen diese Blumen und wir brauchen Schwefel. Schwefel gibt's da, wo es Feuer gibt meistens. Oder, oder Hitze. Ach guck mal, die Blumen da hinten kommen auch noch ab... Abknibbeln, ne? Entschuldigung, ich kann aber nicht anders. Ich muss den schnappen, wenn er da ist. Ach guck mal, hier liegen unsere Pilze. Cool. Den Metallschrott hätte ich vielleicht schon mal verarbeiten sollen. Oxygen. Ja. Oxygen. Was ist das? Gravitationsfallenfragment? Signalbojenfragment? Profitationsfallenfragment. Profitationsfallenfragment. Ist wahrscheinlich für später. Ist wahrscheinlich noch nicht für jetzt. Okay. Okay. Jaja, Schrott, Schrott zu Titan machen wir noch. Jetzt lass uns erstmal her- äh, lass uns erstmal gucken, wo wir Schwefel herkriegen. Ich würde vermuten, da wo es Bums gemacht hat, da gibt's auch Schwefel. Ist mein einziger Anhaltspunkt, wo es Feuer gibt. War das da unten? Problem ist nur, aber da macht's Bums. Okay, warte. Ich nehm Luftblasen noch mit. Oh, das ist einer der Säurepilze und hier... Oh! Okay, die Geräusche sind echt widerlich. So. Oh, hallo. Okay, Fluch. Ach, ist aber auch schön hier unten. Es ist aber auch schön hier unten. So. Da, 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 da. Mh, 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 mh. Okay, ich will nicht zu weit da rausschwimmen. Das möchte ich auf gar keinen Fall, denn ich weiß, was mich da erwartet. Wenn sich das nicht geändert hat seit der Beta damals, dann will ich da nicht hin. Noch nicht. Ohne Waffe. Was ist das hier? Ähm. Ist das denn was, wo wir sein sollten? Da gibt's 100 Pro Schwefel. Ähm. Alles klar, ciao. Jaha, tschüss. Da sollten wir vielleicht nicht sein. Uh, schnell, 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 wir brauchen unbedingt mehr Sauerstoff. Oh, 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 oh. Oh. Ja, ja, ist ja gut, beruhig dich mal. Oh. So. Ah, wieder alle RIP schreiben hier, wieder alle RIP schreiben. So. Ich glaube wir müssen da hin, aber ich muss meine Taschen erstmal leer machen. Wir haben bisschen Kram gesammelt. So. Oh nein, bleib bloß weg da. Da da. So. Mal ganz kurz gucken. Ähm. Ich würd folgendes machen, ich würd mir die beiden Dinger wieder rausnehmen und vielleicht erstmal... ...verarbeiten, oder? Metallschrott, wir können nix aus Metallschrott machen außer Titan, oder? Ist das richtig? Ich würd zumindest jetzt momentan machen. Weil es weniger Platz wegnimmt, glaub ich. Hoffe ich. Weil man's auch stacken kann. So. Do, 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 do. Hey, noch mehr Titan. Let's go. So. Noch mein Titan. Warum nicht? Ich glaub wir kriegen da bestimmt noch ein bisschen was. Von Titanbarren. Brauchen wir Titanbarren? Ich weiß nicht. Da bin ich noch vorsichtig. Quarz bin ich auch noch vorsichtig. Grundmaterialien. Essen können wir auch wieder... Achja komm, jetzt haben wir ja wieder einen. Okay. Ähm. Persönliches. Ausrüstung. Standard Tauchflasche. Uuuuh. Kriegen wir damit mehr Luft? Also haben wir damit mehr Luft? Leitung, schwimmende Luftpumpe. Geräte. Wasserdichter Behälter. Wär eigentlich auch ganz cool. Ah. Eine Standard Tauchflasche. Okay. Und wenn ich jetzt nochmal eine Tauchflasche mache, hab ich die jetzt im Inventar immer. Nö, die ist... Ah, die ist direkt hier dran. Standard Tauchflasche. Kommen wir ins Anrufgemisch. Und hier weiß ich noch gar nicht. Da müssen wir noch gucken. Wir haben jetzt eine Tauchflasche und ein bisschen länger... Länger, 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 länger. Gekochter Blasenfisch. Verrottend. Oh, den sollte ich vielleicht nicht mehr essen, ne? Silbererz. Titan, Titan, Titan. Okay, kann man ja... Kann man ja wunderbar stacken. Los, kann man stacken? Ich bin ja krank. Okay, ähm. Verrottend. Ah, das ist Inventar. Verrottend. Verrottend. Stielauge alt. Verfault. Alt. Alt. Scheiße. Schweber. Naja, gut. Da sind die ganzen Essenssachen halt alt. Aber wir sammeln uns doch noch was zu essen. Wat soll's. Schön den Ozean mit. Aber ganz ehrlich, das ist ja auch wieder Nahrung für die Fische. Das ist doch gut, oder? Das ist doch wieder Nahrung für die Fische. So. Ähm. Ach cool mit den Viechern da oben. Ich schaue abends sitze ich einfach hier und äh, so. Oh, 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 oh. Lebende Fische verrotten nicht, nur gekochte werden alt. Aha. Okay. Okay. So. Gut. Na na, das mit dem Backseat Gaming ist doch grad nicht so schlimm. Ist doch, ist doch alles nicht so schlimm gerade. Wie gesagt, ist bei mir auch schon lange her. Die Frage ist nur, wenn's dunkel ist, wir haben keine Taschenlampe. Was brauche ich für ne Taschenlampe eigentlich alles? Äh, Persönliches. Ist hier ne Taschenlampe irgendwo? Tauchflasche mit hoher Kapazität. Zweimal Glas und ne Standard. Oh, zweimal Glas können wir glaub ich machen, ne? Vielleicht reicht's ja dafür. Ja. Okay. Oh, ich hab noch ne Standard-Tauchflasche. Ich hab jetzt nen Standard, oder? Sehe ich das richtig? Warte. Warte. Da ist ne Standard-Tauchflasche hier. Ablegen. Achso, weil ich die grad benutze, geht's wahrscheinlich nicht, oder? Mit hoher Kapazität. Let's go. Okay. Oh, ein Träumchen. Ja. Das sieht doch schon mal super aus. Okay. Gibt's nur noch höhere... Oh, wandelt vertikale Bewegung der Gliedmassen... Silikongummi. Oh, ja. Erhöht die Schwimmgeschwindigkeit um 15%. Eigentlich um viel mehr, aber reden wir nicht drüber. Fasergewebe, Feuerlöscher, schwimmende Luftpumpe. Brauchen wir momentan noch nicht, kommt erst später. Geräte, wasserdichter Behälter. Brauchen wir sowas? Ich glaube nicht, ne? Also, jetzt momentan noch nicht zumindest. Ressourcen. Titanbarren. Jetzt momentan... Ich weiß noch nicht, was die brauchen grade. Ähm... Das ist ein Inventar. Tauchflasche mit hoher Kapazität. Bisschen mehr wär mir noch lieber. Aber gut, man muss nehmen, was man kriegt. So, Kreatureneier. Keine Ahnung, was hat man machen können. Vielleicht später mal ein Omelette. So, nee. Ich stream grade nicht mehr über den GPU in... Oder? Ich weiß es aktuell grade gar nicht, ehrlich gesagt. Profil Livestreams. Ich weiß grade nicht genau, was der aktuelle Einstellung ist. Kann sein, dass ich vielleicht streame über Nvidia. Aber das... Hat ich glaube ich ausgestellt. Ähm... Okay. Wir müssen was essen. Freunde. Ich sag's nur ungern. Ach so. Ach das ist der... Der Gammelige, ne? Alt. Igitt. Ich dachte schon, was ich für ein hervorragender Jäger bin, dass ich grad gefangen habe. Aber... Der war ja schon widerlich. Ich geh mir mal ganz kurz eben... ...was Gesottenes machen gleich. Mhhh, du siehst lecker aus. Mhhh. Nein, nicht Windegras. Hab ich den jetzt? Hab ich den erwischt? Häh? Häh? So. Zack. Ähm... Gekochter Glubscher. Essen. Essen. Stielauge. Wir haben den doch erwischt. Alles klar. Wär doch schade drum. So. Essen. Ah, köstlich. Jetzt eigentlich noch ein Liter Wasser rein, dann sind wir wieder richtig gut unterwegs. Und jetzt brauchen wir irgendwo her... Juhu! Ich mag, dass wir da reinspringen. Oh ja. Oh ja. Der Sauerstoff. Oh ja. Er durchströmt meinen jugendlichen Körper. Oh ja. So. Okay, das ist cool, weil man so viel Zeit hat. Das ist cool. Trotzdem müssen wir ein bisschen vorsichtig sein. Wir dürfen uns jetzt nicht zu sehr darauf verlassen, dass wir immer Sauerstoff haben. Immer ein Auge auf dem Bildschirm, ein Auge auf dem Sauerstoff. So. Und hier haben wir wieder das Ding. Alles klar. So. Kann man später auch unterwegs Fische kochen? Weil... Ich fänd's irgendwann belastend. Frische Nahrung. Da waren wir schon drin, ne? Wo war denn dieses andere Loch? Müsste da gewesen sein irgendwo, ne? So. Deine Tweets schreibst du offenbar nicht selber, wenn während des Spiels neue Nachrichten kommen, oder? Zuversicht. Welche Tweets meinst du genau? Wenn neue Folgen rauskommen, die sind automatisch. Aber wenn da was Persönliches geschrieben ist, dann bin jetzt ich. Und ich hoffe, dass jetzt gerade nichts Persönliches gekommen ist, weil das würde mich wundern. Das wäre komisch. Da würde ich mir Gedanken machen. Hier ist die Höhle. Sehr gut, da müssen wir rein. Glaube ich. Ist das gut? Müssen wir da rein, oder ist das eher nicht so? Weil ich glaube, da gibt's Schwefel drin. Das ist meine naive Überzeugung. War nur YouTube-Post, alles klar. Cool. Ich warte kurz, bis der hier abdampft. Ich warte kurz, bis der hier abdampft. Oh, das sind die Fische, die so heiß sind, ne? Da krieg ich, da krieg ich Damage von den Fischen. Alles klar. Nee, doch nicht. Kurz warten, dann müssen wir auch wieder hoch. So. So. Bisschen zur Seite, damit wir nicht da in Dingen sind. So. So. Okay. Wir haben jetzt viel gesammelt, aber offenbar keinen Schwefel. Hab ich da gelbe Blumen übersehen? Ich dachte vielleicht, beim Geysir könnten da eventuell... Aber offenbar nicht so. Okay. Okay. Ich geb mal nicht auf. Wir suchen mal weiter. Irgendeine Höhle wird schon kommen. Da finden wir was. So. Moin. Da sind die Dicken wieder. Da schwimme ich mal weg. Die haben so extreme Akne-Probleme. Und dann spritzen die Pickel immer auf. Und dann spritzen die Akne-Pickel ins Gesicht. Und das ist widerlich. So. Nee, das sind Algen. Ist da bestimmt nicht, oder? In den Algen ist nichts drin, außer... Ich glaub, Algen kann man essen, wenn mich nicht alles täuscht. Die geben einem ganz bisschen Nahrung wieder. Aber diese gelben Schwefel... Nee, die gelben Blumen waren eine andere. Aber Schwefel müssen wir auch kriegen. Wo war denn nochmal diese Höhle, wo es Bumm gemacht hat? Wo die Bumm-Fische waren. Ich weiß nicht, wo die ist. Es sieht leider alles sehr gleich aus hier. Alles sehr verschieden und doch gleich. Ich weiß nicht. Okay, weißt du was? Da taucht ich aber vorher nochmal auf. Hätte gedacht, man braucht mir noch Spitzhacken. Ah, ich brauch gar nicht auftauchen. Ich warte nochmal kurz. Warte. Dankeschön. 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 Mh, mh, mh. Hier ist sonst nix. Ach, ist aber schon cool. Die kommt man auch noch irgendwie mit Werkzeugen abbrechen, ne? Die Korallen. Die Tischkoralle braucht man glaube ich sogar, wenn mich nicht alles täuscht. Lange her, aber ich glaube, ich weiß es noch. So. Warum baust du keinen Unterwasserjet? Hm, vielleicht weil wir gerade erst angefangen haben und erstmal die Grundwerkzeuge brauchen. Vielleicht liegt es ja daran. Ich bin mir aber nicht sicher. Boah, Orientierung ist ja auch echt null. Kann man hier später eigentlich so Punkte setzen wie bei Forest, dass man sich die merken kann? Das wäre irgendwie toll. Oh, das sieht nicht mehr so gut aus. Ich habe das Gefühl, die Kreaturen Eier, die brauchen wir momentan noch gar nicht. Kann das sein? Oh, das ist ja schön. Oh, das ist ja schön. Okay. Das Problem ist, ich komme hier nie wieder hin. Ich weiß nicht, wo das ist. Oh, Fug. Wie komme ich denn hier jemals wieder hin? Oh, Fug. 93 Meter vom Schiff weg. Okay. 93 Meter vom Schiff weg. Alles klar. Ihr Inventory ist voll. Ja, Mann. In jedem Spiel. In jedem Spiel. Da, 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 da. So. Okay. Kommunikator beschädigt. Alles noch beschädigt. Alles noch beschädigt. Okay. Hunger, Durst geht. Fabrikator. Du bist doch der Schönste der Welt. Das haben wir schon. Hier brauchen wir momentan nix. Ressourcen, Grundmaterialien. Ich mach mal ganz kurz wieder Titan aus den Dingern. Wobei ich das Gefühl habe, wir sparen damit halt auch keinen Platz, ne? Und das größte Problem ist... ...der Platz. Okay. Erstmal ein wasserdichten Behälter, wa? Wollen wir erstmal einen wasserdichten Behälter machen? Ist glaube ich das erste, was hier geht. Also das Einzige, was hier grad geht, ne? Kabelsatz finde ich wunderbar. Kupferdraht. Brauchen wir später auch noch. Aber ich glaube... Aktuell wär ne Kiste das Einzige, was hier, was hier geht. Auftriebskörper. Ich hab doch schon Auftriebskörper. Guck mich doch an. Was soll ich denn mit noch einem? Das Gas zu einem persönlichen Auftrieb. Jaja, ich produziere auch Gas zum persönlichen Auftrieb. Das ist genau das, was ich den ganzen Tag mache. Vor allem nach Bringdienst essen. Produziere ich mal Gas zum persönlichen Auftrieb. Wir kennen das alle. So. Ähm. Ähm, ähm, ähm. Gepökelt. Oh. Mit Salzablagerung pökeln. Das Salz hat dem Fleisch eine cremeartige Konsistenz gegeben. Äh. Äh. In Salz konserviert. Macht durstig, aber hätt lange. Gepökelter, hm? Macht durstig, aber hätt sich lange. Macht durstig. Der einzige Geschmack ist Salz. Okay. Äh, Lochfisch gepökelt. Okay, wir brauchen Salzablagerung. Um Fleisch haltbar zu machen. Ich mach erstmal hier so ein. Warum nicht? So. development training So, spinnt. Ich glaub der spinnt. Kann ich ihn hier hinstellen? Kann ich nicht fallen? Hä? Bis zum Bestellen jetzt ein Vorratsbehälter. Okay, das Puck' ich nach draußen. Oh gut. Data indicates that swimming was your favorite activity. Be sure to vary your routine for uniform muscle development. So mal, bleibt das Ding auf dem Boden? Ich dachte, ich dachte, das schwimmt. Ah, oder? Irgendwie ist das nicht die beste Lösung, habe ich das Gefühl. So. Na ja, ich habe das Gefühl, das ist nicht die beste Lösung. Okay. Okay, Vorrat ansehen, was packe ich da mal rein? Ich packe da nur mal den Metallschrott rein erstmal, weil der echt viel Platz wegnimmt. Ist das Ding schon voll? Oh, vier Metallschrott, ist das Ding schon voll. Alles klar, cool. So. Ja, ich brauche halt immer ein bisschen Inventarplatz, das stimmt schon. Okay, um in die Höhe zu kommen, müssten wir theoretisch 93 Meter in diese Richtung schwimmen. So. Schon Schwimmflossen übrigens, wollte ich mal sagen. Ich will nur mal gucken, ob unsere Rechnung einigermaßen aufgeht. Ih, guck mal, der hat da hinten abgefurzt. Ja, wir sind direkt drüber. Das funktioniert. Und ich Idiot sammle die ganze Zeit Quarz, weil ich denke, das bringt irgendwas. Weil ich die ganze Zeit Ressourcen sammle, wie der so ein Depp. Aber wir müssten eigentlich weiterkommen mal ein bisschen. Wir brauchen echt die Explosionsfische. Ich lass das Quarz mal hier, ich lass das Quarz mal hängen jetzt. Und jetzt ist es halt echt dunkel. Höhenschwefel, ja. Okay. Die sind nicht so happy, glaub ich, ne? Boah, Alter, wie tief geht das hier rein? Was ist das da? Kreaturenei, okay, das nehme ich mit, weil es cool aussieht. Da ist noch ein Kreaturenei, das will ich nicht, davon haben wir genug. So, da drüben ist Sauerstoff. Sauerstoff, der Powerstoff! So. Mh, köstlich. Ich warte hier mal ganz kurz. Ich hoffe, niemand greift mich an. Ich bin sensibel, bitte greift mich nicht an. Und da geht's vielleicht in eine Höhle. So. Ja, ich spiel die Vollversion grad zum allerersten Mal. So. Was bist du denn? Oh! Oh! Okay, Alter. Das war aber ein Bug. Oh, du dreckigen. Was? Oh! 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 Wir haben drei Schwefel. Das ist schon mal gut. Jetzt brauchen wir nur noch... Oh! Okay, speichern. Ich speichere mal eben. Ist ein guter Tipp. Ähm, wir sollten trotzdem noch diese komischen gelben Blumen suchen. Schwefel haben wir. Wo gibt's... Weiß jemand, wo es diese gelben Blumen gibt? Oh Gott. Ich weiß noch nicht genau, wie die aussehen. Haben wir die schon gesehen, eventuell? Das hier wird's ja jetzt nicht sein, ne? Das ist ja einfach eine Glumpe, irgendeine Kröse. Boah, die sieht so cool aus einfach. Es sieht einfach so wahnsinnig cool aus. Bei Algen oft. Okay. Also doch an den Algen. Dann geh ich da mal gucken. Wir fahren direkt mal ins Allgäu hier. Entschuldigung. Ich guck da mal. Ich muss nur... Ich glaube, hier muss ich nur aufpassen, dass da keiner von den... von den fiesen Fischen rumhängt. Denn ich glaube, hier in diesem... in dieser Algenzone... Oh ja. Oh, 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 oh. Der darf mich nicht erwischen. Okay, diese... Das sind bestimmt diese gelben Leuchtedinger da hinten, ne? Diese da. Problem ist nur hier. Im Algengebiet. Braucht mir theoretisch... Theoretisch brauche ich mal ein Messer. Mit einem Messer sind die auch gar nicht so problematisch. Aber da traue ich mich gerade noch nicht hin, weil wir... zu lusch sind. Ich meine, ich habe gespeichert gerade. Wir können das machen. Hm? Wenn ich sterbe... Life on this planet grows in unusually distinct and diverse ecological biomes. Further study recommended. Das ist ein Messer. Das ist ein Messer. Achso. Aber die sind halt böse. Da darf ich nicht hin. Okay, es sind diese komischen Schlingpflanzenbüschel. Okay. Wir müssen eine andere Stelle suchen. Das Spiel ist sehr dunkel, weil es nachts ist. Ist das Spiel sehr dunkel. Also gerade ist es nacht natürlich. Es ist nicht immer nacht. Ich suche eine bessere Stelle. So. Wir kriegen doch bestimmt noch irgendwo Schlingpflanzen. Die hören sich an wie Pferde. Ähm. In Subnautica geht es nicht um Kämpfen. Da kannst du ruhig hin. Ja, Sigi. Netter Versuch. Ich habe es doch schon mal gespielt. Und diese Viecher haben uns in einem Beta natürlich verprügelt. Das weiß ich nicht. Dankeschön. Oh. Verpasst. Inferno Player. Dankeschön, lieber Inferno Player. Merci beaucoup. So, Schrott lass ich gerade mal liegen. Wir werden ihn später glaube ich noch ohne Ende brauchen. Dass euch das gleiche fällt, oder? Ich bin doch jetzt bestimmt einmal... Uah. Ich weiß genau, was die machen. Die korpolieren. Ich bin einmal im Kreis geschwommen, oder? Hallo. Hallo Byte, Dankeschön, Hallo Byte. Kann ich das lesen gerade? Ne, ne? Nein, kann ich immer noch nicht lesen. Hallo Byte, Dankeschön. Ach, guten Abend. Hallo Byte, vielen Dank. Das ist sehr liebensgewürzig von ihnen. Ähm. Okay, es ist nicht dasselbe Feld, aber ich glaube die schwimmen hier halt auch rum. Da. Und da. Ich hol mir mein Glück. Inventory full, leck mich! Ja, okay, wir fliegen mal wieder nach Hause erstmal. Wir fliegen erstmal wieder nach Hause. Ich hasse Inventory full. Das ist die schlimmste Meldung, die man machen kann. Inventory full. In jedem Spiel. Okay, 200 Meter. In Richtung der Höhle einfach. Gut. Hä? Warum schwammt der Fisch gerade außerhalb des... Okay, vielleicht... Ist ja ein Sprung, oder so. Man weiß es nicht. Da 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 da... Da 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 da... Ach ja, die springen wirklich. Das ist ja süß. Okay, cool. Ähm. Ihhh! Ihhh! Igitt, nein! Der hat gerade abgedampft. Daaa! Ihhh! Widerlich. Ich bin froh, dass die die sofort explodieren. Ai, ai, ai. Okay. Okay. I can't carry anymore. Ähm. Kommunikator. Ding, ding, ding. Frachtbehälter öffnen. Fabrikator benutzen. Werkzeuge. Eine Leu... Ne, ne, ne. Den Höhenschwefel gebe ich jetzt nicht dafür aus. Okay. Lass uns mal ganz kurz überlegen. Bevor ich jetzt sinnlos irgendwas mache, wie sonst immer. Schmierstoff. Silikongummi aus Schlink. Wir brauchen Silikongummi. Ähm. Ich hab ne ganz kurze Frage. Muss ich da jetzt irgendwas machen? Das sind zwei Stunden Realtime bestimmt, ne. Und ich muss innerhalb dieser zwei Stunden bestimmt irgendwas machen. Und bei dem Schifffasser liegt. Ich kann jetzt nicht mehr einfach so durch die Gegend düseln hier, oder? Weil das einfach weiter läuft. Uuuuh. Ja, das ist aber nicht gut. Ne, nur zuschauen. Nein, keine Sorgen. Okay. Okay. Dann beginnt die Story. Das ist die Story. Okay. Du musst dir anschauen, wenn es soweit ist. Okay. Alles klar. Gut. Nicht unbedingt lese ich gerade. Quantenexplosion. Was soll passieren? Was soll denn passieren? Okay. Wir brauchen Gummimatten. Silikongummi. Let's go. Die brauchen wir. Vielen Dank. Ähm. Schmierstoff weiß ich gerade nicht. Ich guck nochmal nach, was wir brauchen. Ähm. Haben wir alles. Reparaturwerkzeug. Oh. Das wollten wir gerade bauen. Wo ist es denn? Ausrüstung, Werkzeuge. Feldmesser. Reparaturwerkzeug. Ja. Ich sollte was trinken. Habe ich das Gefühl. Ich mach mal eben Wasser. So. Und Lord Kalf. Auch die Dankeschön, lieber Lord Kalf. Mh. Mh. Alles klar, Curry. Alles klar. Curry spielt Beat Saber. Ich wollt's nur sagen. Ja. Ja. Genau das denke ich mir auch. Auch unabhängig von Beat Saber. Vital Signs stabilizing. So. Ich hoffe, das hat man nicht gehört. So, wir haben jetzt... Was kann ich reparieren? Alles? Repariere. Ah. Ähm. Repariere? Kommunikator. Nachricht abspielen. Ich hab den... Ich hab den repariert, damit er mal sagt, dass ich niemals gerettet werde. Kann ich das nicht reparieren? Kann ich sonst irgendwas reparieren? Ich will reparieren. Ich hab'n... Hier. Ich kann reparieren. Repariere. Lala. Oh, guck mal, das Kabel. Hui. Das ist ja cool. 4546 Bytes. Was? Ja, cool. Okay. Status okay. Hauptenergiebetrieb. Solarenergiezelle. Solarenergiezelle. Mach schon Platz, ich bin der Landvogt. So, und Murphy. Dankeschön Murphy. Es ist so klein. Ich kann das nicht... Ich brauch echt diesen Bildschirm. Ich brauch den Bildschirm wieder. Puh. 99.999 Stunden sind 16 Jahre. Ja gut, dann geht's ja. Das ist ja okay, jeder wieder. MediCAD nehmen. Okay, brauch ich aber gerade nicht. Glaube ich. Hoffe ich. Ich nehm's trotzdem. Kann ja nicht schaden. So, alles repariert. Und Dr. Pepper auch. Dir Dankeschön, den Dr. Pepper. Ah, es holt langsam auf. Sehr gut. Sehr gut, sehr gut. Bald kann ich nachträglich lesen. Ähm... MediKit. Achso, wir können ja nicht sortieren. Schade. Kreaturenei. Kann ich das identifizieren eigentlich? Hab ich irgendwas zum... Ich hatte... Ich erinnere mich, wir konnten Sachen identifizieren. Irgendwie in der Kapsel oder... Mussten wir dafür ne Base bauen. Ich weiß es nicht mehr. Aber wir konnten Sachen identifizieren. Persönliches. Ausrüstung, Werkzeuge. Feldmesser. Brauchen wir auf jeden Fall auch noch. So. Wahrscheinlich mehr... Es folgt den Massaker auf Abraxis Prime. Der Knife bleibt die einzige Exception. Okay. Wir werden wahrscheinlich ein paar Messer brauchen. Ist jetzt anders. Ah, wir... Ein Scanner. Konstruktionswerkzeug. Das... Oh ja. Da kommen wir noch zu. Auftriebskörper, wie gesagt. Taschenlampe. Scanner. Scanner. Batterie und Titan. Okay. Batterie können wir aber bauen, glaube ich. Oder? Oder brauchen wir was für die Batterie? Wo war die denn hier? Ich weiß es nicht. Ressourcen? Ist Batterie ne Ressource? Säurepilz. Mein Freund der Säurepilz. Den baller ich weg. Mein Freund der Säurepilz. Hat endlich einen Zweck. So. Drei Batterien. Let's go. So. Alles klar. Alles klar. Alles klar. Fabrikator. Fabrikator. Du bist doch der schönste der Welt. So. Batterie. Noch ne Batterie. Energiezelle. Cool. Wir können Energiezellen herstellen, das ist sehr gut. Und mit der Batterie. Einen Scanner. Sehr gut. The Scanner can be used to synthesize Blueprints from Selfish-Technology to record alien biological data. Lieber AirBeat, viel, viel Dank, lieber AirBeat! Und jetzt kann ich noch lesen. Auch dir natürlich viel, viel Dank. Dankeschön, AirBeat One. Dankeschön. Ach ja, so. Ähm, das Messer würde ich, glaub ich, auf der 1 legen, oder? Warte, warte, ich leg das Messer auf die 1. Reparaturwerkzeug brauchen wir nicht so oft, glaub ich. Dann leg ich den Scanner auf die 2. Das sagt alles über mich aus. Messer auf der 1, Scanner auf der 2. Ich komm nicht in die Sternenflotte. Kann ich jetzt Eier scannen? Das nennt man Bundeswehrprüfung. Eier scannen. Jeder, der da war, weiß, wovon ich rede. Okay. Ah, scannen? Selbst scannen. Achso, ich kann mich selber scannen, oder? Ich kann auch so machen. Okay. Achso. Und hier kann ich auch scannen? Paddelkäfer. Ich scanne alles, ihr wisst das, ne? Ich bin der einzige Mensch auf dem Planeten, aber ich werd ne Wikipedia aufbauen darüber. Wart mal schon. Okay. Merkt er sich das eigentlich? Stielauge. Okay. Der ist zu weit weg. Oh, den hol ich mir jetzt. Der will oder nicht. Ah. Komm her, du Pampelmusenmann. Okay. Muss ich später machen. Alles, was ich nicht gescannt habe, scanne ich ein. So läuft das bei mir. Keine halben Sachen. Okay, ich brauch die schnelleren Paddel, glaub ich, ne? Oh. Wenn die tot sind, kann man die viel besser scannen, glaub ich. Okay, ich muss mal kurz weg. Der Dick hat wieder gefurzt. Merkt euch, Tote kann man besser scannen. Säurekapselmantei, alles klar. Ich glaube, die Säurekapseln kann man später vielleicht noch brauchen. Bin mir noch nicht so sicher, aber wir wollen natürlich auch Materialien scannen, um neue Blueprints freizuschalten. Das ist, glaub ich, eigentlich der Plan. Oh, ich muss dringend was essen. Ich muss gleich dringend was essen. Wir haben auch ein bisschen was dabei. So. Die mit Tischkoralle, Dartbank-Eintrag. Kriegt man da noch Blueprints, wenn man scannt? Oh, das haben wir schon, ne? So, Kaninchen rochen. Ja, das kommt mir auch genauso vor. Okay, kriegt man. Cool. Sehr gut. Sauerstoff haben wir noch ein bisschen. Was ist hiermit? Was ist mit diesen Dingern hier? Ah, geht. Fragment. Gesamtfortschritt 50. Ah. Okay, cool. Eins von zwei. Hier ist zwei von zwei. Schön. Gravitationsfall. Mein Bauch ist eine Gravitationsfalle. Das Ding da hinten ist auch wieder Gravitation. Haben wir schon, ne? Oh. Okay, so nehmen wir das jetzt auf. Das ist aber komisch. War hier nicht irgendwo noch so ein kleines Robo-Gedönsel? Nee. Damit geht nix. Signal... Da ist das Fragment, alles klar. Signalboje. Ich glaube, mit der Signalboje kann ich dann, glaube ich, tatsächlich... So. Huch, wer ist der Landvogt? Evil Nicky, glaube ich, oder? War das Evil Nicky? Ich weiß... Oh, jetzt läuft's wieder durch. Oh, Mist. Jetzt kann ich, glaube ich, nicht... Ja... Okay. Einsicht Place, um schon mal... Um die Frage schon mal weit zu greifen. Ich glaube, ich bin mir da fast sicher. Ich würde es auch tun. Aber das Ding momentan unique ist, benutze ich es nicht. Also, für alle anderen, es geht um, äh... Ich weiß nicht immer... Das ist ein Mousepad? Das sieht aus wie ein Tischpad. Ein Mousepad im Größe... Im Größe einer Tischunterlage. Mit euren liebsten Motiven. So, Scheibenkoralle. Hatte ich aber... Ich dachte, die hatte ich schon. So, und AS 2008 Schill, Dankeschön. Kann ich nicht mehr lesen. Ja, das ist natürlich... Okay. Okay. Ich würde gerne mal wieder in die Höhle reinschwimmen und dann da die einzelnen Sachen scannen nochmal. 92. So. 92 Meter war das. Ah, heißt trotzdem Mousepad dann. Okay, alles klar. Okay, ich gehe erstmal... Oder? Ich kann ja... Ich kann ja erstmal diesen Energier... Hatten wir den Energieriegel nicht dabei? Nein, habe ich nicht. Warum habe ich den weggelegt? Okay. Ich gehe erstmal das Essen. So. Da, 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 da. Okay. Behälter wechseln und S. Das sieht sehr gut aus. Wir brauchen langsam auch wieder Wasser, ne? Wenn ich das richtig sehe. Wir haben so viel Krempel einfach und so viel Kacke. Kann ich die Eier hier eigentlich scannen? Wenn ich jetzt mal so mache, gerade... Mach schon Platz, ich bin der Landvogt. So. Jetzt kommt Evil Niki. Alles klar. Dankeschön Evil Niki. Nochmal. Ähm. Das Ding hier würde ich gerne scannen. Was kann ich dafür rüberlegen? Achja, hier. Das Ding scannen. Die habe ich schon gescannt. Und Gold. Okay, was passiert eigentlich, wenn ich die jetzt einfach hier fallen lasse? Geht hier gar nicht. Ich kann die nur draußen fallen lassen. Wir haben auch noch eine andere Kiste. Okay. So. Vorrat umsehen. Achja. Wir haben ja auch noch eine Kiste. Alles klar. Ich mach mal kurz was. Dann... Fabrikator. Persönliches. Werkzeuge. Nein. Ausrüstung. Ja. Nein. Vielleicht. Eventuell. Nein. Ressourcen. Nein. Geräte. Huch. Verwendet künstliche Gravitation, um leichte Objekte und kleine Tiere anzuziehen. Navigationshilfe. Behält und sendet seine Position. Name veränderbar. Die brauchen wir. Kupfer, Herz und Titan. Alles klar. Wir machen eine Signalboje. Vielleicht sogar zwei. Für Höhlen. Und eine Gravitationsfalle. Für Happa Happa vielleicht. Damit wir da kleine Fische anziehen können. Und Schnabulation. So. Okay. Das haben wir. Ähm. Ich hab'n Funkspruch am Radio. Warte. Oh. Oh. Receiving prerecorded distress call. Laying back. This is Lifepod 3. Uploading our coordinates. We're plugging some holes in our emergency sea glide. So if we're late for the rendezvous, don't panic. Also, don't go home without us. Seriously. Three out. Ten. No location uploaded to PDA. Six. Five. Four. Three. Two. 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 Three. Two. 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 Three. Ich kann das reparieren. Ich kann das reparieren. Ich hab so'n Repair-Ding. Die Radiation Suit hat in deinem Blueprint-Database gelegt. Wow, okay, okay. Alles klar. Nice, 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 nice. Also ich glaube, um das irgendwie zu reparieren... Hätte man das schaffen können? Hätte man das retten können? Kann passieren, ist nicht so schlimm. Würde mich mal interessieren, ähm, hätte man das retten können? Weil ohne Radiation Suit kommt man da glaube ich gar nicht rein, ne? Auch vorher schon nicht. Mich würde nur interessieren, ob es geht. Nein, hätte man nicht, okay. Du hättest es reparieren können, nur leider zu spät. Ah, ist scripted. Alles klar, okay. Ich muss schon wieder pinkeln. Kannste gar nicht erzählen. Was ist da los? Ähm... Signalbojen. So, was hatten wir denn hier? Radiation Suit, Fasergewebe. Wir brauchen Fasergewebe, wo kriegen wir das her? Faser. Faser. Faser, do you hear me? Wir brauchen Fasergewebe. Vom Herrgott persönlich. Äh, Isig... Oh, das wird noch schön hier. Mit dem Bauen, da freue ich mich drauf. Okay, Faser... Äh... Energiezelle, Batterie und Silikongummi. Tragbare Energiequelle mit hoher Kapazität, okay cool. Äh, wir brauchen Wasser. Das dürfen wir nicht vergessen. Kreislauf-Tauchgerät. Spart Sauerstoff beim Tieftauchen. Absorbiert CO2... Oh, Kabelsatz und Fasergewebe. Wo kriegen wir Fasergewebe her? Wo ist es? Wo kann ich das denn sehen hier? Bauplä... Ist das nicht bei Bauplänen? Habe ich das übersehen? Wir haben es noch nicht, ne? Wir haben noch nicht gelernt, wie man Fasergewebe herstellt. Oder ich übersehe das hier die ganze Zeit. Das kann natürlich auch sein. Seegleiter. Freue ich mich auch drauf. Ne, sehe ich noch nicht. VK... Okay. Ähm... Das heißt... Nein, 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 nein. Ich habe Subnautica Below Zero nicht gespielt. Besatzung meldet defekten Seeg. Was? Rettungskabel... äh, Rettungskapsel 3? Was? Sollte ich... Oh, warte mal. Ich muss sowieso erst mal trinken. So, okay. Wie so ein Hai. Ich muss erst mal kurz was trinken. Und zwar, ich muss vier Fische trinken. Wenn das weiter so geht. Momentan eher drei Fische. Okay, Algen können wir uns gleich holen. Easy peasy. Ähm, Messer haben wir jetzt. Aber... Erstmal muss ich jetzt... Erstmal so eine Blasenfant da hier. Hör mal! Ach, Inventar voll. Oh Mann, ey. Achso, was... Ich wollte ja noch... Ich wollte ja noch das hier machen. So. Und dann mal gucken. Äh, hier. Schweber. Ich kann Eier nicht scannen. Ich kann nix damit machen. Ich kann die nur einsammeln. Kann ich aber kein Omelette machen, Mann? Was ist denn das? Für ein... Für ein lebenshassendes Spiel, in dem man aus Eiern nicht mal Omelette machen kann. Also ganz ehrlich, das prangere ich an. Das muss doch gehen. Es muss nicht gut schmecken. Es muss nur funktionieren. Ich suche noch mal eben ne Pulle Wasser. Da war... Ich hab nen Schatten gesehen von einem Blasenfisch. Nicht. Da war ein Schatten, ich schwör's. Äh, mal ne Frage. Wenn ich jetzt hier in der Nähe die ganze Zeit Blasenfische jage, kann es sein, dass das irgendwann keine mehr gibt? Oder die seltener werden? Also, kann es sein, dass die nicht mehr respawn? Was ist denn das? Wo ist denn das? Wo ist denn das? Seegleiterfragment. Uuuuh, ja hallo. Das werden wir brauchen. Okay. Oh, ist also so. Okay, gut zu wissen. Na ja, dann trink ich mal nicht mehr als nötig, wa? Okay. Okay, na gut. Was essen könnte ich auch, mein Kleiner. Da haste recht. Dankeschön. So, kurz mal Happen speisen und was trinken. Alles, was du aus der Landschaft entfernt oder tötest, wird nicht respawn. Okay. Dann sollte ich möglichst schnell von Fischen auf andere Nahrung übergehen, oder? Wir sollten dring ein Wasserfilter irgendwie bauen. Dann haben wir noch ein kleines Fischlein machen wir uns noch. Ich spiele Subnautica und das ist nicht so, die Fische respawnen immer wieder. Okay, geteilte Meinungen heute. So. Essen. Ich esse mal ein bisschen Wasser und dann nochmal gekochten Glubscher. 105. Oh, da bin ich aber voll jetzt. Das ist gut. Ähm. Und ich würde nochmal ganz kurz eben, ich bin ganz kurz eben, ich bin gleich wieder da. So. Hä? Die respawnen. Okay, na gut. Also lassen wir uns überraschen. Jupp, die respawnen. Okay, lassen wir uns überraschen. Die kriegen Kinder. Okay. Ah, vielleicht so. Wenn man die also komplett ausrottet, vielleicht haben beide recht, wenn man die komplett ausrottet, wachsen die nicht nach. Ähm, wie es früher bei Forest mit den Lurchen waren und so. Und, ähm, wenn man aber nicht zu viele holt, dann wachsen die vielleicht wirklich nach, weil die sich wirklich fortpflanzen. Wenn aber keiner mehr da ist zum Fortpflanzen, vielleicht kommt dann auch nichts mehr. Das kann natürlich sein, damit man nicht ausrottet. Okay. Fische respawnen. Es sei denn, du entfernst alle Eier. Das würde ich ja nie tun. Hm. Okay. Ähm. Ich geh ganz kurz nochmal. Ich glaub, es liegt hier ran. Das treibt ein bisschen. Ich bin gleich wieder da. Äh, zwei, drei Minuten. Ich bin, äh, die meisten Probleme lösen sich, sobald du anfängst, weitere Reisen zu machen, mehr zu erforschen. Geht ja bald an, glaub ich, ne? Wir sind ja ganz gut unterwegs. Ich bin gleich wieder da. Ähm, zwei, drei Minuten. Bandagen nutzen. Ja, später, später. Okay. Bis gleich. Moment. Äh, erstmal wieder hier. Wir sind jetzt in zwei, drei Minuten wieder. Nutzt die Gelegenheit. Ne, holt euch was zu trinken, holt euch was zu knabbern oder geht selber aufs Klo. Wir sind jetzt gleich wieder zwei, drei Minuten. Bis gleich. Moment. Ah, so. Ich hab mir heimlich noch diese, wieder diese tollen Frikadellen geholt. Mach doch mal eine Pause. Mach doch mal eine Pause. Mach mal eine Pause. Mach mal eine Pause. Einfach mal. Weil man nichts kann. Eine Pause ist so schön. Kennst du den auch? Da kann man aus dem Fenster drehen. Der lebt auch noch. Die Welt kann sich immer noch weiter drehen in der Pause. So. Alle machen Pause. Wer macht eine Pause? Petra macht eine Pause. Jens macht eine Pause. Söger macht eine Pause. Horst macht eine Pause. Susi macht eine Pause. Und Luli eine Sause. Sause, Sause, Sause. Ab in die Pause. Sekunde. Schnell was trinken. Pause, 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 Pause ist rum. So. Hi. Da sind wir wieder zurück. Im Spiel. Pause ist rum. Leider. Und jetzt müssen wir mal die Popcorn-Oma. Die hab ich grad nicht zugeschaltet in der Pause. Ich hatte grad nur noch den Putin. Den einen, den Büroputin. Der Winterputin. Der Sommerputin müsste ja auch bald wieder kommen. So. Getrunken hab ich jetzt. Gegessen hab ich was. Und in-game ist die Gesundheit nicht grad am besten. Da müssen wir Bandagen craften. Um das zu machen, müssen wir aber erstmal ins Feld ziehen. Quasi. So. Voll der Bauchklatscher grade. So voll unelegant. Okay. Dann düse ich mal kurz in das Feld, wo die Viecher sind. Da 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 da. So. Leute, bitte macht doch nicht für andere Streams Werbung. Leute, macht das bitte nicht. Und macht doch nicht in anderen Streams Werbung für meinen Stream. Das macht man auf Twitch nicht. Dass man das erklären muss. Ey, ging das? Ich dachte, ich mach das so. Kann ich nicht mit nem Messer abmachen? War mir nicht so? Oder muss ich das am Boden machen? Ne, ne? Ach hier. Schneide hier. Ich, ich. Ach so. Mit rechts nicht. Mit links. Alles klar. So. So. Eine Schling... Hä? Die ist alt? Ich ess die jetzt. Wieso ist die alt? Die haben wir grade frisch gesammelt. Komisch. 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 So. Die ist neu. Okay. Ich weiß gar nicht, warum die grade alt war. Schlingpflanzenprobe. Okay. Ich geh mal ganz kurz wieder. Die ist leider sehr groß. Da muss ich mal gucken. Wines werden sehr schnell schlecht. Okay. Okay. Die Nahrung kann verfaulen. Ja gut, das kann ich auch. Aber ich muss ja trotzdem wieder zurückkommen, wenn ich was draus machen will, oder? Ich muss auf jeden Fall... Ich muss auf jeden Fall mehr davon machen. So. Zack. Okay. Fabrikator benutzen. Was kann ich daraus machen? Elektronik? Nein. Hier Grundmaterialien. Fasergewebe. Ja und zwei! Null! Scheiße. Silikon Gummi. Das mach ich nochmal. So. Okay. Grundmaterialien. Elektronik. Kabelsatz werden wir später auch noch brauchen. Was war denn hier schönes? Pfadbinderwerkzeug setzt. Holographische Pfadbinderscheiben aus. Wird verwendet, um einen Weg aus Höhlen zu markieren oder aus Bereichen in die Orientierung schwerfällt. Höchstens 20 Scheiben pro Fahrt. Okay. Jetzt haben wir natürlich keine mehr von diesen komischen Samen, aber egal. Die Bojen haben wir noch. Ich mach nochmal einen wasserdichten Behälter. So. So. Und den würde ich vielleicht nochmal ganz kurz draußen aussetzen, damit wir ein bisschen mehr Platz im Inventar haben. Wenn die diese fetten Klumpos nicht rumschwimmen würden. So. Gut. Vorrat ansehen. Was kann ich denn da mal reinfüllen jetzt? Ähm. Blei brauchen wir. Wir brauchen eigentlich alles. Ich tu jetzt nochmal Quarz rein und Blei hier. Und Gold brauchen wir gerade auch nicht. Kupfererz brauchen wir. Silbererz. So. Okay. Gut, 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 gut. Dann schwimmen wir erstmal rüber, holen uns noch eine zweite Schlingpflanze und machen dann... Die nehmen halt echt viel weg, ne? Im Inventar. So. Hab ich noch ein Ei im Inventar? Oh. Ja, ja, das Kreaturenei soll ich ab... Ja, hab ich noch. Offenbar. Okay. Ich hätte das ablegen sollen. Oder ich soll es einfach... Ich lass es einfach... Ich dropp das gleich einfach. Okay, ganz kurz. Ich will mal was gucken. Das reicht schon. Okay, ich muss die also nur anschnipseln. Ich brauch die also gar nicht kaputt machen. Uh, hallo! Diese Kisten... Warte mal, die haben wir auch an den Absturzstellen. Da müsste ich vielleicht da mal... Müsste ich vielleicht auch mal da gucken. Hm? Ich flieg da mal ganz kurz hin. Das haben wir schon, ne? Haben wir... Haben wir schon, ja. Okay. Dann lass uns mal ganz kurz... Wo war das denn? Da in die Richtung. Okay. So. Äh... Nö, wir haben gerade keine Kodierungsverzögerung. Haben wir nicht. Aktuell. Das Einzige, was ich noch machen könnte... Warte mal. V-Sync sollte... Das sollte eigentlich an sein. Okay. Hat ich angeschaltet. Kodierungsverzögerung ist bei 0%. Die ist aktuell bei 0%. Das sollte also eigentlich alles okay sein. So. Du 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 du... Da liegt's. Okay. Kron, kannst du mich mal bitte anrufen? Danke. Ja klar. Das mach ich ja den ganzen Tag. Das ist ein Hobby von mir. Leute anrufen, die mich einfach anschreiben und fragen. Das... Wat soll ich auch sonst machen mit meinem Leben? Okay. Ist da auch noch was drin? Da kann man nix machen. Schade. Wollt ihr mich verarschen, ihr fetten Klumpos? Seegleiter verfügbar. Ja, nice. Ja, hallo. Hier ist leider nix drin. Nein. Okay. Don't care. Hey. Oh, da tauch ich doch gar nicht mehr auf. Da warte ich doch einfach hier. Ah. Der Stream läuft nicht sehr flüssig. Das liegt heute aber an Twitch. Das liegt nicht an mir. Wie gesagt, bei mir hab ich 0% Verzögerung. Einige Leute haben Freezes. Bei einigen läuft's gut. Mach mal selbst scannen. Bin ja nicht krank, glaub ich, oder? Gesund. Alles gut. Scheibenkoralle hab ich auch schon. Du alte Scheibenkoralle. Gronk ruht doch bitte alle mal an. Mach ich nach dem Stream. Da rufe ich alle persönlich nochmal an. Und danke fürs Zuschauen. Das machen wir jeden Freitag so. So. Wie gesagt, wenn's freezes, ich kann nix dafür. Es liegt halt nicht an mir. Ausgelassene Frames. 311 von 682.000 sind 0%. Und 78 wegen Codierungsverzögerung von 683.000 0%. Also. Ja. War gestern bei den ESL Streams auch. Alles klar. Okay. Ja, dann kann ich nix dafür. Wir brauchen noch... Ah ne, wir haben nur eine Batterie. Schmierstoff, Kupferdraht. Nein. Nein. Haben wir abgelegt. Okay. Ähm. Nee, ruf dich wieder an. Man wird dich nicht los. Das stimmt. Ja, okay. Ich leg gleich auf. Ja, gleich leg ich auf. Ah, ja. Was ich noch sagen wollte. Ähm, ja. Hm, hm. Okay. Wir haben die Dinger. Alle schon verfault. Aber kann ich nicht trotzdem benutzen? Oh, das mach ich. Schwimmflossen mach ich auf jeden Fall. Schwimmflossen mach ich auf jeden Fall. Oh, okay, okay, okay. Gut. Jetzt können wir Medikits bauen. Gut, Leuchtfackeln sowieso. Okay. Ähm. Das Kreaturenei müssen wir loswerden. Gravitationsfalle wollte ich noch auslegen unter dem Ding hier. Und das Kreaturenei, ganz ehrlich, das kann ich gleich daneben legen. Sooo. Am besten irgendwo hin. Aber will ich überhaupt Fische anlocken? Ich, ich will die Fische ja eigentlich nicht... Ich leg die mal hier hin. Fallen lassen. Wow. Ähm. Ähm. Sterben die Fische? Kommen die da auch wieder weg? Ach, hau doch ab da mit deinem Gefurze. Sterben die Fische da jetzt? Hm. Okay, das hier lass ich... Das dropp ich auch. Plopp. Kann ich das denn scannen? Ne, ne? Ne. Was kann... Uah, Alter! Kommt er hier mit seinem fetten Arsch? Mann, Mann, Mann. Okay. So. Oh, ich bin in der Säure, ne? Ich bin gleich tot! Oh! Das war grad nicht so gut. Okay, ich würd gern hier nochmal durch. Aber zum Glück erholen wir uns ja relativ schnell wieder. Das haben wir schon. Quarz vielleicht nochmal abscannen? Haben wir auch schon, okay. Okay. Hier sind ja ganz viele Fischeier, die können sie ja ruhig erholen. Das ist gut. Na, guck mal, wer wieder da ist. Hallo, Kleiner! Ja, alles klar. Okay, also Fische respawnen. Aber kein Schwefel drin. Cool. Sandstein. Alter! Kann man die eigentlich irgendwie auf Abstand halten oder so? Kein Schwefel mehr drin. Schade. Ah, ist natürlich ärgerlich. Okay, unten können wir nichts scannen. Ärgerlich. Wir brauchen die Taschenlampe, ne? Damit ihr was seht. Weil ich sehe ja momentan alles, aber ihr wahrscheinlich nicht so viel, vermutlich mal. So. 30 Sekunden. Gut. Oxygen. Oxygen. Oh, alter. Okay, das sieht schon... Das sieht schon mächtig eindrucksvoll aus. So nah wie der Planet ist, müssten wir nicht in dessen Gravitationszone sein oder umgekehrt? Boah. Guck ich mir grad einfach nur so an. Wahrscheinlich kommen gleich die Furzer wieder angeschwimmen. Angeschwimmen. Bei den explodierenden Fischen am besten drauf zu und dran vorbeischwimmen. War da aber grad schlecht. Hätte ich nur im Kreis schwimmen können tatsächlich. Aber ansonsten gut. Probier ich mal. Achso. Stimmt, die Gezeiten hier. Stimmt. Eigentlich müsste das Meer wegfliegen hier gerade. Huuu. Oh, unerforschte Eier nicht überall ablegen. Okay. Was ist das für ein Geräusch? Moa, moa, moa. Okay, das Ei, was wir hier abgelegt haben. War das ne gute Idee, das hier abzulegen? Ne, ne? Hängt der da auch in der Gravitation fest? Dat wär witzig. Eigentlich wär's nicht so witzig. Okay, das Ei hängt glaube ich auch in der Gravitation fest. Naja, ich lass die mal machen. Hauptsache die haben Spaß. So. Auf Sandsteinbrocken kannst du draufschlagen, da sind Ressourcen drin. Das ist ein super lieber Tipp, aber wir sind momentan eh schon über alle Maßen gefüllt. Deswegen wollte ich das nicht. Wir brauchen erstmal, wenn wir anfangen uns ne Basis zu bauen, ne richtige, dann geht's los mit dem Sammeln. Das hier ist noch gar nix. Lubricant is essential in construction of vehicles and power plants. Glasen, Fisch und Silikon, Gummi, Notfall, okay. Ähm, Konstruktionswerkzeug, Kabelsatz, Computerchip. Glas. Äh, können wir kein Glas machen? Ach, das Quarz hab ich nach draußen gelegt, ne? Oder haben wir hier welches? Ne, hier ist noch Titan, okay. Obwohl Quarz ist da auch. Äh, ich hol mal kurz das Quarz rein. Quarz rein! Nein! Wo sind die Dinger? Von oben seh ich die immer, von hier seh ich die jetzt grade nicht. Hä? Da sind die. Die sind so klein. Warte mal, diese komischen grünen Dinger, die sind so nervig. Ähm, war hier Quarz drin? Jo, hier war Quarz drin. Ich glaube Quarz brauchen wir eh nur für Glas, ne? So. Glas, 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 Glas. So. Was war das grade noch mal? Eine Taschenlampe. Gut, die haben wir auch. Braucht die Energie. Ähm, wir müssen schon wieder Wasser herstellen. Ähm. Gibt's irgendwas, wo wir Wasser herstellen können? Ja, ne? Also das Wasser von draußen einfach aufbereiten können? Batterie, Kupferdraht, Titan. Batterie, Kupferdraht, Titan. Mh. Kupferdraht? Was? Für Batterie brauchten wir... Ähm. Ähm. Wieso kommt mir Wasser durch? Hä? Was... Was ist das? Warum schwappt's hier so rum? Zack, und wieder rein. Ist nur ein Glitch. Okay, alles gut. So, Batterie. Ähm. Batterie... Wir haben schon noch eine Batterie. Dann Kupferdraht. Kann man nicht machen, weil wir Batterie gebaut haben. Alles klar, alles klar. Ich geh nochmal raus. Kupfer haben wir noch. Ich glaub, wir haben noch Kupfer, ne? Das war nicht... Das war nicht das Wichtige. Gold. Wir haben kein Kupfer mehr? Wir haben... Ein Kupfererz. Wir haben... Ok... Ich schwimm nochmal kurz in die Höhle rein. Müsste hier... So... 92 Meter. Warum gehst du immer oben raus? Weiß ich nicht. Mag ich lieber. Mag ich irgendwie lieber. So. Äh. Wie man hier aufs Klo geht, weiß ich ehrlich gesagt auch nicht. Mit dem Taucheranzug. Titan. Na hey. Ist hier immer... Kupfererz. Ja, nice. Sag mal schon. Wollte schon fragen. Ist da immer Titan drin, aber offenbar nein. Kupfererz. 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 Nette Menschen trinken gerne Kupfer... Das ist ein Auge. Ähm. Ich repariere das mal eben. Ok. Das ist ein bisschen ekelhaft, aber hey. So, die sind noch weg. Das ist sehr gut. Ok. Blei. Silbererz. Ein bisschen Jolt. Gut. Ich muss in deren Richtung schwimmen. Alles klar. Ich probier's immer noch mit Flucht. Titan. Aha. Höhlenschwefel. Nice. Dankeschön. Titan. Ein Fischei. Alles klar. Kupfererz. Sehr gut. Titan. Wer braucht sowas denn schon? Ähm. Meine Frage zum Verständnis. Ich kann doch einfach alles, was ich finde, auch irgendwie liegen lassen. Wie die Pilze am Anfang. Ich kann das einfach auf den Boden droppen und das bleibt da. Das despawnt ja nicht. Also haben wir quasi genug Platz für ein Lager. Nur, dass wir es halt hinterher vielleicht in Kisten sortieren müssten. Könnten. Müssen ja nicht. Naja. Ich hab ein Auge drauf. Da konnte ich jetzt wirklich nicht dran vorbei. Oder doch? Ich weiß es nicht. Unendlicher Speicher und die spawnt nie. Oh, gut. Oh, da ist nix drin. Arschlochfisch. Null. Hä? Wo war der Sound? Ich drücke Schiff zum Schnellerschwimmen. Das mach ich jetzt schon. So, was wir jetzt gerade noch brauchen. Äh, ganz kurz. Ich bräuchte eben noch ne Wassertüte hier. Ah, sehr gut. Komm mal her. Ah, diese leckeren Wassertüten. Ah. Inventar voll, nein! Ja, gut. Erstmal zurückschwimmen, dann holen wir uns weitere Wassertüten. Oft Speichermitte, das Spiel kann man abstürzen und macht keinen Autosave. Uh, das ist klar. Na schon Platz, ich bin der Landfurt. Und Mr. Valtiel auch dir. Vielen, vielen Dank, mal wieder. Der Herr Valtiel. Hab ich nie verpasst eigentlich? Oh ja, Floh Wumpelwurst hab ich verpasst. Bloody Peanut auch dir Dankeschön. Und nochmal Bloody Peanut, vielen Dank. Und AS 2008 Schill auch schon wieder. Hast du Philips Hue Lampen bei dir im Hintergrund? Ja, das ist alles Philips Hue. Und jetzt auch hier hinterm Rechner. Tatsächlich. Warte mal. Alexa, Studio auf 100%. Jetzt müsste ich auch mehr leuchten. Oh ja, cool. Sehr gut. Ja! Ja, sehr gut. Sehr gern. Für morgen... Soll ich's... Will's zeigen? Okay, die Pan will... Die Pan bastelt ja gerade. Warte mal. Ist doch egal wer entsprochen. Ist doch egal. Guck mal hier. Pan bastelt für morgen. Kann man... Oh, die Kamera ist zu klein. Oh, die Kamera ist zu klein. Oh, ich muss gleich trinken. Warte. Oh, wie das stinkt. Oh, das riecht... Das riecht voll nach Kleber. Oh, ich glaub der Chat ist bei mir grad eingefroren. So. Oh, jetzt geht's. Alles klar. Guuuut. So. hammer der medi-kip fabrikator macht konstant medi-kipz ach so ok das wusste ich nicht warte mal dann trinke ich daraufrael muss aber auch was essen langsam und vor allen dingen kupferdrähte wollen wir machen Guck mal dran. Sehr gut. La-la-la-la-la-la Ach, im Aquarium kann man später Fische züchten. Ah. Sehr gut. So. Okay. Und einen Kabelsatz können wir später schon mal machen. Silbererz haben wir eh. Spart Platz im Inventar. Wir brauchen das ja eh. Geräte. Das haben wir schon. Huch. Äh. Ja, Tobi. Viel Dank lieber Tobi. Huch. Die kommen immer so überraschend. Wir können einen Seegleiter bauen. Let's go. Seegleiter. Hatten. Ach, krass. Okay, das wird immer spannend, glaube ich, oder? Ich habe das Gefühl, das wird immer spannend. Okay, warten. Das ist Avery Quinn, von Trainingship Sunbeam. Aurora, du kannst du? Over. Nothing but vacuum. These Altera ships. They run low on engine grease, send an SOS. You offer to help, but you don't pick up. Aurora, I'm out on the far side of the system. It's gonna take more than a week to reach your position. Do you still need our assistance? Over. I'll try them again tomorrow. Damn Charters gonna have us blowing our credits running errands for Altera. See what the long range stands pick up in the meantime. Das ist ein bisschen bitter. Ruf nach Hilfe und dann kommt nix mehr. Weißt du so, ja, na klar. Ja. So, okay. Wir haben jetzt nen Seegleiter. Den würde ich gerne dann... Kann ich den hier unten mit reinstopfen? Taschenlampe, vielleicht statt dem Repair-Ding. Das brauchen wir nicht immer. So. Und gleiten wir schon? Hab das nie gemacht. Ich hab keine Ahnung. Schwimmen wir jetzt schneller? Schwimmen wir jetzt schneller? Was ist das denn? Ich bin mir nicht sicher, ob wir schneller sind. Ja, okay, okay. Das ist schon nice. Aber wir brauchen Batterien, ne? Wir brauchen Batteries. Okay, was ich gerne machen würde... ...ist nochmal ganz kurz... ...in 90 Metern... ...die Höhle markieren. Weil ich die gerne mag. Und ich den Marker gerne ausprobieren möchte. Das waren 92 Meter, ne? Hier müsste es gewesen sein. Ist das hier? Huch. Doch, hier ist es. So. Ich würde gerne hier... Signalboje einsammeln. Okay. Kann ich den nicht benennen noch? Vor den... Ah, Signalboje. Alles klar. Ich dachte, ich kann ihn noch benennen. Hm, okay. Okay. Ich würde vielleicht mal hier benutzen. Oh, hier geht's ja auch noch lang. Okay, Signalboje sehe ich jetzt. Was? Was? Lags und was, was, was? Achso. Ausgerechnet bei Subnautica. Ja, das tut mir leid. Ich kann leider nichts dran ändern, wie gesagt. Oh. Ih. So, wo geht's denn hier hin? Hier ist doch auch schön. Da ist die Signalboje. Da ist die Signalboje. Ich dachte, ich kann die Signalboje noch benennen. Übrigens. Hier kann man auch aufsch... Ich hab den nicht gesehen. Ich hab doch... Ich hab den nicht ges... Oh, die hat die ganzen Eier zersplittert hier. Alter, was für ein Wichsfrosch. Nehm ich mit. Ich klaue seine Base. Was? Die ganzen Eier. Oh Mann. Guck mal. Nein. Die werden nie wieder schlüpfen. Nein. Meine Grundnahrungsmittel. Nein. Seek Fluid intake. Wollte ich gerade fragen. Was brauchen wir noch? Um Wasser zu filtern. Ohne Fische zu essen dafür. Na, jetzt. Hallo. Fisch, beruhig dich mal. Wenn ich nur essen. Das kann doch jetzt nicht so wehtun. Und essen muss ich auch. Mal ganz kurz hier zu unserem... Oh, hier ist Seafood. Der hat wieder gekackt, ne? Ja, der hat wieder gekackt. Ich find's hier irgendwie schwieriger, die Fische zu sammeln. Ach, inventory full. Alles klar, tschüss. Korallen und Salz. Okay. Salz und Koralle. Dann mach ich das mal als nächstes. Ich probier mal... Wo ich Salz herkriege, weiß ich noch nicht genau. Stimmt, das haben wir ja auch schon in der Beta gemacht. Salz und Korallen. Ich erinnere mich dran. Um die Fische ein bisschen zu entlasten. So. Okay, leider müssen wir noch was essen. So. Ich muss nur mal gucken, wo ich Salz herkriege. Aber erstmal... Erstmal gönnen wir uns einen leckeren Snack hier, oder? Hä? Kann ich die mal einsammeln jetzt? Sag mal... Ich... Hä? Wieso kann ich die Dinger nicht einsammeln hier? Ich muss mich verarschen. Geht das nicht? Ich dachte, die Falle wäre dafür da, um die zu ess... Also, zu sammeln. Jetzt! Alles klar. Bumerang. Sehr gut. Die Moko soll's essen. Wo könnte es mitten im Air bloß Salz geben? Ja, aber ich glaube, das kann ich nicht einfach filtern, oder? Das kommt ja später mit dem Filter. Okay, ich kann's filtern. Aber jetzt noch nicht, momentan. Oh. Inventar voll. Alles klar. So. Alles klar. Gekochter Bumerang. Meine Leibspeise. Köstlich. Base bauen und Wassermelone anpflanzen. Das ist ja ne gute Idee. Zum Glück muss man die nicht gießen. Gepökelt. Salzablagerung. Okay, da müssen wir mal gucken, wo wir die herkriegen. Aber ich bin immer noch nicht satt. Okay. So. Ah, der macht jetzt wieder neu. Okay. Ich bin immer noch nicht satt. Das ging schneller als... Hä? Auf einmal so dunkel. So, sorry. So, das muss aber reichen fürs Essen jetzt. Ich mach mir den Bauch wieder richtig voll. So. Juhu. Du kannst die Boje benennen. Sehr gut. So, halt. Dann machen wir das. Und dann nochmal ganz kurz. Ich glaub das geht. So. Essen, essen. Ich muss trotzdem irgendwie die ganze Scheiße mal loswerden. Wir haben wieder zu viel Krempel. So, was ist jetzt wieder los? Immer stressig. Ich glaube, ich muss da hin mit dem Ding, ne? Gut, ich probier gleich mal die Boje zu benennen. Signal Boje 1. Ich probier die mal zu benennen. Mit einem richtig eleganten Bauchklatscher geht alles. So, warte. Okay. Von vorne? Ich weiß hier nicht mal, wo vorne ist. Ah, Bojename bearbeiten. Alles klar. Nenn ich mal, äh, fette Höhle. Oder ist das zu unrollenspielerisch? Fette Boje. Äh, fette Höhle. Fette Höhle, alles klar. Ist gar keine so fette Höhle. Ich glaub, da kommt später noch viel fettere. Aber jetzt momentan von unserem jetzigen Level. So. Ach, schön hier. Diese fluoreszierende Landschaft ist echt... Ja, ist schon nice. So. Ähm. Was ist da los? Muss ich da hin? Ich mein, mein Inventar ist eh fast voll. Diese komischen... Wir haben jetzt den Seegleiter gemacht. Was kann ich denn noch machen? Ich guck mal ganz kurz eben, was wir noch nicht haben. An Werkzeug und Ausrüstung. Fahrtfinderwerkzeug können wir jetzt machen. Okay. Mal gucken, wann wir das brauchen werden. Ausrüstung. Schwimmende Luftpumpe. Startpunkt für Leitungssystem. Leitung. Brauchen wir momentan noch nicht, ne? Kreislauf, Tauchgerät, spart Sauerstoff beim Tieftauchen, absorbiert CO2. Das können wir machen. So. Und dann brauchen wir den Strahlenschutzanzug noch. Da brauchen wir Fasergewebe und Blei. Vielleicht machen wir den auch nochmal. Fasergewebe und Blei. Okay, das sieht doch schonmal alles ganz gut aus. Fasergewebe und Blei. Wir holen uns erstmal Fasergewebe. Warte. Ist ja gut, Dickerle. Das ist ne Taschenlampe. Das ist ne Taschenlampe. So. Energie. Verbraucht leider alles Batterie. Äh, Energie. Ich glaube, da muss ich dann später Batterie wieder nachfüllen. So. So. Fasergewebe. So. Ich mach die Taschenlampe vor euch an, damit ihr mir ein bisschen mehr seht auf Twitch. Ich persönlich bevorzuge die Dunkelheiten. Aber gut. Schmeiß Kinder Schoki. Lumen! Ich will diese Kinder Schoki haben. Wo ist die Kinder Schoki? Ich seh davon grad nichts. So. Gut, das haben wir. Ähm. Faserge- Was sollte ich gerade machen? Hab ich wieder vergessen. Fasergewebe. Bin sicher, ich seh das gleich. Ach ja, Blei braucht mir noch. Genau. Fasergewebe erstmal herstellen. Ich brauch zwei Fasergewebe, oder? Eine reicht nicht, ne? Oder? Oh, haben wir schon. Alles klar. Dann brauch ich noch einmal Blei. Das haben wir draußen. Oder haben wir hier drin auch was? Liegen die, ne? Nö, haben wir nicht. Aber ich könnte hier natürlich... So. Gold. Oh ja. Macht doch was ihr Gold. Ähm. Kupfererz. Quarz. Okay. Blei. Ich weiß gar nicht mehr, wie er braucht. Ich nehm ein bisschen was mit. Nanananana. Nase juckt. Nase juckt. Mach schon Platz. Ich bin der Landvogt. Und Random Host. Vielen Dank, lieber Random Host. So. Strahlenschutzanzug. Let's go. Dann haben wir den nämlich auch schon mal. Cool. Den hatte ich noch nie. Damals war das immer so... Huh. So, da haben wir ihn. Bleihaltiger Strahlenschutzanzug! Und was die beiden Dinger machen, das weiß ich allerdings noch nicht. Da müssen wir noch irgendwas machen. So! Ähm... Mümmimmimmimmimmimmimmimmimmimmimmimmimmimmimmimmimmimmimmimmimmimmimmimmimm! Strahlenschutzhelm. Kreislauf-Taucht-Gerät. Okay... Da gibt es also Unterschiede... Und das Ding nimmt echt viel ein. Ladestand! 94% Kann man das Inventar irgendwie vergrößern eigentlich? Weiß das jemand, das Inventar vergrößern? Das wäre mir ja irgendwie ein Anliegen. Ich weiß nicht warum. Fabrikator, nanana, Schild, Solarmodul, Quarz, Titan, Kupfererz, Sauerstoffgenerator und andere Module mit Energie? Kann man nicht. Oh, ist nicht so gut. Okay. Na gut, schade. Inventar vergrößern ist mein Lebensmotto einfach. Mobile Fahrzeugstation. Bestandteile unbekannt. Ah, wir müssen noch scannen. Laserschneider, Konstruktionswerkzeug. Ähm, das haben wir. Das würde ich gern noch machen. Computership, Kabelsatz, Batterie. Hat man nicht einen Kabelsatz? Hatte ich da nicht einen? Computership, Kabelsatz, Batterie? Computership. Chlorbleiche. Deinfektion, okay. Computership, Tischkorallenprobe, Gold, Kupferdraht. Tischkorallenprobe, Gold, Kupferdraht. Wo sind denn die Korallen hier? Hier ist doch irgendwo die große Korallition. Tischkorallenprobe, alles klar. So. Zwei brauchen wir, ne? Na, jetzt fall doch nicht auch mal runter. Warte. So. Gold und Kupfer. So. Gold und Kupfer. Gold haben wir. Ich glaube Kupfer wird. Warte, wir brauchen doch echt viel Kupfer. Wieso brauchen wir so viel Kupfer? Ah ja. Wir müssen wieder Kupfer sammeln gehen. Let's go. Wird angegriffen. Ja, nein! So. 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 Ab in das große Po-Loch. Und dann erstmal wieder lauter Titan sammeln, das wir gar nicht haben wollen. Und dann hoffen, dass es Kupfer ist. Da ist auch nichts. Ich hoffe, die Viecher sind nicht wieder da. Doch, die Viecher sind auch wieder da. Das Problem ist, ich kann da nicht geradeaus schwimmen. Okay, ich mach mal kurz. Ich probier mal. Mal gucken, was passiert. Oh, das ging. Cool. Oh, ich hasse diese Viecher. Da ist noch einer. So. Das haben wir gemacht. Nix drin, natürlich. Klar. Warum sollte auch. Hm. Das ist nix. Hier ist gar nichts mehr. Ich könnte schwören, hier war doch überall noch was. Hier. Kupfer, sehr gut. Aber sonst, das war's. Das ist echt n bisschen low. Also, die Höhle haben abgefrühstückt, ist es so. Quarz können wir hier noch holen, werden wir später noch ne Menge brauchen. Ne Menge werden wir brauchen. Für 30 Milliarden Fenster. Oh, 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 oh. So, hier ist... Hier ist nix. Ich geh mal kurz Sauerstoff tauchen und dann gehen wir wieder runter und guck nochmal. Oxygen. Natürlich, Mutti. Alles klar. Let's go. Mit dem Gleiter könntest du schneller von den Viechern abhauen. Das ist aber ein guter... Das ist ja ein sehr guter Tipp. Das ist aber... Huh. Das, äh... Puh. Da hat jemand genau aufgepasst. Ähm. Ich leg das Messer mal weg. Die sollen nicht denken, ich bin hier Messerbande oder so. Ich glaub, ich pack das ganze Titan einfach unter die Base fertig. Was ist das denn? Salz! Salz! Können wir nicht scannen. Nehm ich mit? Oh ja, Salz. Äh, Salz. Oh, Salz. Normalerweise kriegt man genug Salz. Beim Stream schon mit. Aber heute müssen wir extra sammeln. So. Da ist die Musik aber schnell wieder öde geworden gerade, ne? Erstmal so spannend so... Döööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööö noch welche, ne? Das ist die gleiche Höhle? Da ist die gleiche Höhle. Alles klar. Da war also noch ein Loch in der Höhle. Krass. Ist die gleiche Höhle. Dieselbe Höhle. So. Stimmt, die Tarnbarren konnten wir ja auch noch machen. Vielleicht wär das mal ganz sinnvoll. Blei aufsammeln, warum auch nicht? Hier fängt immer die spannende Musik an, aber hier müssen wir immer weg. Siggi! Das ist meine Strategie. Ich bleibe über den Sauerstoffding und gucke mich erstmal gemütlich um. Da ist noch was. Und ich glaube, hier ist noch ganz viel Salz. So. Komm schon. Pups mich an. So. Gold. Titan. Kupfererz. Mein Herz besteht aus Kupfererz. Naja, wir sollten vielleicht echt mal die Tarnbarren machen, weil das sonst zu viel wird. Moin Jungs. Ciao Jungs. Äh. Nein, Inventar voll. Okay, ähm. Das hol ich mal später. Sieht aus wie Weintrauben. Lecker. Okay. 160 Meter, da spare ich noch mal ein bisschen Energie. Da 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 da. Schwimm doch mal zu den ganzen Signalen, die du hast. Ja, das ist eine gute Idee. Und pack vielleicht die ganzen Sachen immer aus deinem Inventar, wenn du in der Base bist. Ich sehe, da guckt schon jemand länger zu. Ja. Natürlich, denn meine Base ist ein unerschöpflicher Vorrat an Item-Ablageplatz. Da passt alles rein. So. Um die Base zu bauen, brauche ich auch erstmal das Konstruktionstool, Leute. Das kann ich nicht machen. Ich mache immer mal mal Titanbarren, glaube ich. Mal 10, 3, was? Okay, wir haben draußen Titan ganz viel. Ähm, Kupfer wollte ich erstmal machen. Let's go. Kupferdraht. So. Okay. Okay. Und wir können jetzt den Computerchip bauen. Alles klar, cool. So. Ähm. Werkzeuge. New Blueprint. Laserschneider. Bestandteile unbekannt. Konstruktionswerkzeug. Kabelsatz und Batterie brauchen wir noch. Batterie holen wir uns. Kabelsatz. Ich guck mal kurz. Ähm. War das hier? Hier müsste es gewesen sein. Zweimal Silbererz. Haben wir noch draußen was? Bitte sag mir das nur noch. Haben wir nicht, ne? Zweimal Silbererz. Okay. Okay. Und das andere war eine Batterie. Flupp, flupp, Batterie. Let's go. Schön. Schön, 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 schön. So. Erweiterter Kabelsatz. Ne. Erstmal nur ein Kabelsatz. So. Okay. Und eine Batterie. Und schon müssten wir uns doch jetzt hier ein Konstruktionswerkzeug. Ja. Schön. Schön. So. Okay. Wir haben. Das wollten wir die ganze Zeit schon haben. Glas können wir auch machen. Silikon, Gummi. Ja komm. Dann haben wir das weg. So. Glas werden wir später brauchen. Ähm. Konstruktionswerkzeug, Freunde. Ich muss gleich mal gucken, wie das alles nochmal ging. Konstruktion. Wir brauchen dafür gaaanz viel Zeug. Okay. Ähm. Ich denke. Kann man Bases eigentlich aus dem Wasser rausbauen? So. Ich denk da halt an so'n Turm, mit dem man die Gegend so ein bisschen überblicken kann. Geht das eigentlich? Oder kann man nur unter, unter Dingens, äh, äh, bauen? Das geht. Geht, aber lohnt sich nicht groß. Ok, Teile der Basis kann man, ok. Ok. Über Wasser geht auch. Hom. Es geht, aber es ist nicht einfach, ok. Es gibt Inseln. Das wusste ich gar nicht. Entschuldigung. Jetzt läuft mir wieder Wasser am Maul zusammen, weil ich gerade gegessen habe. Im Stream. Ich habe den Funkspruch übersehen, ne? Wir haben wieder Funksprüche. Oh. Wo kam der her? Ich will sein Nest duven. Mehr will ich nicht. Ok. Ok. Oh, auch schön. Na gut. Ja, wenn wir schon mal hier sind. Ja. 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 Kann ich die Batterie bei dem Ding einfach wieder aufladen? Also was brauche ich da für eine Energiezelle? Ja. Ja. Das würde ich mal vermuten. Oh Gott. Hoffentlich komme ich wieder raus. Oh. Oh, hier ist geil. Hier wäre eine gute Location für eine Base, oder? Ich weiß nicht, ob ich dabei was berücksichtigen muss. Hm. Man muss Batterien herstellen, für die Base gibt's, okay. Okay. Komm. Hm, 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 hm. 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 Oh. Hm. 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 Tieferes Gewässer. Reicht das nicht? So richtig tiefes Gewässer? Also brauche ich richtig tiefes Gewässer oder reicht okay tiefes Gewässer? Oh, Entschuldigung, ich schmatze gerade von diesem... ... ... ... ... Für eine Base brauchst du viel Platz. Also wir haben damals eine gebaut, aber das war nicht wirklich eine richtige Base. Das war eher so... ... 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 Wir brauchen auf jeden Fall mal Sunkers Tüten, da müssen wir mal gucken, ob wir die herkriegen. Okay, für den Anfang... Für den Anfang in der Nähe... Von hier bauen, okay. Ja, dann guck ich gleich mal. Ähm, nee, warte, ich mach's mal hier. Wasser hab ich leider nur ein. Ich muss unbedingt gucken, wie wir jetzt am schnellsten... Ja, ja, ich muss unbedingt gucken, wie ich jetzt am schnellsten, ähm, dass wir dem Wasser hinkriege. Ja, komm, dann bauen wir eine kleine Base hier hin, und dann gucken wir später mal, wo wir eine große Base hin machen. Machen wir... also alles wie immer. Okay... Oh, von den haben wir aber... von Hüllenschwefel hab ich jetzt aber doch ein bisschen mehr, als ich dachte. Ähm... Jetzt kann ich aber lesen. Hundekind... No... Ach, das ist ja süß. Ohana. Ach, das ist aber süß. Oh, Mann, du. Ach, cool. Ja, ich freu mich. Ach, ja. Eines Tages. So. Dann lassen wir mal kurz gucken. Ähm... Ich bin doof. Ich wollte das eigentlich umgekehrt machen. Quarz und Blei mach ich hier rein. Salzablagerungen behalte ich. Titan kommt auch noch da rein. Dann haben wir ein bisschen Platz. Und... Ich glaub, die Dinger soll ich umwandeln, oder? Gibt aber auch immer vier Titan. Okay. Eins, zwei, drei... Vier müsste eigentlich passen. So. Ich wandle die mal kurz um. Ich mach Titan da raus. Komm. So. So. Titan. La la da 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 da. Und dann, ja, dann mach ich Barren. Okay. Barren. Verdichtete Barren. Huh! Andrew Ryan! Andrew Ryan schlägt wieder zu und punktet jetzt bei 380 gegifteten Subs im Stream insgesamt. Hat gerade wieder 20 Subs verschenkt. Liebe Andrew Ryan. Wie immer, seit Monaten schon, seit Jahren schon. Vielen, vielen Dank und einen wunderschönen guten Abend. Der alte Übertreiber. Und gerade eben singe ich auch noch ein Lied aus Bioshock. Under the sea. Mh, mh, mh. Ähm. Wir brauchen Luft in der Base, ne? Dafür brauch ich die Pumpe. Unfassbar. Unfassbar. So, hier sind die... Ah, die Tarnbarren. Alles klar. Okay, das heißt, ich kann jetzt theoretisch... Hab ich hier noch... Oh. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. So. Let's go. Und Andreas auch dir. Viel, viel Dank für die... Für die gifted Subs. Ist jetzt bei 15 verschenkten Subs. Dankeschön, lieber Andreas. So. Ähm. Huch. Ich will mit Escape immer rausgehen. Mich irritiert immer das Logo da unten. Ich kann leider nicht... Ich kann nicht crouchen, ne? Das sieht immer aus wie Studio 1,70 da. Das irritiert mich immer so. Okay. Eins. Zwei. Eins, zwei, drei, vier, fünf, drei, vier, acht, 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 acht... Komm, dann mach mal ein bisschen Platz. Mach mal jetzt mal hier drin. So. So. Okay. Du brauchst keine Pumpe. Eine Energieversorgung für die Base reicht aus. Okay. Aber ich dachte, ne Sauerstoffpumpe vielleicht. So, Vorrat. Dann haben wir das jetzt da drin. Salz würde ich auch gerne... Ich mach erstmal Schwefel hier rein. Ähm. Und Salz würde ich auch gerne hier drin haben. Ich muss mal ganz kurz gucken, wie ich das mit dem... Salz... Chlorbleiche. Okay. Das heißt... Chlorbleiche... Warte. Chlor... Hallo? Chlorbleiche. Salz... Stimmt. Das können wir jetzt ja machen. Salz und Röhre... Haben wir die Röhrenkorallenprobe denn nicht hier? Hatte ich nicht welche mitgenommen? Für die Basis kriegen wir noch genug getan. Keine Sorge. Scheibenkoralle. Wir brauchen aber Röhrenkoralle. Röhre... 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 Ich schwörde... Ich suche eine... Röhre... 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 Da liegt noch was? Nein, es sind nur diese komischen Dinger. Röhre... Röhre... Irgendwann werde ich hier auch... Hier sind die Röhrenkorallen. Alles klar. Jetzt kommen wir Straßenkampf, los! Straßenkampf! So! Gut. Die besteht Sauerstoff, wenn sie Strom hat und auch nur dann keine Pumpe Milch. Alles klar. Wofür brauchen wir dann die Pumpe? Hm. Okay. Wir haben... Ach, die sind aus wie kleine Brötchen. Oh, lecker. Kleine Brötchen. So... So... Dafür hätte ich die Feuer benutzt. Alles klar, jetzt weiß ich's wieder. Okay. Ähm... Chlorbleiche müssen wir erstmal herstellen. Wo... Wo geht das denn hier? Können wir Chlorbleiche... Ist das die falsche Koralle? Tischkoralle? Tischkoralle! Ha, ha, ha! Hey... Alles klar. Röhrenkoralle, let's go! Röhrenkoralle... Ich bin leider kein Korallenprofi. Ich kenn mich da jetzt nicht aus... Ja, man! Röhrenkoralle. Geht das? So... Let's go! Wollte ich sagen... Jetzt gönnen wir uns mal richtig. So... So... Fabrikator benutzen... Und jetzt ein bisschen Chlorbleiche. Mh... Das... Jawohl. Kinder, nicht direkt trinken. So... Desinfiziertes Wasser. Oh, gibt's sogar zwei. Das ist gut. Ah... Köstlich. Mh... Eine Flasche noch auf Tasche. Und, äh... Hier würde ich sagen... Wir können ja noch mal ganz kurz... Ein Salz haben wir noch, ne? Eins, zwei... So... Wie gesagt, normalerweise gibt einem ja der Chat immer genug Salz. Aber in diesem Fall muss man vorsorgen. Ähm... Auf diesem Planeten haben wir keinen Chat. Deswegen ist es wichtig, dass wir hier vorsorgen. So... Jut! Wässerchen haben wir dabei. Auch sehr gut. Ähm... Wie ist das später bei langen Reisen? Wenn man Nahrung und alles mitnehmen muss... Wird es dann nicht schwierig, irgendwie, wenn man nur so wenig Inventarplatz hat? Hm? Hm? Ah... Oh, guck mal der Salz. Oh... Der Salz vor allen Dingen. Der Salz. Danke für euern Der Salz. So! Wo ist denn das Signal eigentlich? Das andere? Haben wir nicht ein Signal? Halten die Signale nur... Ach, da! Da? Da war doch auch eins. Oder halten die Signale nur ne Weile lang? Muss man sich da früh genug drum kümmern? Ich will noch kurz Funkspruch abholen. Na Zolaus. Na Zolaus. Na Zolaus. We're gonna bring you home. Sunbeam out. What else can I say? The only time I parked a rig this big on a rock that small was in VR. And I blew it. It's a bad option, alright? But so are all the others. Hm? Hm. Jemand schreibt gerade... Nein. Weil du auf Reisen für Expeditionen gehst, nicht zum Sammeln. Bitte. Also, also, bitte. So, ja, Koop wär geil natürlich, aber... Nicht jedes Spiel braucht unbedingt Koop. Ähm, 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 ähm. Hmhm, 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 hmhm? Ich würd gern wissen, was da hinkommt. So. Okay, warte. Ach, das kann auch gar nicht wahr sein. So. Gut. Ähm. Defekter Segleiter. Okay, reicht das jetzt, wenn ich da hinschwimme? Was passiert da? Da sind wieder Fettuccinis. Moin, Freunde! Die furzen sich wieder was raus. Oh, hier sieht's aber nicht so gut aus. Okay. Komm ich da rein? Rettungskapsel 3? Komm ich da nicht mehr rein? Ich komm gar nicht mehr rein. Äh. Junge, hau ab. Ich schneid dir durch. Okay, ähm, wo ist denn der Scanner? Hier. Segleiterfragment, kennen wir schon. Kriegen wir Titanen raus. Ah, okay. Datenbox öffnen. Bauplan Kompass. Oh. Aber sonst kann ich hier nichts machen. Zurücklassener PDA. Okay. Okay, besatz uns auch. Ich seh dich doch da draußen. Du Spacko, hau ab jetzt. Tschüss. Wo muss ich hin? Waaah, wo muss ich hin? Da ist er. Da muss ich hin. Hä, das ist aber ne andere hier. Das ist die gleiche. Wuuu. Boop boop. Oxygen. Wuuu. Die fetten. Wuuu. So. Wuuu. So. Klappt ja alles. Wuuu. So, Energie 68 Prozent. Also muss man echt aufpassen, ein bisschen ne? Wenn man mit dem Ding reist, und mit 100% losreist, muss man auf jeden Fall unter 50% bleiben. Sooo. Okay. Gronkh ist ein Woo-Girl. Woo! Okay. Man kann die PDAs lesen, aber das mach ich doch nicht, während ich da unten bin. Hör mal. Okay, Sunbeam. Mal gucken, wo die ist. Datenbank, Baupläne. Wo krieg ich denn das? Baupläne, Datendownloads. Hier, überleben der Aurora. Hier. Die Masse von 80 Kilogramm sind über 30 Kilometer pro Stunde. Der Power-Seller-Rig zu diesem, sollte das doppelt. Du denkst, dass da etwas da drin ist, das schneller ist? Oh, sicher. Und das ist wahr, dass es nicht 3 Meter aus dem Lichtprodukt wird. Du bist ruhig über das? Ich sehe das Ingenierungsprobleme. Wenn ich die Masse stoppe, werde ich erschrocken. Okay, okay. Standardseegleiter, okay. Spannend war das nicht. Scheibenkorrela... Schade, das wird überall vorgelesen. Baupläne, Ausrüstung, wuuuh, Strahlenschutzanzug. Haben wir doch schon. Achso. Ähm... Kompass. Einen Kabelsatz brauchen wir dafür wieder. Einen Kabelsatz. Einen Kabelsatz. Mit zwei Silbererz. Silbererz haben wir gerade nicht. So. Okay. Silbererz. Oh. Ja, da muss ich mal hier den... So. Schade. Hier... Ach, hier war das... Hm. Hier war das... Stimmt ja. Wird der Stream auf YouTube verfügbar sein? Ja, frag mal YouTube. Der letzte Stream ist immer noch bei 360p seit einer Woche. Und der andere seit zwei Wochen bei 360p, wenn ich das gerade richtig gehört habe. Also insofern, frag YouTube. Strahlung registriert. Aber wir sind ja eigentlich strahlen... ...freudig dabei, oder? Also... Ja. Muss ich jetzt den anderen Helm aufsetzen? Strahlenschutzhelm. So. Die Dinger sind echt nervig. Ich sag's nur. Okay, ansonsten alles cool, alles cool, alles cool. Ich tank nochmal schnell Sauerstoff. Sauerstoff, der Powerstoff. Warte. Ah, der ist so gut. Höhenschwefel. Wir haben zwar schon Höhenschwefel, aber irgendwie hab ich das Gefühl, wir... ...können auch wohl nie genug haben. So. Genau wie von Titan. Da werden wir später noch einen großen Bedarf entwickeln. Genau wie von Quartz. Quartz 4. Oh. Hier sieht's ja gut aus. Ich bleib mal zu Hause. Da draußen ne Base aufbauen ist schlecht, oder? Weil wegen... ...Strahlung. Ja, aber hier waren noch zwei gerade. Einen müsste ich doch noch... Hat das ihr Nest zerstört, vielleicht? Wo kommt der denn her? Boah, die Geräusche, ne? Ist schon nice. So, mal ganz kurz hier wieder auftanken. Ich fahr mal kurz hier an die Aral. Warte kurz. So. So. Ah. Du brauchst so gut wie keinen Höhenschwefel. Wieso sammle ich den die ganze Zeit? Manu. Kannst du deren Nester zerstören, nachdem du sie gelootet hast? Das ist ja eigentlich ne gute Idee, ne? Sollte ich vielleicht selber mal dran denken. Aber ich... Ich will natürlich... Ich spiele natürlich immer im Sinne der Nachhaltigkeit. Was? Ja, ist mir aufgefallen. Und vor allen Dingen der da fällt mir auf. Der ist böse. Hey, Foundation! Neuer Alpha! Was bist du denn? Oh! Ein Beißer. Oh, die hab ich noch... Blasenfisch hab ich noch gar nicht gescannt. Cool. Die kleinen Beißer. Guck mal, die fressen... Die fressen die Viecher an. Wenn du mich anfrisst, Alter, ich töte deine Mutter. Ich hab Messer, ich mach Straßenkampf. Jetzt ist es wirklich sehr dunkel gerade. Was ist das für Geräusche? Was? Gronkh ist nachhaltig. Im Hintergrund wird die nächste noch größere Fabrik gebaut. Das sind sehr nachhaltige Fabriken. Die Produkte, die da produziert werden, werden auch weiterhin produziert. Im Sinne der Nachhaltigkeit. Und ein neuer Funkspruch. Hey! Wir sollten vielleicht mal dem einen Funkspruch jetzt auch noch nachgehen. Aber da fand ja ein Angriff statt. Ich hab Angst, dass da noch jemand ist. Aber wir werden uns dieser Angst stellen müssen. Ach, ich bin ein Beißer. Oh, ab. Oh, die Mucke und die Atmosphäre ist so gut einfach. Kein Beißer in die Nähe. Kein Beißer in die Nähe. Was? Muss bald wieder hoch, ne? Was ist das? Ist das Salz? Ne, Quarz, ne, oder? Naja. Quarz brauchen wir nicht unbedingt. Okay. Gut, ich hau erstmal wieder ab. Hier ist schön. Och, Alter, ernsthaft. Soll ich mir das Gebiet hier markieren als Beißergebiet? Lohnt das? Für irgendwas? So. Ja, ich glaub wir sind so weit... Ah, deswegen auch, deswegen auch Radiation. Alles klar. Alter, nachts ist es hier so dunkel. Was ist das denn? Das sind Lebewesen. Was bist du? Was ist denn das hier? Hä? Seepocke! Was braucht man mehr? Kann ich gar nicht zerbrechen. Riffrücken. Das sind Lebewesen. Was schwimmt hier weg? Huch! Vielen Dank Luca! Dankeschön Luca! Merci! Einheimische Lebensformen. Okay. Was hab ich da mitgenommen? Scheibenkoralle. Brauch ich die? Kann ich die scannen? Das ist voll geil. Schön Pfeilchen. Aha. Was bist du? Tigerpflanze? Ihhh. Ihhh. Die sieht ein bisschen Hentai aus. Okay. Das ist interessant. So. Schön Pfeilchen haben wir schon. Okay. Boah voll geil. Die machen hier. Die machen hier. Die machen hier. Hat der gerade da hinten gefurzt und dabei so. Ohhhh. War's das? Boah das ist voll schön. Voll riesig. Guck mal. Haben die Augen? Hallo mein Großer. Oh das ist eine Pocke. Macht das irgendwas? Ich glaub wir kriegen da gar nichts ne? Rotgarbe. Oh warte mal. Halt. Die haben wir auch noch nicht. Einfach pflanzen. Ist die Rotgarbe ein fester Bestandteil der Ernährung vieler kleiner Pflanzenfresser. Okay. Haben wir das hier eigentlich? Die Hirnkoralle. Ihhh. Die heißt wirklich Hirnkoralle. So. Aha. Mikroorganismen. Okay. Ich will jetzt hier nicht unter Wasser lesen. Ist glaub ich ein bisschen kontraproduktiv. Alter ist das Ding groß. Voll. Voll cool. So. Wo muss ich nach Hause? Da. Tschüss Großer. Mach's gut. Ob bei dem unten noch was dran wächst. Was ist denn das da? Vielleicht will ich's nicht wissen. Vielleicht will ich's einfach nicht wissen. Hinter ihm ist das Wasser auch wärmer als vor ihm. Hm. Hm. Ich glaube. In den Pocken sind Ressourcen. Habe ich grad nicht gesehen. Da kam irgendwie nix. Ja. Wir haben nix aus den Pocken gezogen. Soweit ich das gesehen habe. Wir sollten Salz. Ah. Salz sollten wir noch mitnehmen. Wenn wir schon mal hier sind. Es gibt doch bestimmt noch irgendwo Salz, oder? Da. 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 Soll ich mal vielleicht weg. Passing 100 Meter. Oxygen efficiency decreased. Okay. Ist das gut. Ist das gut. Das hier ist ein Viech. Äh. Vier. Nein. So. Das hier war auch gemacht. Um die zu. Huch. Um die zu scannen muss ich wahrscheinlich töten. Malte. Danke schön lieber Malte. Vielen Dank. Alles klar. Wir haben ein bisschen Salz haben wir gefunden. Das nehme ich noch mit. Weil ich nicht nein sagen kann. Dankeschön. Tschüss. So. Ja. Schon klar. So. Jetzt erst mal. Ein bisschen schwimmen. La 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 la. Hallo? Ah. Wieder Wasser in den Ohren. Alles klar. Komm. Hm. 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 Nicht atmen, wenn ich esse. Hm. 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 Wir brauchen ja auch immer Röhrenkorallen, ne? Wir haben ja genug Platz. Hm. 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 Okay. Röhrenkorallen. Röhrenkorallen. Lalalala. Lalalala. Röhrenkorallen. Hm. 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 Ja. Titan. Wir brauchen langsam mal die Titankiste, oder? Oder wir bauen einfach mal langsam. Oder wir bauen langsam. Okay. Ähm. Wenn ich baue, brauche ich Titan direkt, ne? Direkt. Also wenn ich Salz zum Beispiel, kann ich hier lassen erstmal. Ähm. Wenn ich dafür Titan mitnehme. Glaube ich. Ich bin mir nicht ganz sicher. Wir testen das gleich mal. So. Okay. Eins, zwei. Uh. So. So. Quarz bleibt hier. Das bleibt hier. Ähm. Die beiden eigentlich auch. Aber es kann Platz mehr. Hm. Na gut. Und das hier brauchen wir nicht. Den haben wir aus irgendeinem Grund immer noch hier. Den kann ich mal rausschmeißen. Dann können wir vielleicht die beiden nochmal als Silikon-Gummi lassen. Lass ich mal hier. So. Jut. Ich mach's nur mit Silikon-Gummi. Ähm. Tschüss. Oh. Und theoretisch. Ja gut. Genug Wasser haben wir ja. Ähm. Baseball. 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 Schaust du privat auch andere Twitch-Kanäle? Ja. Das ist absolut richtig. Aber es ist immer sehr random. Ich hab ein paar auf dem anderen Account auch ähm. Ja. Follow ich auf dem anderen Account. Weil ich jetzt mal einen anderen Account mache. Und... ... Was ist denn hier? Hier rast mir doch gleich wieder so'n Selbstmörder entgegen, oder? Ähm. Also hier geht, oder? Also hier wär, glaub ich... Ja... So... Dann guck ich mal eben... Wäre hier genug Platz für ne Base? Das ist die Frage. Ich glaube, ja. Hier gibt's keine Fresser, hier gibt's sonst nix. Ich glaube, das wär ganz gut, oder? Okay. Oh, warte mal, welchen, ähm, welchen, welche Serie hab ich denn jetzt geguckt? Wie hieß denn das nochmal? Weil grad wieder über, über Serien gequatscht wird. Ich hab die, ich hab irgendwie die Woche ne Serie weggesuchtet. Wie hieß die nochmal? Umbrella Corporation. Oder Umbrella Company. The Umbrella Company, war's das? Die fand ich echt ganz, die ist super weird und man hat teilweise Probleme, da mitzukommen. Aber die war echt gut. Hat mir sehr gut gefallen, von Anfang bis Ende. Bin ich gespannt, wie's weitergeht. Oh, guck mal, da unten, da kann man noch scannen. Ich geh mal kurz zum Scannen. Umbrella Academy. Genau, 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 genau. Umbrella Academy. Kann ich echt empfehlen. Für Leute, die noch nicht gesehen haben. Seek Fluid Intake. Ja, mach mal gleich. Was bist du denn? Seemotten. Oh, das sieht mir ein bisschen größer aus hier. Also die Serie hat mich echt... Atommüllbehälter! Yeah, endlich! Die Serie hat mich echt überrascht. Und die Charaktere sind halt echt liebenswert. New Blueprint acquired. Echt gute Quar... äh, äh, Quarantäne. Echt gute Charaktere auch. Alle sehr eigen. Und die eine Schauspielerin kommt euch vielleicht bekannt vor. Die, äh, kennt man vielleicht aus Beyond Two Souls. Scanner-Raumfragment, alles klar. Integrating New PDA Data. Noch ne Seemotte. Ich hab, ich hab keine Ahnung, was die für Bewertungen hat. Aber die war echt gut. Also, meiner Meinung nach. Ist vielleicht nicht jedermanns Sache, aber das ist ja immer so bei Serien. Ne, ne. Gut, was hab ich denn hier gescannt und was noch nicht? Bei dem Müll sieht alles gleich aus. Metallschrott, hab ich guten Platz? Ne. Zum Metallschrott kommen wir später. Hier liegt noch was. Scanner-Raumfragment. Let's go. Der Name juckt. Äh, die Nase juckt. Entschuldigung. Hab grad der Name im Chat gelesen. Ja, 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 ja. Krieg ich hier noch ein drittes Ding? Da liegt noch was. Da ist noch was. Glaub ich. Warte. Das reicht gerade so für ne Base, oder? Ja, sag mal. So. Du 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 du. Oh, vielleicht soll ich was trinken. Und bald was essen, wie es aussieht. Ich habe das Gefühl, die Gegenden hier werden später noch sehr viel weitläufiger. Was hast du denn? Scanner-Raumfragment, da haben wir ja alle. Cool. Der neue Star Trek Serie ist auch extrem gut. Ne. Ich habe mir die ja angeguckt. Also Star Trek Discovery habe ich mir ja angeguckt. Aber das hat mit Star Trek halt nichts mehr zu tun. Die ist für sich gesehen, ist die ne okaye Science Fiction Serie. Aber mit Star Trek hat es halt gar nichts mehr zu tun. Leider. Da bleibe ich lieber momentan bei The Orville. Da bleibe ich momentan lieber bei The Orville. Oh, Strahlung. Hey, wuhu. Shit. Vielleicht sollte ich ja doch keine Base bauen. Zumindest nicht direkt hier. Oh, das sieht so schön geräumig aus. Oh, was ist das? Glastisch. Und da hinten liegt auch noch was. Ah, Scanner-Raum haben wir schon. Alles klar. Oh. Bioreaktor. Geil. Haben wir auch. Cool. Okay, wir scannen gleich weiter. Oh Gott. Ähm. Da hinten ist der Fette wieder. Ja. Ich mag den gerne. Russian Doll guck ich. Also habe ich ein paar Folgen geguckt. Muss ich mal wieder weiter gucken. Ist auch ganz cool. Sehr abgefuckt. Ne, Star Trek Discovery hat nichts mit, also hat, hat de facto nichts mehr mit Star Trek zu tun. Also mit dem wie es geplant war. Ähm. Es geht nicht mehr um die Crew. Es geht nur noch um einen Charakter. Maximal noch um zweiten. Ich will jetzt nicht spoilern. Aber der Captain, der ja auch irgendwie. Ne? Und so. Ich will jetzt nicht spoilern. Aber, also für mich ist es halt. Ist die Orville wesentlich mehr Star Trek. Als Discovery. Das hat mit dem, mit dem alten Gedanken irgendwie zu tun. Oh. Was war das? Ein Beißer? Spatenfisch. Okay. Was war das? Was ist das? Nichts. Okay. Hier wohne ich jetzt. Wuuu. Kann ich hier noch irgendwas scannen? Ja, hier Abfallalmer. Geil, endlich Abfallalmer. Na komm, Gabelschlapler kann man immer brauchen. Auch in der Zukunft. Hier ist nichts. Also irgendwas. Als würde mir noch ein Stück fehlen. Oh, da geht es noch rein. Von oben. Ja, 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 ja. Okay. Ich geh da noch mal gleich da rüber. Puh. So, wir müssen gleich was essen. Mh, hm, 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 hm. So. Komme gerade vom Ballett. War schön. Okay, cool. Stell ich mir sehr anstrengend vor. Da, oh, da liegt noch was. Das seh ich ja bis hier. Ich weiß, ich muss essen, aber alter. Ja, 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 jetzt roten mal. Das haben wir schon. Vielen Dank. Scanner-Raumfragment. Juuu. Scanner-Raumfragment. Juuu. Oh, ich bin voll. Okay. Okay, ähm, ganz kurz. Dann mach ich mal den hier. Ähm. Bojename bearbeiten. Ähm. Neues Biom. Nur mal als Notiz an uns selbst. Weil ich glaube, ich muss erstmal wieder auftauchen. Und was ist das? Nichts. Toll. Was? Adrige Nessel. Ey. Mag's... Mag's mir mal... Ja. Mag's mir mal deine adrige Nessel zeigen? Mhm. Mhm. Du duuuu. 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 Discovery ist bestimmt ne gute Science Fiction Serie. Hat für mich aber nur noch wenig mit Star Trek zu tun. Kupfererz. Ah, alles klar. Wir kriegen hier normale Erze raus. Okay. Gut, gut. Ähm. Aber ich würde gerne bauen. Ich muss aber vorne was essen. Und hier ist zu radioaktiv, glaube ich, ne? Ich glaube, da ist es zu radioaktiv. Duuuu. 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 Sooo. Ich schwimm gemütlich zurück. Wir haben es ja nicht eilig. Und dann können wir da mal gucken. Irgendwie wird angegriffen. Ich weiß, ob es ne gute Idee ist. Ich müsste, glaube ich, vorher den Glider ein bisschen auffüllen. Discovery ist cool. Ich finde, dass es sogar richtig gut an Star Trek dran ist. Aber da hast du nie Star Trek geguckt. Und das ist vielleicht ne subjektive Sache. Ähm. Ich habe inzwischen viel mehr von Discovery gesehen. Als die erste Folge. Ähm. Ich glaube, ich bin grad in der zweiten Staffel gewesen. Die definitiv besser ist als die erste Staffel. Was mich nervt. Entschuldigung. Ein Discovery. Ich muss einfach mal sagen. Diese Klingonen. Diese Klingonen sind nicht nur... Ist vielleicht auch subjektiv. Diese Klingonen sind nicht nur echt... ...unschön. Aber diese ewig langen Szenen mit den Klingonen. Die dann immer auf Klingonisch reden. Aber nicht so fluent Klingonisch. Sondern immer so... Was... Was ich jetzt... Da... 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 Ja. Alles klar. Ja, ich verstehe, ich verstehe. Alles klar. Ich muss ganz kurz mal wieder... Titan... Ich habe keinen Platz für Titan. Ich habe keinen Platz für Essen. Alles klar. Ciao. Ciao. Nope. Yes. Gott sei Dank. So. Wir müssen mal ganz schnell hier... Happa. Wir wollen uns mal ganz kurz eben hier... Mh... Kann ich hier nicht essen? Belastend. Ja, aber... Ist der denn jetzt... Kann ich den jetzt essen? Die kann man gar nicht essen. Ja, super. Jetzt hängt er da tot rum. Einen Tod umsonst. Ja, dann bleibt doch mal hier. Bleibt doch mal hier, du schmackhafter... Schmackofatz. So. Dann macht er wieder seinen Säurefurz. Hat aber auch Vorteile. Ah, hat aber auch Nachteile. Das Ei hängt immer noch hier unten übrigens. Das Kreaturen-Ei. Man kann die echt nicht essen? Wo ist denn... Da ist unser Häuschen. So. So. Okay. Nein, ich muss Klingonisch nicht fließend sprechen lernen. Ich muss das ja nicht. Aber die Klingonen sollten das. Weißt du, was ich meine? So. Okay, let's go. Äh, essen, essen, essen. Reicht immer noch nicht. Reicht immer noch nicht. Wir müssen noch weiter, leider. Kann man auch... Kann man auch... was anderes essen? Außer diese Fische? Oh, na toll. Jetzt hab ich... Jetzt hab ich die Falle eingesammelt. Kann man auch was anderes essen außer die kleinen lieben Fischlis hier? Die dann ja weg sind. Wenn man zu viele isst. Ja, ich kann pökeln. Aber ich will nicht unbedingt pökeln. Ich will... Ich will was anderes essen außer Fische. Algen können wir noch essen. Ne? Ich würd... Ich versuche halt ein bisschen... Hört sich doof an. Aber wie gesagt, nachhaltig. Wäre hier schon ganz gut. So. Ich koch den jetzt erst mal. Mh... Ah, lecker, köstlich. Okay... Melonen. Es gibt wirklich Melonen. Ach, es gibt wirklich Melonen. Ach so, ich dachte das wär'n Witz. Oh nein, was ist denn hier passiert? Oh, der arme Fisch. Ih! Äh, das hab ich ja nie gesehen. Das ist ein riesiges Auge. Ih! Ich bereue nichts. Glubscher alt. Ich war das nicht. Der war bestimmt in so einem Säurefurz drin. So, hier ist die Höhle. Mal gucken. In der Base kann man später Nahrungsautomaten bauen. Okay. Ernsthaft? Hör doch mal auf jetzt damit. Das ist widerlich und... Das ist einfach disgusting. Ja? Disgusting ist das. Hm. Das mag mir nicht behagen. Sag mal, die Viecher waren aber auch böse hier, oder? Die da? Jaaaa! Jaaaa! Bleib mal stehen! Danke! Gut. Haben wir. Hm, okay. Haben wir auch. Haben wir Klubscher eigentlich? Ja. Gut. Ähm. Hallo Gronkh, ich schau dich schon seit 2009. Das heißt, du guckst schon ein Jahr früher zu, als die Let's Plays mache? Das ist... Also vielen Dank dafür. Das... Ist ein bisschen gruselig aber. Bitte beobachte mich nicht privat zu Hause. So. Basis bauen. Wo? Was denn das da? Achso. Wo wollen wir denn die Basis bauen, Freunde? Fette Höhle? Signal? Wollen wir nochmal zum Signal? Zeitreisender enttarnt. Ach schön. Hm. Hm. Solarpanele eher an der Oberfläche. Okay. Gut zu wissen. Aber ich würde dann auch schon gerne auf der Insel bauen irgendwann. Wenn das gehen soll. Wie ich... gehört habe. Ich lese nicht viel im Chat, aber sowas lese ich sofort. Also geht. Okay, let's go. So. Seitdem IP von Everybody's Gone to the Rapture. Oh, da habe ich neulich wieder den Endscreen an mir angeguckt. Einfach mal. Ach ja. Das war echt ein schönes Spiel. So simpel, aber so gut. Alleine durch die Atmosphäre und durch die Story. Mehr hat's nicht gebraucht. Und das fanden sogar Leute gut, die sonst Walking-Simulatoren doof finden. Erstaunlich. So, hier baue ich? Hm. Ah, ich bin doch hier zu nah an dem Ding dran, oder? Ich müsste immer radioaktiven Dingens und so... Ah, ich müsste immer radioaktive Rüstung tragen. Also, radioaktiven Anzug, wenn ich hier rumlaufe. Hm. Es ist nur zu radioaktiv, weil die sauerstoffsparende Maske... Ja, natürlich. Weil wir aber so nah an dem Ding dran sind. Deswegen. Okay. Man kann die Strahlung abstellen. Ja, gut. Das ist aber illegal. So. Ähm. Vier. Fundament. Ach, Alter. Hau doch ab da hinten. Wir haben hier viele Beißer, wie es aussieht. Ist vielleicht kein so gutes Gebiet mit Beißern. Da nervt es einen ja nicht mehr, oder? Äh. Wird das dann schweben, wenn ich das baue? Kann ich das überhaupt bauen? Weil mir fehlt dafür noch was, ne? Ah. Titan und Blei. Alles klar. Okay, was ich aber blöd finde, ist, dass das schwebt. Das finde ich irgendwie schade. Was ist denn das da hinten eigentlich immer? Irgendwas jagt dadurch den Sand. Guck mal. Ach, das ist er. Ist das gut hier zu bauen? Okay. So, nehm ich wieder mit. Ich fiel mir nicht so richtig. Hm. Ich war bei deiner Geburt dabei. Das ist zum Glück nicht gruselig. Ah, da kommen Füße dran später. Alles klar. Aber... Wenn ich... Warte, warte. Ich hole kurz Sauerstoff. Wieso denn nicht da bauen? Warum denn nicht? Was sprich denn dagegen? Man braucht kein Fundament zum Base bauen? Okay. Scannerraum. X-Segment. Hier wär irgendwie cool, oder? Okay, ich muss ja ein bisschen aufpassen, dass die Beißer nicht kommen. Ich baue trotzdem ein Fundament. Just for fun. Fundament. Tl. Ich schuß. Ich schuß. So. Der Fun beginnt mit Fundament. So viel Aroma. Nur halb so viel an Koffein. Der tut mir gut. Ich bin aktiv den ganzen Tag. Achso. Hast du schon den Langen gesehen? Jeden Morgen, mein Freund. Jeden Morgen. Hey, Scannerraumfragment. Wuhu! Trotzdem fehlt uns noch irgendwas. Ähm. So. Okay. Haben wir hier irgendwo so eine Blubbelstation? Weil das mit dem Sauerstoff ist irgendwie nervig. Immer auftauchen für Sauerstoff. Ganz ehrlich. Das mach ich im richtigen Leben schon oft genug. Das muss ich nicht im Spiel haben. Wo haben wir denn eine Blubbelstation? So ein Gehirn-Korallen-Ding. Ich nenne sie professionell eine Blubbelstation. Wir haben keine. Richtig. Wir haben hier keine. Hier, wo wir eine brauchen, gibt es keine. Alles klar. Na gut. Hat er den Mehrzweckraum schon? Willst du mich verarschen? Ich habe gerade da meine erste Plattform gebaut. Ich hab gar nichts. Nichts habe ich. So. Ne, Gach würde ich auch nicht essen. Oh, das ist so widerlich. Diese Würmer. So. Ich weiß, hier fehlt noch was zum Scannen. Irgendwas fehlt uns noch. Wir haben... Was war das von, was wir angefangen haben zu scannen? Da fehlt noch eine Sache. Dafür. Aber ich weiß nicht mehr, was das war. Und ich kann nicht ruhen, bis ich das nicht gefunden habe. Und ich bin mir ziemlich sicher, das muss hier irgendwo im Unrat sein. Oder vielleicht in der nächsten Baustelle. Das haben wir schon. Ich weiß leider nicht mehr, was es war. Hier mal ganz viele Metalldinger. Ja. Die Seemotte. Genau. Genau, genau, genau. Die war's. Da ist unser Freund wieder. Laserschneidegerät finden wir in Kisten. Aber die Seemotte, davon müssen wir hier noch irgendwo ein Teil finden. Vielleicht da hinten. Ich bin mir ziemlich sicher, dass wir die hier jetzt unten zusammen kriegen. So, warte. Kurz mal... Kurz mal durchatmen. Vielleicht mach ich gleich mal, äh... Was, was? Die Strecken hier sind so lang. Yo, Sigi. Na logisch. Davon rede ich noch die ganze Zeit. Das war nix, das sieht nur so aus, weil's orange ist. Tchup, 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 tchup. Da ist noch der Glastisch, den haben wir schon. Der Gabelstapler ist halt auch sehr auffällig. Das hier ist Metallschrott, das brauchen wir nicht. Jetzt bin ich zufrieden. Jetzt bin ich zufrieden. Was ist das da hinten? Ist das die... Kapsel, aber der war schon Warnjahr, ne? Oder ist das ne andere? Das muss ne andere sein, oder? Oh! Ultragleitfähig. Ok, ich muss ganz kurz auftauchen. So, warte. Ja, ne? Tschuupp... Tschuupp... Tssschuuut. Tmsiiiiiii ==== Ah! Toll! Tsssshhh Все... Tschuuwww! Tssskill TV 57 Prozent, die müssen wir bald aufladen. Seemotter, würde ich gerne machen. Klingt so, als wäre das ganz gut. Brauch ich zwar nicht, aber hey, wenn's schon mal da ist. Da ist nichts hier, ne 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 ne. Gut, haben wir einfach so gefunden. Jetzt möchte ich aber unten wieder raus. Okay, geht nicht, schade. Das Spiel ist illegal. Okay. Ähm... Jaja, jetzt beruhig dich mal. Ist das wieder Seemotter? Haben wir natürlich schon. Da sind die kleinen Beißerscheißer und hier ist das neue Biom. Da düse ich aber später rein. Oder da, ich weiß es nicht. Okay, ich düse mal ganz kurz nach Hause. Ich guck mal kurz, wie wir Seemotter machen. Ach, cool. Sag mal, dieser Auftriebskörper, der besagte, kann man ihn öfter benutzen? 30 Sekunden. Seemotter geht noch nicht. Belastend. Alles klar, okay. Der Auftriebskörper wär glaub ich ganz gut da unten mit der Base. Ja, speichern können wir auch machen. Oh, ja. Richtig gut gespeichert gerade. Pikar oder Kirk? Immer Pikar. Sooo... Leucht... Jetzt haben wir Leuchtfackeln, die wir nicht brauchen. Ja, hier die Getränke können wir langsam mal zu uns nehmen. Was essen wär bald wieder schön. Ähm... Plasterstahl... Plaststahlwaren. Plastahl. Nicht Plaststahl. Plastahl. Plastahl? Okay. Die Tarnbarren... Ja... Kann man die Tarnbarren auseinandernehmen? Nee, ne? Kann man die wieder abernten? Wir können theoretisch noch ne... Ja, okay, komm. Wir bauen noch nen wasserdichten Behälter, vorsichtshalber. Mh... 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 Meinst du, die neue Pikar-Serie wird das Star Trek-Feeling einfangen? Ich weiß es nicht. Ich kann's wirklich nicht sagen. Ich hab ein bisschen Bammel natürlich, aber... Ich lass mich auch gerne überraschen. Schnell... Ja, ich würd das gerne benutzen. So... Oh, hä? Spindennarme bearbeiten. Achso! Geht auch. Alles klar. Mh... Eigentlich bräuchte man das... Ne, komm. Blei und Titan nehm ich mit. Wir bräuchten sogar noch mehr Blei, ne? So... Und dann wollte ich noch mal ganz kurz gucken. Äh... Fabrikator... Ausrüstung... Nein... Werkzeuge... Nein... Geräte wahrscheinlich hier, ne? Mobile Fahrzeugstation, können wir noch nicht machen. Okay, die brauchen wir erstmal. Das heißt, ich muss die erstmal... Aber ich muss die erstmal suchen. Hm... Hm... Ja... Plan re-recorded. Bestress call. Das ist Lifepod 6. Ich habe ein Passager an-board. Coordinates attached. Wir landen ein Kilometer von der Crash-Site, aber es gibt Radiation zwischen uns und der Rendezvous. Request immediate assistance. 6 aus. Signal-coordinates corrupted. Approximate Transmission Origin recorded to Data Bank. Wir müssen eh noch zwei Sachen... Wir müssen eh noch zwei Sachen anhören, hier. Ah, eins und zwei, guck mal. Ma'am, I need you to stay calm. We're not in immediate danger. Where are the rescue teams? The Aurora didn't make it. So, where are the rescue teams? They're dead, ma'am. We have rendezvous-coordinates, but the routes are radiated. So, what are you going to do? I'm head of human resources, ma'am. This is not my expertise, but the PDA says, if we can find some lead, we can make radiation suits. Oh, there! I am not setting foot outside this life pod without the proper protection. Don't worry. I'll go. Hm. We're rescue teams. We're rescue teams. We're rescue teams. Ich dachte, das wäre eine Russin. Okay. Okay. Alles klar. Super Passagierin, tolle Passagierin, alles klar. Okay. Ähm. Codes und Hinweise. Hier nochmal. Ursprung der Übertragung. Besatzung vor der Unterstützung, Anstrahlung auszuweichen. Auf ungefähr 100 Meter gesunken. Geort in einem dichten Rot. Die haben wir schon gefunden. Das ist die Rettungskapsel, bei der wir gerade zufällig waren. Wenn mich nicht alles täuscht, oder? Unangenehm. Muss die ja sein, weil wir haben ja von der Kapsel 6 schon die Dinger gerade eingesammelt. Das war die also. Cool. Okay. Oh, Entschuldigung. Gut. Dann haben wir noch die, die angegriffen wird. Die würde ich mir gerne noch... Ähm. Da würde ich gerne noch hin. Wir haben jetzt erstmal Titan. Wir können mal ganz kurz versuchen, da unten was zu bauen. Aber irgendwie... Ist halt echt weit weg, ne? Und tief. Ist es theoretisch möglich, diese 300 Meter mit einem... Rohr zu verbinden, sodass wir quasi... Dahin laufen können, statt schwimmen? Wäre das mög... Also wäre das auch von dem Ressourcenaufwand her... Eine Sache, die vielleicht doch eine coole Sache wäre? Ja, Janeway ist auch super. Captain Janeway ist auch super. Keine Frage. Alles klar. Ist also möglich. Gut, 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 gut. Mhm. Mhm, 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 mhm. Auftriebskörper. Okay, machen wir nächstes Mal. Nicht praktikabel, aber machtbar. Zu umständlich. Dauert verdammt lang. Okay. Wahrscheinlich wegen der Materialien, ne? Welchem Arzt wird es dein Leben eher anvertrauen? Dr. Beverly Crusher oder Dr. Phlox? Äh, Dr. Crusher, weil die schon modernere Medizin verfügbar hat. Dr. Phlox finde ich sympathischer. Ach guck mal, da ist die schon wieder. Wir finden die immer. Ähm, aber Dr. Phlox hat ehrlich gesagt seine Behandlungsmethoden... Sind mir ein bisschen zu, ähm, you know. Ich möchte keine Blutegel aufm Auge liegen haben oder so. Mhhhhh. Ich muss die Baustellen auch markieren, ne? Dass ich die seh. Huch, was ist das denn? Oh, ihr seid ja schön. Erstmal Messer zücken. Ihr seid ja schön. Kann ich, kann ich die... Ich sollte nicht zu nah dran, oder? Oh, wie gut das aussieht Qualenfischen, Qualenfischen, Qualenfischen Was bist du denn? Kupfererz, eine Spezialausrüstung, natürlich Ich hätte den, ich hätte den Auftreibeballon doch schon machen sollen Nicht doofen Du musst echt viele Verstärkungen bauen, weil es sonst überflutet wird Okay, ja gut, dann, dann Dann lass ich es mal lieber Als kleines Mädchen war ich so in Seven of Nine verknallt Eigentlich auch immer noch Wer nicht? War ich als kleines Mädchen auch Das ist normal Okay, wo sind denn die Dinger, wo ich drauf gebaut... Oh, ich seh nichts Da ist schon wieder die Kapsel Sollten die nicht hier irgendwo sein, die Dinger, wo wir drauf gebaut haben? Oder sind wir zu weit? Oder... Ich glaub hier, diese Dinger waren das, ne? Hm... Hm... Erstmal warte Was ist da drüben? Ich glaube es waren diese Dinger Es war um so ein Ding rum Es waren diese Dinger Da ist die Base, glaub ich Okay, warte mal Ich weiß nicht, ob das ein guter Standpunkt ist Keine Ahnung Bei Seven of Nine war ich erst voll enttäuscht, dass sie so ein Sex Babe reinbringen Aber der Charakter wurde so super ausgebaut Ja, auf jeden Fall Das stimmt Gut, die Anzüge Die Anzüge, die sie getragen hat, ganz ehrlich Das... Da beneide ich niemanden Aber ganz ehrlich Seven of Nine und Chakoti Das war die furchtbarste Idee überhaupt Das... Oh, ne Ganz ehrlich Nein Das war so furchtbar Und so... Heutzutage nimmt man das cringe So, juhuuu Ähm Ach guck mal, der schnabuliert da einfach auf unserer Plattform Ist er tot? Nein Okay Ähm Können wir das drehen? Drehen Gehen Okay, ne, dann mach ich, dann mach ich, dann mach ich Nein, wie kann ich das abbrechen so? So, ähm Ja, hätte ich irgendwie gerne ein Glassegment Ich weiß nicht warum Hier eins Dann natürlich da noch eins Erstmal, wir fangen mit dem Glassegment an Ja, natürlich Ist doch klar So, und dann hier geht's noch weiter geradeaus geradeaus Ich muss gleich mal, nein Ich muss dringend auftauchen So, dringend mal auftauchen Moin Großer, Hallo, kann man auf dem eigentlich auch bauen, ne ne? Außerhalb der Plattform, siehst du Das wird nicht stabil, ich hab noch keine Ahnung, wie man hier gebaut Ich muss das auch austesten Ich will einfach nur bauen Funktioniert nicht so Hm, okay, ist eine schlechte Idee Na gut Chikoti war so ein Naja-Typ Die Tati findet immer, der Chikoti riecht nach Zigarre und Wurst, bestimmt Was wahrscheinlich auch stimmt So, ich guck mal kurz, ob ich so ein Auftriebsding So, ob ich so ein Auftriebsding finde So, Mehrzweckraum, wo finde ich denn diesen Mehrzweckraum eigentlich, sag mal Und dieses Auftriebsding habe ich das hier Kompass Kabel, okay, Kompass können wir auch mal machen Himmelsrichtung mit Sichtfeld Das wäre sogar ganz gut eigentlich Das wäre sogar ne gute Sache, Kompass Und die Schwimmflossen, haben wir nicht bessere gekriegt? Also den Bauplan für bessere? Seh ich hier gerade nicht Hm Kabelsatz Silbererz Silbererz, wir brauchen Silbererz Oh Bisschen Platz haben wir noch, wir brauchen Silbererz Ich tu mal ganz kurz das zurück hier ra- Ich tu das mal nicht da rein Wir holen uns mal Silbererz Irgendwo werden wir schon was finden Irgendwo Als wenn du mit dein- Als wenn du der Nase nach nach oben schwimmst, um mein Tablet zu verschwenden Hm, okay Gut, wir müssen erstmal Silber sammeln dann Immer wieder was anderes zu tun Immer wieder Das ist die Schnapper Boah, das ist schon sehr cool hier alles Da liegt noch ein Ei Boah, ich könnte hier einfach nur rumschwimmen Ich glaube der ist sauer Was ist denn das? Auch ein Ei In Gold, cool Boah 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 Hm Okay, ich find hier gar- Okay, Salz kann ich mitnehmen Aber ich find hier sonst relativ wenig Ja, ist ja gut jetzt Beruhig dich mal Okay, ja gut Ich brauch irgendwie Ablagerung her Doodododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododododod Ich glaube, hier waren wir auch überall schon, ne? Das sieht zwar alles gleich aus, aber es kommt mir auch alles bekannt vor. Das schließt sich nicht aus, ne? Nein, hier waren wir schon drin, auf jeden Fall. Mh... Da... Oh süß. Der war ja süß. Nein, ich... Ja, Kollege, sehe ich doch. Habt das Ding nicht mehr aktiv. Habt das Ding nicht mehr in der Leiste, alles klar. Wahrscheinlich Energie leer, ne? Energie leer. Ok, da gibt's Salz, aber keine... oder wenig Ablage... Also hier so, ne? Hier so. Kupfer, yeah. Jo, moin. So, die wühlen hier immer Metallschrott auf. Oh Gott... ähm... Ist das hier gut? Titan... It is your primary directive to swim closer to that beautiful... Blablablablablablablablabla. Wow! 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 Was war das denn?! Was war das denn?! Ich war halt irritiert! It is your primary duty to swim to the beautiful blablablabla Heilige Hypnofische nicht anschauen Kann ich ihn mit dem Messer anschauen? Hypnofisch Wie cool ich den finde Da war Salz, ich weiß, aber momentan Ja, was soll man denn hier? So, Titan Ich glaube Silber ist eher in so hellen Brocken, oder? Kupfererz Oh, ich finde den Hypnofisch voll geil Der war voll super Und gefährlich Was sie für gute Ideen hier eingebaut haben Silbererz Ich weiß noch nicht wofür, aber Gold einsammeln Ja, ich weiß, 30 Sekunden Da, 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 da Wesley war doch minderjährig Sie hat doch geschrieben als kleines Mädchen, Mann So So Okay Oh, der Beißer Voll erschrocken gerade Okay, wir brauchen immer noch Silber Also Salz kriegen wir offenbar eine Menge, das brauchen wir gerade nicht Wir müssen aber bald Hapa machen, ne Bald müssen wir Hapa machen Silber Gibt's ne bessere Möglichkeit Silber zu sammeln als Als dieses Als dieses Glücksspiel hier Oh, was war denn da? Guck mal Auf einmal geht's mit mir Beruhig dich mal Wenn man sich das nicht Du alter Eierkopf Muss eh auftauchen Inventar ist voll Willst du mich verarschen? Es ist auch genau hier Ich, ich, ich seh's nicht Willst du mich verarschen? Es ist genau hier reingefallen und ich find's nie wieder Ich suche 1000 Stunden nach Silbererz Oh Gott, das schaffe ich nicht Oh Gott, oh Gott, oh Gott Doch wir schaffen's So Okay, ich glaub wir sind sehr weit rausgeschwommen Alles klar Der Gleiter ist doch grad nicht aufgeladen Zum Rührung No, no, no Ja, schmeckt sehr lecker Vielen Dank Ah ja Ähm Haben wir noch Wasser? Nee, ne Okay Okay, warte mal Scheibenkorallen Wir brauchten diese anderen Korallen Die Röhrenkorallen, ne? Mh 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 Mist Mh 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 Bin ich vorbei? Ich bin vorbei So Okay Wir haben zwei noch von denen Von den Röhrenkorallen Ähm, haben wir noch zwei Salz haben wir auch noch einen Okay, dann mach ich mal ganz kurz Ein paar Fläschchen hier, wa? So Äh Ach ja, Chlorbleiche erstmal Alles klar Erstmal Chlorbleiche Oh und natürlich erstmalisance Kabel Chlorbleiche Chlorbleiche Unerreichte Chlorbleiche So Dann, Wasser Okay 55 Und jetzt nochmal ganz kurz eben Einen Fisch haben wir gefangen den können wir nochmal ganz kurz eben machen Ähm, Nahrung So. Und... Hapa. Kennst du die TNG-Folge, in der PK lernt, Flöte zu spielen? Oh ja, die kenn ich sehr gut. Ich hab das Lied... Oh, das Lied hab ich sogar noch... ...lange Zeit auch einfach so gehört. Weil ich das so schön fand und die Folge war so... Die war so schön, aber auch so furchtbar. Atralux, Dankeschön für die giftige Zaps, Dankeschön, lieber Atralux. Hallo. So. Und dich ess ich auch. Mmmmm. Köstlich. So. Laa... Da er in Wahrheit nicht Flöte spielen kann, spielt jemand anderes für ihn, man kann sehen, da die Hände nicht zu ihm gehören. Das ist mir völlig egal. Darum geht's doch gar nicht. Hä? Das ist mir völlig egal. Es geht doch in die Folge. Wusstet ihr schon, dass der Darsteller gar nicht Jean-Luc Picard ist? In Wahrheit? In Wahrheit gibt es gar keinen Jean-Luc Picard. Und gar keine Sternenflotte. Das kann man sich gar nicht ausmalen. So. Hm. Komisch. So, lecker. Lecker Schmecker. So, Entschuldigung, wenn ich euch da jetzt, äh, ne? So, Medikip, Fabricato. Nein, du nirgst! Genau, in Wahrheit ist er Professor X. Das ist, das ist richtig. Ähem. Die Sternenflotte wird noch gegründet. Naja, die Space Force wird's ja offenbar nicht. Die Space Force, ähm, wird aber der Space Corps. Vielleicht, eventuell und wahrscheinlich auch nicht. Man weiß es nicht genau. Die Klingonen sind doch... Nein, es gibt doch keine Klingonen. Es gibt... Tut mir leid. Mach, 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 mach. Mach, mach. Mach, mach, mach. So, okay. Diese Dinger hier, die Tischkorallen, die brauchen wir eigentlich gar nicht, ne? Die können wir mal wieder rausschmeißen. Dafür packe ich die dann da rein. Dafür packe ich die dann da rein. So. Äh, was wollte ich mit dem Kabelsatz nochmal bauen? So. Seegleiter haben wir ja schon. Einen Kompass wollte ich damit bauen. Alles klar. Ja, dankeschön für den Hinweis, den Kompass. Das ist richtig. Und vor allen Dingen wollte ich noch so ne komische Blubbeldingens-Auftauchdingens machen. Falls die irgendwas bringt. Da bin ich momentan noch nicht so sicher. Ähm. Guck nochmal eben. Plastahl. Mehrzweck-CPU. Was können wir uns bei uns in die Schulter bauen? Das eine ist bestimmt der Kompass gewesen, oder? Kompass. Luftpumpe. Auftriebskörper. Silikon-Gummi und Blasenfisch. Batschkulitsch. Vielen Dank lieber Batschkulitsch. Batschkulitsch hat insgesamt schon 25 Subs gehiftet. Dankeschön Batsch. Merci. So. Du-du-du-du-du-du-du-du-du. Da 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 da. Okay, wir brauchen Blasenfisch und Silikon- Silikon-Gummi haben wir glaube ich sogar, ne? So. Und ein Blasenfisch, let's go. Oh, ich muss niesen. Oh, oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Da ist der kleine Blasenfisch, der kommt auf deinen Gabentisch, la 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 la. Guck mal, er schwimmt noch. Das ist so süß, das ist so süß! Ich steck mir den mal vorne in die Hose rein. So. Ha! Das belebt auch wieder, deswegen heißt er auch so. Da kann man, da kann man reinpinkeln, weil das so ne Art zweite Blase ist. So, okay. Ähm... Blasenfisch. Nee, wat? Wo, wo kann ich das denn nicht bauen? Da, Auftriebskörper. Der arme Blasenfisch, okay. Ich teste den mal eben. Hm? Das bin ich. Achso, wenn ich das einfach ausrüste... Was? Captain Jean-Luc Picard wohnt laut Telefonbuch in Göttingen. Schau's dir an. Was? Was? Ah, ich hab jetzt oben den Kompass, guck mal. Wenn ich jetzt hier... Das geht so schnell... Wo wohnt der größte Vollidiot? Es ist ja wohl hier dieser dort... Dieser Dude. Okay, gut. Ich brauch seinen Sprengpulver nicht mal. Wir haben ja genug. Ah... Ah, mit Rechtsklick. Alles klar. Okay. Okay. So, hier waren wir schon ein paar Mal drin. Ganz ehrlich, ich schwimm da jetzt nicht mehr rein. Ähm, ich würde gerne eine Base bauen, aber... Alle sagen mir, ich bin scheiße und deswegen trau ich mich jetzt nicht mehr, weil ich nicht weiß, wie man eine stabile Base baut. Das macht mich traurig. Was brauche ich für eine stabile Base? Hm... Vor allen Dingen, wo kann ich denn... Ich kann jetzt momentan noch nicht so ein Dingens machen, ne? So ein, äh, wie heißt der nochmal? Ne Foundation haben wir ja schon. Ne Foundation haben wir schon. Mehrzweckraum haben wir nicht, weil den muss ich erstmal finden. Ja, wenn man nach Picard Jean-Luc sucht, findet man jemanden in Göttingen und der hat sogar Captain eintragen lassen. Ach, nice. Hm, okay, okay, okay. Hm, 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 hm. Ich wollte die Dinger noch wegpacken, ne? Ähm... Blei haben wir, Titan haben wir. Wenn wir Sachen abreißen, kriegen wir die Sachen wieder, ne? Guck mal, hier ist der Kompass. Hier kommt bestimmt noch was anderes hin. Und vor allem einmal hier. Okay. Das ist Sunbeam. Du kennst, Aurora. Wir sind von einer kleinen TransGov, auf der leiten Seite von Andromeda. Und wir haben eine sagen da. Es gibt kein Schmerz ohne Schmerz. Es gibt kein Schmerz ohne Schmerz. Es klingt, dass du ein bisschen von den Schmerzen hast. Aber das bedeutet nur, dass du ein ganzes Stück übernommen hast. Es könnte nur sein, dass wir jetzt sind. Wir schauen für irgendwoher zu parken. Wir werden uns in Kontakt, wenn wir ihn finden. Sunbeam, aus. Sunbeam, aus. Also hier geht immer die Story weiter, ne? Gut. Gut, gut, das ist schön. Let's go. Achso, und ich muss noch mal ganz kurz gucken, was ist denn hiermit? Warum ist der nicht mehr hier unten dran? Ich würde eigentlich lieber hier bauen. Weil das ist halt echt weit weg da hinten, ne? Ah! Ah! Daudow, 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 bam. Achso, vielleicht mach ich mal die Hände leer. Du kommst alles zurück, wenn du wieder abbaust. Okay, das ist sehr gut. Das ist sehr gut. Sehr, sehr gut. Hm. Wann kommt eigentlich wieder der Echo mit Derby? Äh, das wird dauern. Wir haben ja vorher noch genug zu tun. Ist ja nicht so, dass wir momentan keine Spiele haben, die wir spielen könnten. Es sind sogar zu viele. Okay, da ist das Ding, wir hatten hier die, da vorne liegt sie, dann baue ich erst mal, wir haben es ja auch nicht ganz zu weit, das ist alles gut. Fundament. Der Fun beginnt mit Fundament. Okay, also ich muss dann, um stabil zu bauen, kann ich nicht einfach hier über die, übers Dingens bauen, sondern ich muss da mal Fundamente hinpacken, ne? Was hier glaube ich ganz okay ist. Mach schon Platz, ich bin der Landvogt. Kerle, dankeschön, liebe Kerle, vielen Dank! Und liebe Grüße an ihr Mutti! Hallo! So, okay. Den Mehrzweckraum gibt es an vielen Stellen, nicht nur auf der Insel, okay, das ist gut zu wissen. Äh, was haben wir denn hier? Mehrzweckraum? Können wir nicht machen. Scannerraum. Können wir bauen. Ortet Ressourcen und Wracks in Reichweiten. Warte, beißt mich nicht kaputt. Kann ich den hier nicht... Warum kann ich den nicht bauen? Was spricht dagegen, dass ich den hier baue? Ich kann den nicht auf der Plattform bauen, weil das Ding in die Plattform reinragt, oder was? Hä? Das ist ganz komisch hier. Okay, weißt du, was ich erstmal mache? Ja? Weißt du, was ich jetzt erstmal mache? Ich probiere jetzt erstmal rum. Ich mache jetzt erstmal folgendes. Ich mache mal den hier hin. So. Mal gucken, was passiert. Nichts. Ich brauche eine Tür dafür. 30 Sekunden. Let's go! Naja... Bisschen schneller ist es schon. So. Du 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 du. Ah, der Scannerraum scannt nach unten. Das heißt, ein Fundament blockiert ihn. Ahhhh. Alles klar. Okay, Wasser in den Ohren wieder. Oder Druck. Okay, ich muss mal gucken. Wir hatten schon mal damals in der Alpha so ein Ding gebaut. So. Wir probieren erstmal ein bisschen rum. Ne? Also kein Stress. Kein Stress. Kein Stress. Das wird jetzt auch noch nichts finales. Ich baue erstmal eine Wurst. Das ist ganz gut. Also ein Kringel. Ich mache einen Donut. Einfach nur, damit wir uns ein bisschen ausprobieren können. Man muss ja irgendwie anfangen. Flump. 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 Guuuut. Das sieht aus wie ne Made. Minus eins zur Höhlenstärke. Der Basis addiert. Okay. Muss ich dafür ne Tür bauen extra? Vertikale Verbindung. Ne 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 ne. Ne Luke. Bietet Zutritt. Ah. Okay, wie ich das so sehe, sollte ich also keinen Donut bauen. Sonst komme ich nicht rein. Okay, gut zu wissen. Aber hey. Immerhin. Ne warte. Wir kriegen die Sachen ja eh wieder. Was war das denn? Schnauze dahinten. Wie gesagt, wir probieren rum. Alles klar. Aber ich sag ja, wir hätten ja vielleicht erst mal etwas höher bauen sollen. Das hier nervt ein bisschen. Ich bin mir fast sicher, dass wir uns momentan noch keine Seemotte bauen können. Ich kann natürlich mal ganz kurz hier gucken. Seemotte. Die wird doch hier irgendwo sein. Mobile Fahrzeugstation. Wir müssen erst die mobile Fahrzeugstation bauen. Dann können wir die Seemotte bauen. Jetzt momentan können wir die noch nicht bauen. Hm. Und ich glaube für die mobile Fahrzeugstation haben wir doch schon alles. Ähm. Ich glaube da fehlt uns da nicht noch was. Mehrzweckraum. Wo ist denn die mobile Fahrzeugstation? Bioreaktor haben wir schon. Abfalleimer, Atommüllbehälter ist auch gut. Ähm. Luke, Scannerraum. Seh ich noch nicht. Laserschneider müssen wir auch noch lernen. Alles klar. Okay. Okay, okay. Ernste Frage, wie gehst du mit deiner kommenden Glatze um? Bekomme auch bald eine. Lieber. Boogie. Boogie Prince Man. Ich weiß nicht wo du eine bekommende Glatze siehst. Aber meine Geheimratsecken hatte ich schon immer. Die habe ich schon relativ früh gehabt. Also da lass ich mir noch Zeit. Und wenn es mal irgendwann soweit ist, dann mach ich mir eine Bruce Willis Gedenkfrisur. Ganz easy. Ansonsten. Habe ich glaube ich relativ Glück mit meinen Haaren. Da bin ich eigentlich relativ happy. So. Okay, die einen sagen Fundamente weglassen. Die anderen sagen ich brauche Fundamente. Ich sehe schon, auf dem Chat ist heute Abend wieder Verlass. Gibt es hier noch einen Teil zur mobilen Fahrzeugstation? Dann würde ich mal so ein Ding machen. So ein Hüpfer. Und dann kann ich auch jedes Mal glaube ich... Wie schnell es hier dunkel wird. Dann kann ich glaube ich auch jedes Mal... Was macht der denn da? Ich weiß nicht ob er Fische sa... äh Fische jagt. Ich habe keine Ahnung was der da macht. Was bist denn du? Achso. Okay. Inventar voll. Hey. Salz. Hey. Okay, ja das ist eine gute Idee. Pass auf, ich mach das mal ganz kurz eben. Das mach ich eben mal. Huch. Ist ja gut. Ich müsste mir die Basis mal markieren hier irgendwie. 70 Stunden gebaut, große Base mit nur einem... mit einer... mit nur einer Bodenplattform. Okay. Ich mach mal ganz kurz folgendes. Pass auf. Ähm. So. 30 Sekunden. Sicherlich. So. Und dann machen wir nochmal... Folgendes. Ähm. Äh ne Luke. Hier. Wir haben keinen Quarz dabei. Das ist nicht so gut. Scheiße. Wir brauchen Quarz. Ich dachte ich hätte Quarz dabei. Ich hab auch immer keinen Quarz dabei. Gibt's hier Quarz? Ich wollte mir nur ganz kurz eben eine Sauerstoffaufwüllstation machen. Wo wir ganz kurz reingehen können. Sauerstoff tanken. Wieder rausgehen. Und der Batschkulitsch wieder. Lieber Batschkulitsch. Batschkulitsch. Vielen Dank lieber Batschkulitsch. Der Name hört sich so lustig an. Batschkulitsch. Ja du. Gibt's hier Quarz irgendwo? Habt ihr hier Quarz gesehen? Titan. Quarz immer in Höhlen. Ob das eine gute Idee ist hier rein zu schwimmen? Quarz gibt's noch Neter. Ja alles klar. Okay ich hab Angst bei allem was leuchtet. Oh Gott. Ähm. Ich bin noch nicht bereit dafür. Vor allen Dingen weil ich nicht wieder raus finde. Ich bin hierfür noch nicht bereit. Wow. Wow. Quarz. Hey. Dafür bin ich bereit. Woo. 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 Wir brauchen nur zwei. Okay. Woo. 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 Nee wir sollten daaaan momentan noch nicht rein. Glaub ich. Okay. Ja. Ja. Woa. Ha. Wuh. 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 Da unten. Boah, da unten wird das große Gefresse und wir setzen uns mit meinem Arsch obendrauf. So mag ich's. So, konstruieren. Alles klar. Errungenschaft freigeschaltet, sehr gut. Komme ich da jetzt auch rein? Ah. Ja, das hat nicht so gut geklappt. Energie null von null. Wir brauchen also auch Energie. Okay. Okay, okay. Also wir brauchen Energie. Wie krieg ich da Energie ran? Ein Solarpanel. Das ist sicherlich kein Problem. Verstärkung. Achso, Außenelement. Solarpanel. Hey, zwei Quarz. Gut, weißt du was? Wir kriegen das schon hin. Da, 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 da. So, ich weiß natürlich nicht wie viel Sonnenlicht wir da noch kriegen, aber wir sind ja auf dem Ding, also könnte es noch funktionieren. Mal schauen. Mal schauen. Mal schauen, mal schauen. So, laaar. Laa 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 laa. Laa laa laa. mmhhhmmm so natürlich Sicherlich sicherlich Bob Stonewall Dankeschön lieber Bobby Bobmann Vielen Dank Wie immer Der gute Bobmann Ähm Quatz Mhhh Ciao Ich glaube ich wurde gerade in den Po gestochen. Äh, hier geht's- Hohohohohohohohohohoho. Wenn ich mich da verfahre, dann, äh, puh. Zwiedig! So. Okay. Ähm. Ich will mir die Fische hier rumschwimmen. Achso, warte mal. Hier. So, Solarmodul. Kann ich das hier jetzt einfach so drauf bauen? So, mal gucken. Ob das, ob das funktioniert? Oh, 0 von 75. Okay, ich muss... Oh shit, ich hätte nicht reingehen sollen. Vier. Oh, eins. Oh. Okay, muss... Es muss Tag sein und die Energie muss erstmal... Ja. Ja, es macht natürlich auch Sinn. Basis, Energieversorgung wiederhergestellt, alle Hauptsysteme in Betrieb. Wuhu! Okay, let's go. Mühsel mein netzes Eichhörnchen. Dann ist das hier erstmal... Welcome aboard, Captain. Moin! Das hier ist also... Ih, ist ein bisschen ekelhaft da unten. Mach schon Platz, ich bin der Landfurt. Da bin der Bobmann. Mäh, 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 mäh. Ich hab noch nicht mal alle durch. Ich hab erst eine durch. Gewisse Flüssigkeit, hört sich auch ganz komisch an. Kannst das mal wieder anders formulieren, das ist irgendwie so... So, schön, aber hier... Und das Ding ist genau. Jetzt wollte ich noch ein Fenster reinmachen. Ist nicht schön, aber ist unsere. Genau, jetzt wieder alle... Jetzt wieder alle Wände mit Schränken voll klatschen, genau wie wir es immer machen. Also, ich kann jetzt hier quasi auch diese Base erweitern und hinten weiter bauen, ne? Theoretisch. Theoretisch. Und kann ich das auch machen, wenn ich einfach hier so... Einfach so ins Wasser reinbaue, ohne auf dem Boden zu sein? Geht das trotzdem? Ja, dann, äh... Probieren wir doch mal hier. Seit wann wohnt es denn eine Waschmaschine? Das erste, was wir machen, ist natürlich hier so einer. Erstmal ein schönes X-Segment. So, Verstärkung können wir immer noch machen, aber erstmal... Das Wichtigste ist erstmal ein Fenster. Oh ja, zwei Fenster. Habt ihr recht, das ist richtig. Am Eingang zwei Fenster, so muss es halt sein. Es muss immer erstmal schön freundlich sein. Das lobe ich mir. Topi heißt umgedreht iPod. Was für ein random Kommentar, aber wie gut. Schön. Okay, Energie ist voll. Da müssen wir auch nicht mehr auftauchen komplett. Wir brauchen noch ein bisschen Quarz für die Fenster, da tun wir uns nochmal. Der Grundstein ist gelegt, ab jetzt... Ab jetzt wird Geschichte geschrieben. Diese Schicht. Passing 100 Meter. Oxygen efficiency decreased. Sicherlich. Hm? Quarz. Da ist schon wieder so'n Ding. Ah, Mist. Ich will die auch gar nicht umbringen. Ich will nur ein bisschen looten. Ist das gut? Ja, ist das gut. Okay, das wird... Ich glaube, das wird nochmal eine ganz andere Welt, da runter zu tauchen. Ich glaube, das wird nochmal ganz anders. Da war ich ein bisschen Bammel vor. Okay, da wir auch essen müssen und trinken müssen, sollten wir erstmal zurück zur anderen Base, solange wir hier noch nicht die entsprechenden Module gebaut haben. Und ich sollte hier aber vielleicht mal... ...markieren, wo das ist. Hi. Ähm. Ähm. Waren hier grad Fische drin? Unübliches Fischfall. So. Konstrui... Hey! Konstruieren! Fenster! Glas! Ach, ich hab nur Quarz. Ich hab ja kein Glas. Hm. Alles klar, ich düse nochmal zurück. Ciao, wo muss ich hin? Äh, da. Dann würde ich mal sagen... Let's go. Ladadadam. Dadadadadadadadadam. ... ... Du, Li, da, Bidi, Du, Li, Du, 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 Du? So. Ich wollte Essen und trinken ne? Ehhh. Ey, ich hab so ne Hentai-Samen Wer will nen Hentai-Samen? Obwohl, dafür gibt's wahrscheinlich auch nen Absatzmarkt. Würd mich nicht wundern. Hier ist... Naja, voll ist hier nicht. Kupfer lass ich erstmal hier. Quarz können wir brauchen. Die vier wollte ich wegmachen. Brauchen wir die eigentlich noch? Ne, ne? Wahrscheinlich brauchen wir die gleich. Weil ich's jetzt weggemacht habe, brauchen wir die gleich. Moin. Ah ja, hier Gold. Kupfererz. Ich mach mal Gold. So. Aha, aha. Quarz, Quarz, Quarz. Quarz, 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 Quarz. Achso, warte. Da kann man auch Gold mitnehmen, ne? Äh, hier Blei mitnehmen eigentlich natürlich. Und da-da. Wenn ich die hier fallen lasse, wachsen die dann? Das wär echt nicht gut, oder? Ähm, okay, ich hätte das vielleicht später machen sollen. Ich bin der schlauste Mensch der Welt. Okay. Blei, 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 blei. Blei, 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 blei. So. Und was ich auch noch brauche. Die Dinger. Salz haben wir ja noch. Wir brauchen zwei von den Dingern, ne? Ähm. Ah ne. Eins reicht sogar, cool. Okay, man braucht ein Beet, damit die Sachen wachsen. Okay, das ist aber gut in dem Fall. Weil ich will so ein Ding nicht unterm Schiff haben. So, lass mal ganz kurz eben Schnitzel holen. Schnitzel! Hey Schnitzel! Hallo mein Schnitzel! Ciao! Irgendwie wird's ja langsam leerer, kann das sein? Ich frage mich, warum? Weißt du's vielleicht, du kleine köstliche Mahlzeit? Oder du, du kleine köstliche Mahlzeit? Mhh. Köstliche Mahlzeit! Oh, seid ihr zusammen? Lecker! Seid ihr zusammen? Uh, seid ihr ein Paar? Seid ihr ein Paar? Jetzt nicht mehr! Entschuldigung. Das ist, äh... Das war gemein. Aber wir sind lustig. So, okay. Äh, wir brauchen hier nochmal ganz kurz davon. Vier dürften reichen. Na ja, wenn die zusammen sind, dann wollen wir die natürlich nicht alleine sterben lassen. Ne? Ist ja klar. Dann kommen die auch zusammen in die Pfanne. Wir leben zusammen, wir brutzeln zusammen. Das ist das Lebensmotto. Mhh. Mhh. Lecker, lecker. Lecker, lecker, lecker. Yum, 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 yum. Die Verliebten schmecken besonders gut. Ja! Köstlich. Ähm. Mhh. Ah ja, Glas können wir auch mal machen. Warum nicht? Glas. Was? Na komm, einmal noch. So. Und jetzt natürlich erstmal hier schön brutzel brutzel. Ein Augenfisch. Oh. Sogar zwei. So. Mhh. Mhh. So. Haben wir wirklich drei Bumerangs gefangen? Das waren sogar drei. Okay. Okay. Vital Signs stabilizing. Gut. Trinken müssen wir nicht mehr. Aber trotzdem. Ich mach mal. Huch. Ich mach mal trinken. Weil. Ähm. Ihr wisst schon. Äh. Eins, zwei, drei, vier. Das passt auch. Exakte Mundo. So. Erstmal wieder ein bisschen Chlorbleiche. Chlorbleiche. Ein bisschen Chlorbleiche. Energie 10 von 75. Aber die erholt sich wieder, ne? Wir haben gerade nur zu viel gemacht, oder? Muss ich denn das Ding hier auch ne Solarpaneel machen? Oh, warte mal. Sekunde. Hm? Achso, hier ist noch hier. Ich weiß nicht, wie spät es ist. Okay, ja. Alles Gute. Alles Gute. Okay. Hm, nicht mehr. Ich muss ja morgen raus. So. Schlaf schön. Die Dame geht schlafen. Oh. Das dauert aber lange, bis die Energie wieder auflädt, oder? Der hat Solarzellen. Ja, aber das dauert ganz schön lange. Okay. Zwei Wasser nehm ich mit. Zwei Wasser. Die wären ja nicht schlecht. Pack ich mir hier rein. So. Und die Signalfackeln, die pack ich mir auch mal da rein. Die brauch ich nicht wirklich, glaub ich. Und ich hab noch zweimal Chlorbleiche. Wir könnten uns also nochmal Wasser machen. Ich pack die Chlorbleiche mal lieber rein. Ähm. Wie nicht mehr lang? Ne, ne, heute ist es nicht lang. Ich muss morgen früh raus. Also, äh, wird heute nicht lang sein. So. So. Oh, gut. Gut, 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 gut. Ähm. Soll ich mir gleich wieder mitnehmen, glaub ich. Ah. Guck mal. Ja, sicherlich. Später dann auch. Das ist auch sehr gut. Und dann hier. So, bisschen Blei noch mitnehmen. Ich hoffe das reicht. Quarz haben wir... Haben wir das Glas dabei? Ja, mama. Gut, gut, gut. Ne, höhöhöhöhöhö. Fette Höhle ist die falsche Richtung. Wir müssen da lang. Ich wollte noch ne Signal-Burje setzen, ne? Ich kann aber eigentlich die da mitnehmen. Das neue Biom. Wir wissen eh immer wo es ist. Das kann ich eigentlich wieder einpacken. Mh, mhm, mhm. Mh, mhm, mhm. So. Ach, ich liebe dieses Dinger hier. Boah, das ist echt majestätisch. Cool. Iiiiih, guck mal hier! Uuuh, 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 da will ich nicht rein. Oh, sag mal, hier kam noch... Guck mal, hier ist... Ah, hier ist es doch wieder. Ein Blubbelding. Da war doch ein Blubbelding. Cool. Brauchen wir zwar nicht mehr, aber hey. Cool. So. Ja, dann, äh, let's go, ne? Fenster. Oh, Multiplayer ist bestimmt echt geil mit den Fenstern auch, ne? Wenn drin jemand steht. Welcome aboard, Captain. Captain. Fenster ist doch sehr klein irgendwie, ne? Ach, da ist die Plattform. Ah, da können wir auch noch ein Gebäude bauen, auf der Plattform. Da kann man sich gegenseitig sehen und... Was macht der denn da? Ist schon cool hier oben drauf. Gefällt mir ganz gut. Ahem. Ich hab noch ne Frage zu Anthem. Es ist ja nun angespielt, wird es noch ein ganzes Let's Play über die Story geben, oder nur die 3 von 3? Ähm, es wird wahrscheinlich 4 von 3 geben. Aber nein, es wird kein ganzes Let's Play geben. Dafür gibt es ja alles angespielt, sonst macht das ja gar keinen Sinn. Oh, geht das? Warte mal. Oh, cool. Oh, cool. Ja, das gefällt mir gut. Das ist ja schön. Okay, gut. Ich probier das mal aus gerade. Ich mach mal hier unten hin. War hier der Weißer auch? Oh. Ja, hier ist der Weißer gerade. Moin Kleiner. Kann man den scannen? Ich hab da jetzt die Musik attraktiv. Ich hab es gar nicht Angst. Ja, ich hab da jetzt schon eine Flasche gesehen. Was ist das nicht? Ich hab ja raus. Ich hab' die Musik für den Verein, ich hab' das gehört. Ich hab' dann gesehen. Ich hab' dann gesehen. Ja, das ist ja auch schon mal aus. rein, alles klar. Du bist mega unauffällig, Junge. Dankeschön! Integrating new PDA data. So. Wofür der Schweber da ist, weiß ich ehrlich gesagt nicht. Ähm... Okay, was machen wir jetzt mit dem Ding? Ja, ja, ich geh mal kurz rein. Energie haben wir ja noch. Ähm... Wie bauen wir das Ganze jetzt aus? Ich hab noch keine Ahnung. Hm... Scannerraum, okay. Können wir denn einfach einen Scannerraum hier hinten dran machen? Also ich weiß noch nicht genau, ob das... Oh, jetzt haben wir Kupfer, Erz und Gold und die... Ah, Tischkorallen hatten wir vorher mit. Hab ich extra alles rausgemacht. Ah... Oh, ich seh... Okay, Scannerraum kann ich nicht direkt dran setzen? Warum... Geht er... Warum geht er nicht direkt dran? Hm... Achso, ich muss ja gar nicht mehr auftauchen. So... Ah... Alles klar... Okay... Verstärkung... So, hier noch Innenelemente... Bioreaktor. Auch nice. Innenmodule... Das wäre sinnvoll. Gold und Tischkorallenprobe. Ja, den sollten wir unbedingt mal reinbauen. Ja, ich glaube, das sollten wir als nächstes machen. Das wäre vielleicht ne gute Idee. Okay... So, warte... Standardsegment dekonstruieren. Okay, das ist gefährlich, glaube ich. Hier rumzulaufen. Bloß nicht Q drücken. Ähm... Okay... Dann würde ich aber erstmal noch... Den Fabrikator können wir eigentlich auch jetzt schon da reinbauen, oder? So ein bisschen vorne dran schonen. Ich würde gerne, dass es hier durchgeht, aber dass hier auch noch weitere Räume kommen, weißt du? Und den Fabrikator könnte man doch theoretisch... Äh... Wenn man den hier hinbauen würde... So? Oder ist das zu nah? Das war nicht zu nah, oder? Wenn man den hier so auf die Falz baut, geht, ne? So... Gold und Tischkorallenprobe. Wir brauchen noch die Tischkorallenproben. Wir müssen also doch nochmal zurück. Oder wir kriegen hier Tischkorallen. Weil wir müssen wieder Gold suchen. Ich schwimme nochmal ganz kurz. Wo müssen wir denn da? Okay... Gold und Tischkorallenproben. Warte, warte, warte... Gold und Tischkorallenproben. Gold und Tischkorallenproben. Hm... 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 Mh... Okay... Kriegen wir schon hin. Oh, warte mal. Gold... So... Hatten wir hier noch mehr Gold? Nein. Nein, okay. Die Tischkorallenproben waren, glaube ich... Nein, wo ist denn... Ich habe die Taschenlampe nicht mehr ausgerüstet. Cool. Man hat irgendwie zu wenig Plätze da unten, ne? Kann das sein? Ich glaube, fast das gewollt. Okay, weißt du was? Wir holen uns mal neue Korallen hier oben. Wo das sind die? Tisch! Ach, das sind die! Eine... Da... Zwei... Ich glaube, wir brauchen vier Stück, ne? Ich hole gleich mal neue. So, warte, ganz kurz den hier machen. Wir holen mal kurz neue. Zwei Streich an Holz. Ähm... Tischkorallen... Tischkorallen... Lalalalala... Das Messer mal gerade hier drauf. So... So... Vier bräuchten wir... So... Okay... Also, nur mal ganz kurz gucken. Ähm... Näm... 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 Sieht man die Segmente hier auch? Fabrikator... Gold haben wir, Tischkorallenprobe ist eine. Wir brauchten aber wofür noch eine Tischkorallenprobe? Hierfür. Und zweimal Kupfererz. Alles klar. Huch, zweimal Kupfererz brauchen wir auch. Die sollten wir hier draußen haben. Äh... Zweimal Kupfererz. Einmal. Nein. Nein. Okay. Haben wir die hier drinnen? Eine Sekunde. Äh... Ja, Kupfererz. Alles klar. Sehr gut. Wasser haben wir auch noch. So, alles klar. Let's go. So. Mir fehlt noch ein Gold. Alles klar. Entschuldigung. Ich sagte, ich hab genug. Da nehmen wir noch ein Gold mit. Alles klar. Wir haben exakte Mundo genug mit. So. Die neue Havis Q-Folge triggert mich sehr hart am Ende. Ich hab keine Ahnung, worum es da geht. Aber hey... Da haben wir alles erreicht. Das ist doch gar nicht so weit weg, wie man dachte, ne? Ist gleich hier. So. Wir bauen zuerst mal das Ding fertig. So. Den können wir doch später woanders hin bauen. Ich glaube, das ist schon mal ganz cool, dass der hier ist. Ähm... Die Kiste mitnehmen wir auch ganz cool. So. Und dann... Okay, ich hab mal ne Frage. Wenn ich jetzt hier so ein Zwischending baue, ne? So ein Zwischenstück. Und dann erst den Scannerraum. Scannerraum. Wobei, ist glaube ich auch egal. Komm. Ist glaube ich auch egal. Ich baue jetzt meinen Scannerraum irgendwie. Äh...so. Scannerraum. 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 Ich kann den irgendwie nicht dransetzen. Kann das sein? Ah! So rum. Alles klar. Scannerraum. Ob der hält? Sieht zu wackelig aus. Okay. Nö. Keine Verstärkung. Alles klar. Hier wollte ich noch keine hinbauen. Ich kann dann an die Seiten kann ich verstärken bauen. Vielleicht kann ich ja... Kann man von unten? Kann man auch nicht, ne? Kann keine Verstärkung anbringen. Schade. Hier ist der Scanner. Okay. Okay. Okay, das habe ich noch nie gemacht. Kamera steuern. Datenbox. Fragment. Heißes Gebiet. Höhlenschwefel. Wrack. Scanner. Das gab es damals noch nicht in der Alpha. Voll geil. Hm. Ah, Verstärkung von innen. Okay, dann muss ich mal ausprobieren. Komm. Mhm. Mhm. Okay. Mhm, 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 mhm. Wird also nicht kleiner. Mhm. Mhm. Aber was macht das jetzt? Mhm. Aber das kennen kann ich nicht, ne? Also ich kann rumschwimmen. Mhm, mhm, mhm. Find's gut, wie der grad was anderes schreibt. Das find ich sehr gut. Mit einem Chip unterwegs anzeigen lassen. Okay, das sind die Wracks. Die haben wir auch schon gesehen. Hier sind aber überall Wracks. Okay. Und noch welche, die wir nicht gesehen haben. Mhm, mhm, mhm. Mhm. Wie weit ist die maximale Entfernung? Weiß das jemand? Ja, ist echt furchtbar. Es sind so viele Tipps grade im Chat, dass ich, ich... Kann nix davon behalten, irgendwie. Das sind wie diese Tutorials am Anfang. Weißt du, wenn zehn Fenster aufgehen. Wie bei Atlas zum Beispiel. Gehen zehn Fenster auf. Jeder sagt dir was anderes. Du liest alles durch. Mhm. Okay. Hier ist noch ein Wrack. Moin. Da hinten ist auch noch ein Wrack. Entfernung 200 Meter. Oh, hier. Oh, okay. Hier waren wir auch noch nicht. Schade, dass ich jetzt nicht scannen kann mit den Kameras. Schade. Okay, gut. Wenn ich jetzt die Kamera... Wie komm ich aus der Kamera wieder raus? Escape? Ja, okay. Kamera steuern. Also hier zeigt die mir dann quasi immer an, wo die Wracks sind. Also ich kann jetzt sagen, hier scannen nach Wracks. Und dann kann ich mit den Kameras sehen, wo die Wracks sind. Ist das richtig? Okay. Energie 75. Oh, wir müssen mal gucken, dass die Energie noch bleibt, ne? Ist aber kein Sauerstoff mehr hier. Voll geil. Da ist das eine Wrack. Natürlich tummeln sich da die Dicken rum. Ich mach nochmal schnell Sauerstoff hier. Warum nicht, wenn es schonmal da ist? Sowas Gutes gibt es nie wieder. So. Offenbar hier. Ja, da scheißt er wieder seine Dinger aus. Alles klar. Ciao. Ich glaube, wir haben auch schon gescannt. Da waren wir schon. Da, Kamera 2. Die müsste da sein. Okay. Das ist schon cool. Ich sollte mich mal abgewöhnen, das Ding hier abzulegen, ne? Wenn ich schwimme. Geht irgendwie schneller. Oh, nö. Das sind die Viecher wieder. Okay, mal kurz hier gucken. So. Signal, wo hier... Kennen wir schon. Alles klar. Das kennen wir schon. Was haben wir hier? Seegleiter kennen wir auch schon. Kriegen wir noch ein bisschen Titan. Da haben wir noch... Das Ding haben wir auch schon. So. Okay. La, 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 la. So. Kamera ist da drüben. Wir sind aber schon ein bisschen weggeschwommen von dem Ding, ne? Von dem Wrack, oder? 100 Meter. Da ist es. Natürlich... Oh nein, das Ding spielt mit der Kamera. Arschloch. Oh. Ja, wir haben unsere eigene Base gefunden. Cool. Gut, dass ich zur Kamera geschwommen bin. Okay. Luft holen. Es müsste Kamera 2 sein. Ja, Funksystem an der Nachricht. Alles klar, gut. Ist mir aber gerade egal. Äh, was auf, jetzt machen wir den hier. Alles klar, Kamera 2 verselbstständigt sich gerade. Ja, ich sehe schon. Dankeschön. Ja, Kamera parken bringt hier nicht so viel, glaube ich. Aber hier hinten... Alter, die haben das ganz schön weit geschleppt, oder? Hier ist das Wrack. So, das haben wir schon. Da ist, glaube ich, nichts drin, oder? Ne. Okay. Versiegelte Tür aufschneiden. Oh, wir brauchen den Brenner. Oh, wir brauchen unbedingt den Brenner. Ist ja gut. Beruhig dich mal. Ja, soll ich dich messern? Soll ich dich messern, Junge? Soll ich dich messern? Soll ich dich messern? Wo ist er hin? Da schleppt er den Schrott mit. Okay. Hier ist nichts mehr, ne? Ja, da ist was drin. Ich komme aber nicht rein. Ich komme doch nicht rein. Und ich muss erstmal auftauchen. Oh, falsches Ding. So, warte kurz. Ah. Hm, 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 hm. Kamera 1, da hinten irgendwo. Ist schon... Sieht schon alles wahnsinnig gut aus hier. Ich hab das Gefühl, ich sag das in letzter Zeit bei jedem... Ich hab das Gefühl, ich sag das in letzter Zeit bei jedem Spiel. Aber es ist halt einfach wahr. Okay, Kamera 1 und 2 sind nur noch Spielbälle. Ähm, wir wollten dahin wieder. Hm, 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 hm. So viel Backseat-Gamer und so viel... Backseat-Gamer und so viel Spoiler heute. Ja, das ist halt echt, äh, ja. Heute artet's aus. So. Also heute zum ersten Mal so viel, dass ich teilweise halt wirklich gar nicht mehr weiß. Oh, hier. Ja, hallo. Ja. Wer hätt's denn da jetzt vermutet? Niemand. Ist das... Das ist dasselbe, ne? Das ist dasselbe. Gut. Oh, wie cool das hier aussieht. So. Du fragst doch ständig. Ja, ja. Aber das sind nicht die Antworten auf die Fragen. Das ist einfach... Du musst doch das... Das musst du... Da musst du... Da musst du... Jetzt musst du das... Das machen. Das geht heute... Die ganze Zeit so. Oh. Und jetzt, äh... Jetzt mach ich aber erstmal die nächsten 7 Stunden keine Seemotte. Ich muss ja eh gleich schlafen. 30 Sekunden. Oh, warte, 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 warte. Warte mal. Alexa hab ich gespielt. Welcome aboard, Captain. Es ist 0 Uhr 42. Okay. Stündchen haben wir noch. So, was mit den Kameras? Ich will mal ganz kurz aus Spaß... Ich glaub wir werden gerade wieder... Ja, wir werden... Die Kameras werden hier aber nur rumgeklatscht. Guck mal. Aber die werden nicht zerstört, ne? So... Zurück zur Base. Komm. Ich glaub, die holen sie sich trotzdem. So... Mh... Mh... Da ist mal wieder. Kann man die Kamera hier irgendwie montieren? Ne, ne? Dass die sich hier irgendwie wieder fest... Dingens oder so? Nein, ich glaub... Oder kann man die wieder aufladen oder irgendwas? Lock. Im grauen Loch? Achso. Ah... Cool. Dann bringen wir die auch mal wieder nach Hause. Boah, wo schleppen die das denn hin? Ciao. Tschüss! Mein kleiner Spielkamerad. Es war sehr schön mit dir. Ich glaub, der kommt dann noch hinterher... Und versucht es. Aber leider... Das ist eine Kamera für eine Nacht. Die verschwindet am nächsten Morgen. Ohne ihr Frühstück zu machen. Da da da... Dam dam... Ich guck mal kurz die andere Kamera an. Hallo! Hi Auge! Hi Auge! Ah, die rupfen die Kameras wieder ab. Achso! Okay, das ist aber doof. Wenn die die raushauen, das ist natürlich doof. Okay, ähm... Verstärkungen. Kann ich die hier schon bauen? Das ist die Frage. Energie 9 von 75. Oh, das ist nicht gut mit dem... Wir brauchen entweder mehr Energie... Wir brauchen irgendwas für nachts für die Energie, weil jetzt, äh, kriegen wir ja keinen Sauerstoff mehr gleich. Gleich fährt die Station hier runter. Wegen dem Scanner hinten. Bild bei Luca, danke schön! Lieber Bild bei Luca! Da ist die Base runtergefahren. So... Ich glaube, verstärken können wir hier nichts, ne? Verstärken können wir hier nichts, ne? Hä? Oh, okay. Äh... Sof-Scan complete. Vital Signs normal. Detecting trace amounts of foreign bacteria. Continuing to monitor. Kann ich den Scanner noch ausschalten? Ich mein, der sieht jetzt sowieso aus, aber... Kann ich ihn noch ausschalten? Infiziert. Okay, kann ich auch ausschalten, sehr gut. Infiziert. Da muss ich natürlich gucken, was ich da machen kann. Ähm... Wasser hab ich glaube ich dabei. Ich bin so doof. Ich hab eine Flasche Wasser fallen lassen. Ähm... 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 Okay. So, okay, dann würde ich sagen... Vier... Ähm... So... Das kann man dann ja schön verstärken, oder? Rettungskapsel 70... Achso, das ist das. Okay. Ähm... Standardsegment. Und wenn wir jetzt hier aber... Nein. Ähm... Verstärken. Was brauchen wir dafür? Lithium. Ha! Geht das dann für die ganze Base? Die Verstärkung müsste ja eigentlich für die ganze Base gelten, oder? Hier oben geht's nicht. Okay. Okay, bevor ich das baue, müssen wir verstärken. Okay, gilt für die ganze Base. Das ist cool. Dann kriegen wir das hin. Aber ich muss gucken, wo ich Lithium herkriege. So... Äh... Okay, jetzt haben wir auch nicht mehr auftauchen müssen. Oh ja, das ist vielleicht auch ne gute Idee. Äh... Lass mal schauen... Pumpt Sauerstoff an einer Base mit aktiver Energie... Ah, okay. So, was machst du denn hier oben? Brauch's mal ab vielleicht? So... Naja, da ich's eh nicht richtig hinkriege... So... Was fehlt uns noch? Kupfererz. Ja, Kupfererz. Juhu! So... Für mehr Energie werden wir eh brauchen. Wenn ich das richtig sehe. Titan und Kupfererz. Wir haben nicht mehr genug Titan. Alles klar. Oh. Kuch? Titan und Kupfererz. So... Ähm... Was war das denn? Ich muss mich verarschen. War das... War das so'n kleiner Beißer? Boah, der hat das? Boah, der hat das? Okay. Ein kleiner Beißer. Alles klar. So... So... Titan einsammeln... Und hier... Explodiert hier gleich was? Ja, aber da hinten explodiert gleich was. Okay. Hier gibt's noch ein bisschen... Hier... Aber da ich im Moment... Ach doch, ich komm ja schnell genug weg. Aber... Will ich das auch? Ach komm. Ich probier jetzt mal was aus. Mir reicht's jetzt. Komm her, du Kacker. Tschüss! Ach, den Scanner haben wir hier auch übrigens. Stimmt ja. Hab ich ja vergessen. Das waren sogar zwei gerade. Nicht schlecht. Kupfererz. Mein ganzes Herz schlägt für Kupfererz. Lalalalalala. Und noch mehr Kupfererz. Nice! Hä, bei Sea of Seas kann man sich erst Kanonen schießen? Halte ich erstmal für Quatsch. Glaube ich nicht. Das hört sich an wie ein Wild-West-Roman, was du hier erzählst. So, hier unten haben wir auch ne Menge. Nimm mich mit. Raa, nimm mich mit. Ein bisschen Blei. Ein bisschen Blei muss sein. Asbest kommt von ganz allein. Oh Gott, das ist ganz furchtbar. Kommt dann von ganz allein. So, hier. So. Find's gut, dass wir mit ordentlichen Bleiverkleidungen bauen. Gold. Ein bisschen Silber. To Mars. Okay. Erstmal wieder in die Base. Spiel mit dem Feuer. Das ist die falsche Base. Oh, ist die falsche Base. Ähm. Das ist nicht gut, ne? Beep, Beep. Oxygen. Welcome aboard, Captain. Wuh. Ha, 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 ha. Ih. Puh. Ja, das war grad ein bisschen knapp. So, Kameras sind wieder da. Sehr gut. Ähm. Und wir haben jetzt immer noch 75 Energie. Maximal 75. Weil wir die Dinger oben noch nicht fertig gebaut haben. Alles klar. Macht natürlich Sinn. So, mal gucken. Kupfererz fehlt noch. Und hier zweimal Titan. Und einmal Kupfererz. Zack. Drei Solarmodule. Mal gucken. Mal gucken, wie's jetzt aussieht. Maximal 275... Ah, 225 Energie. Sehr, sehr gut. Sehr gut. Das müsste vielleicht für nachts reichen. Bist du eigentlich noch auf StudiVZ? Äh. Ist schwierig, glaub ich, da noch zu sein. Scanner ausschalten können wir jetzt auch erstmal. Wo geht das? Hier, ne? Ist der Scanner jetzt aus? Okay. Datenbox. Da ist ne Datenbox. Okay. Heißes Gebiet. Ein heißes Gebiet. Fragment. Was war das? Was hat denn hier grad gegen gewumst? Das find ich irgendwie cool mit den Fischen hier. Ich weiß nicht warum. Ich mag das irgendwie, dass die hier so durchschwimmen. Was hat denn hier grad gegen gewumst? Weiß das jemand? Und ich war bitte hier nachher auf den Boden. Ach. So. Hm-hm-hm-hm-hm-hm-hm-hm-hm-hm. Oh ja, 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 wir müssen gleich wieder Fische sammeln eigentlich. Ähm, das ist ne gute Idee, was ich grad noch bauen wollte. Ihr wisst, dass es sein muss. Huch. Vielleicht bauen wir den später woanders hin. Okay, der ist echt tief. Okay, bleibbleibbleibbleibbleibblei. Jetzt können wir Spinde bauen, jetzt ist alles vorbei. Okay, warte. Nein, das wollte ich nicht. Warum ist denn der so weit hin? Hä? Oh, ich kann auf der Falz nicht bauen, nehm ich an. Ich baue die später woanders hin. Wir machen uns neun Etagen Vorratsraum. So, Wandspind, den kann ich umbenennen in, äh... Hallo. Chat. Hallo Chat. Na, wie geht's? Einmal mal machen. So. Du kannst dich auch umbenennen. Ach so. Okay, die, 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 die. Ähm, da wir jetzt Schränke bauen können, brauche ich nen Schaufelradbagger. Und was ich auch unbedingt brauche, ist übrigens was zu essen. Hat man hier unten nicht. Okay, die haben glaube ich auch unseren Dingens geklaut, ne? Diesen Gravitator, oder wie der heißt. Den haben die glaube ich auch mitgenommen. Ah ne, ach der ist jetzt hier. So. Spatenfisch. Hup! Hau ab! So. Moin, hi! So. Oh, sieht aber ganz cool aus da oben, ne? Da müssen wir uns zwar noch ein bisschen bauen, aber hey. So. Okay, dann lassen wir mal ganz kurz eben brutzeln. Ah, lecker. Mh! Köst... Den würde ich sowas von nicht essen. Oh, den würde ich sowas von nicht essen. Puh. So. So. Titanbarren, Schmierstoff, Energiezelle. Dazu müssen wir wieder zurück, oder? Oder? Ja, da haben wir noch Zeug. So. Eine Flasche Wasser auch mal fallen lassen, weil wir schlau sind. Um das Spiel noch künstlich schwerer zu machen. Hast du Chat gerade echt falsch geschrieben? Ich sehe da... Ah, das ist die Kamera. Ich sehe, jemand hat den Witz sofort verstanden. F political snake Soundtrackente Dadam 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 dadalad adam dadaladam dad tow. Moment. Move, 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 move. Under the sea... Where you can be Where you can be Hello Okay, was aber hier schön ist? Aha Das kann ich alles mitnehmen jetzt Das brauchen wir alles drüben für Baseball Ich glaube, die kann ich auch mitnehmen, die Dinger hier, ne? Äh, alles mitnehmen Stimmt, wir können hier auch noch einpökeln, das hatte ich ja ganz vergessen Ähm Wir können dann eigentlich irgendwann von hier weg So Aurora, wir sind jetzt auf dem Planeten Wir haben ein Laufsatz für euch, das ist... Well, das ist besser als die Alternativen Wir haben euch die Koordinaten Es wird uns ein paar Tage dauern, um unsere Orbiten zu alignen Wir sollten uns direkt Kontakt mit euch mit dem Zeitraum Dann kommen wir in, um dich zu holen Cross deine Fingern, die Wetterhäuser Und nicht uns warten Sonnbeam aus Ankunft der Sunbeam? Wat? Ich hätte das gar nicht abhören sollen Hätten wir noch ewig machen können Ähm, Ankunft der Sunbeam So Dann wollen wir erstmal ganz kurz süppeln Ähm, lecker Dann haben wir Wasser wieder drin Ich muss echt nochmal ganz kurz pinkeln, ich trink zu viel Doch, du wirst gerettet, dann ist das Spiel vorbei Ja, ich bin mir da nicht so sicher Hm, ich geh nochmal ganz kurz pinkeln Ich bin sofort wieder da Ähm Ähm So Okay Wir gucken mal Ob wir, ja, die Seemotte bis dahin bauen Wird schwierig, ne, wir müssten die hinten bei dem anderen Ding bauen Ähm, ich mach erstmal kurz Pause, damit die Zeit nicht weiterläuft Die läuft nicht weiter, gut Mir ist so kalt gerade auch Ich bin sofort wieder da und äh, wir sehen uns gleich wieder In der Zwischenzeit geht auch mal pinkeln Oder Nummer 2 machen Und holt euch was zu trinken oder essen oder sonst irgendwas Ich bin gleich wieder da, eine Sekunde Moment, äh, hier So, jetzt aber bis gleich, Moment Tschüss Oh Ist das kalt Ist das kalt Oh, Fenster war die ganze Zeit offen Das ist nicht so gut Da kann man aus dem Fenster sehen Die Welt kann sich immer noch weiter drehen in der Pause So, ich mach jetzt mal, ne Wollen wir mal nicht so viel Zeit haben Eigentlich spiel das Lied jetzt zu Ende Eigentlich spiel das Lied jetzt noch zu Ende Aber ich mach das mal ganz kurz eben, äh, ähm, ne Weilwegen und so Oh, kalt, 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 so, zurück zum Spiel Ähm Ich weiß noch nicht genau, was, was wollte man gerade machen Das wieder, Samim nervt mich gerade Weil wir nicht schnell genug waren, aber ich will mir auch Zeit lassen Ich will das Spiel ja auch erforschen, wenn man es nicht weiß Weißt du, ich krieg ja schon viel Hilfe aus dem Chat Aber was ist, wenn man es nicht weiß? Das ist halt schwierig Ähm Wo ist dieser komische Raum? Da Titanbarren, Schmierstoff, Energiezelle Schmierstoff, da brauchen wir das komische gelbe Zeug für, ne Äh, hätten wir grad holen können Titanbarren können wir, haben wir sogar schon Wir hatten sogar schon Titanbarren Die hätten wir nutzen können, ich Idiot Na ja egal Titanbarren, Schmierstoff Und Energiezelle, wie machen wir die? Wo ist die, wo ist die, wo ist die, wo ist die Die, Kabeldingens Zwei Batterien, einmal Silikongummi Okay, let's go Zwei Batterien So Und einmal Äh So und einmal Silikongummi Das haben wir Äh, zack Dann machen wir das eben, eine Achso Wir sollten noch zwei Mal Batterien machen Zwei Mal Kupferherz, nein enough Haben wir noch welches da? Oh Gott sei Dank Okay gut Batteriee dress Batterien 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 Batterie Batteri Alternativ So, und dann Energiezelle Unsere erste Energiezelle haben wir erfolgreich absolviert ähm Schmierstoff äh, Landeplatz der Sunbeam wir müssen aber ungefähr da hin da kann er wieder rumscheißen wie er will 1000 Meter weit weg, wow dann ist schon ordentlich mhm Inventory full, yeah, ich liebe alles ok 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 die li li, die li li Brillenträger sind doof dass sagen wir Leute, die keine Brille tragen weil die sich von der Intelligenz von Brillenträgern eingeschüchtert fühlen und da siehst du mal jemand br- Pass auf, pass auf, pass auf, pass auf, pass auf ich zeig das gleich Keine Intelligenz Intelligenz Keine Intelligenz Intelligenz und das sehr viel Intelligenz so so gut ähm Intelligenz so ähm 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 das haben wir Schmierstoff 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 rufts aus dem Wald Ohne Brille Ohne Brille wirkst du sehr viel bedrohlicher naja das ist richtig ich trage die auch nur äh dass man eine Clark Kent Brille ok warte wir haben jetzt haben wir jetzt alles wir haben alles mobile Fahrzeugstation let's go gleich wieder zurück ich bin doof ich hätte auch Darkcraften können ich vollidiot stimmt ja hab ich vergessen ich hätte auch Darkcraften können und der Chat schreit das gar nicht weißt du der Chat schreibt nicht ein einziges Mal du hättest auch Darkcraften können das ist ja fast schon enttäuschend was ist denn hier los wow äh wie ist das gerade mit dem Titan eigentlich ähm wenn wir jetzt du hättest auch Darkcraften können die sind halt so doof Welcome aboard Captain ihr seid zu doof Chat ist doof Chat ist doof der Chat auf den ich gerade zeige ähm 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 das Geräusch hier ne ähm was heißt das ist glaube ich kein gutes Geräusch oder Frage wenn ich jetzt diese mobile Fahrzeugstation hier dran baue das ist nicht so gut oder weil ich brauche noch das hier aber ich habe kein Lithium halt ich habe Angst das Ding da dran zu setzen weil sonst die Station vielleicht kaputt geht oder die schwimmt wo ist denn die wo ist denn die hä wo ist die ähm das ist ja auch die ist ja auch eine mobile Fahrzeugstation alles klar Ja, ja, macht ja Sinn. Geräte, ja. Vergiss es. Ich dachte, die kommt hier schön. Na gut. So. Alter, er ist natürlich geiler Klopper. Achso, kann ich jetzt hier drauf sitzen einfach? Ich kann doch gerade aussetzen. Auf die 1, okay. Okay, angenommen, ich setze sie jetzt hier aus. Was passiert? Äh, ich sehe nicht, dass das funktioniert. Okay. Gut. Benutzen. Fahrzeuge 1. Seemotte. Titanbarren. Energiezelle. Glas. Schmierstoff. Noch eine Energiezelle. Zweimal Glas. Titanbarren haben wir drüben. Kann ich die auch wieder mitnehmen? Kann ich die wieder mitnehmen irgendwie? Wie? Wie? Benutzen. Huch. Okay, süß. ... huch. ... ... Kann ich die irgendwie mitnehmen? Oder bleib ich jetzt einfach nur hier? Das ist doch doof! An der Seite einklappen, okay Ah, ja, ja, warte da, einpacken Ich hab keine Ahnung wie er es macht, ist mir auch egal Äh, wir müssen leider noch mal zur Rettungskapsel Let's go Neuer Funkspruch, egal Wir müssen uns beeilen Lesen bildet, sowie zum Thema Intelligenz Äh, bildet wird klein geschrieben übrigens Wollte ich mal sagen Aber hey Okay So, wir brauchen Äh, oh Gott Und der Zeitdruck ist immer meins Dieser hässliche Wurm So, weg damit Ähm Hier ist leer Hier ist leer Okay, wir brauchen ein bisschen Hab ich noch Quarz? Ein Glas haben wir aber Wir brauchen zwei Quarz, glaub ich Für Für Glas, ne? Mist, keine Höhle Da ist Höhle Die hab ich auch bestimmt schon Oh, hab ich nicht abgequatzt So, nochmal ganz kurz hier eben abgrabbeln Hab ich doch richtig gesehen So, okay Komm mal her Ihr Schmuckstückis hier Zack Blei Sehr gut Vorsicht haben wir noch ein bisschen Quarz Quarz, 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 Quarz Inventar voll Nein Oh, meine Facecam verschie- Oh, ja ich seh's gerade Entschuldigung, das mit der Facecam wusste ich nicht Ähm Das müsst ihr mir doch sagen Ich pack mich mal hier unten hin Ich hoffe das geht So Zurück zum Spiel So, okay Kriegen wir bestimmt noch hin, oder? Ich bin doof Ich hätt, ich hätt auch direkt diese komischen Kann ich aber noch machen Schmierstoff hab ich noch Okay, alles gut Hab ich noch, alles klar Glas Okay Nochmal ganz kurz gucken Was brauchen wir nochmal alles Ähm Ich könnte die Fahrzeugstation auch hier hinsetzen Hier Seemotte Okay Energiezelle, Titanbarren Haben wir auf jeden Fall noch Kriegen wir hin Ich glaub das kriegen wir hin Halt, nein, doch Nein, doch Ja, nein, doch Energiezelle Energiezelle Braucht man Batterien für Wer mich nicht alles täuscht Zwei Batterien, ein Silikongummi Wie haben wir das Silikongummi nochmal gekriegt? Äh, das war das Problem Silikongummi Zwei von den Dingern, let's go Oh Okay Nein, Inventory voll Leckt mich am Arsch, Inventory Wo ist unsere Base? Müsste hier nicht auch sein? Oh Okay, ich will hier grad nichts droppen Weil die mich sonst angreifen Hier gleich alle Okay Ah Inventar voll Wer liebt es nicht? Inventar voll Das ist gar nicht voll Das gilt gar nicht Ähm Scheiß Silber Okay Ich muss mal ganz kurz gucken Hier sind so viele Neues Biom Wir müssen in diese Richtung Okay Sekunde Ist das Spiel kostenlos? Nein Was ist denn mit euch? Hört doch auch mit dieser kostenlosen Kultur Die Programmierer müssen doch auch leben und essen und irgendwie Miete bezahlen und Strom Warum soll das denn kostenlos sein? Also seien wir nicht böse, aber warum? Oh Kamera 2 ist noch dran Oh Kamera 2 ist noch dran Was ist denn da passiert? So So War es mal im Epic Store Gut das gilt aber nicht und Epic hat es ja gekauft dann Trotzdem müssen die Programmierer ja von irgendwas leben Ähm So Gold Silber Kupfer behalte ich mal lieber in der Tasche gerade, wa? So 18% Aber 26 Minuten, komm das schaffen wir ja easy Wenn diese Dinger hier nicht so groß wären einfach Ich weiß gar nicht warum Samen so groß sind Okay Okay Let's go Let's go Goot Okay 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 Ähm nem 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 Uuuuuh Okay Die Energiezelle Zweimal Batterien Die Batterien, da brauchen wir Kupfererz Das haben wir zum Glück mitgenommen wieder Und Säurepilze Wie viel Kupfererz haben wir dabei? Bitte zwei, bitte zwei, bitte zwei Wir haben nicht genug Kupfererz Okay Ähm Kupfererz, Kupfererz Mein Herz gehört dem Kupfererz Erz Da könnte was sein Kupfererz, sehr gut So Okay Landeplatz der Sunbeam, 1000 Meter Okay Let's go, zwei Batterien Ich habe die Säurepilze vergessen Ich hasse alles Ja Moin Hallo Dankeschön Ein, zwei Inventar voll Ich hasse Alles Ja Moin So Säurepilze haben wir jetzt aber, jetzt aber Batterien So Jetzt nochmal Ich mach's mal ein bisschen eilig Jetzt wird er hektisch und schusselig Naja komm, das Inventar voll geht, das kann ja immer passieren Schusselig nicht unbedingt, aber das Inventar ständig voll geht Mh Nein So Und noch ne Batterie Die haben wir jetzt auch und jetzt nochmal Energiezelle Läuft Okay Okay Dann würde ich jetzt mal spaßeshalber sagen Let's go Und dann mal schauen Fahrzeuge Hab ich noch Blei hier? Hab ich noch Blei hier? Nein Ich habe es schon sorgfältig rüber geräumt Ja Das war wichtig Gut, dass ich das gemacht habe So Schön Okay Das Zeug räume ich auch immer drüber Die Chlorbleiche Ganz ehrlich Kann ich auch jetzt machen Bisschen Zeit haben wir noch Ähm Nochmal ganz kurz eben Wasser machen So So Okay Dann haben wir wieder was zu trinken Was zu essen müssen wir noch machen Diese komischen Dinger Ach weißt du was? Die nehme ich auch mit Ähm Und vielleicht soll ich einfach das alles mitnehmen Vielleicht soll ich einfach so viel wie möglich mitnehmen nach drüben Naja ist nicht alles, aber es ist schon viel Dich auch bald Okay Da gibt es noch ein Problem Das hol ich mir später ab Inventar voll Wie viele Slots benutzt das Ding? Okay Okay La 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 Okay, das braucht ein bisschen mehr Na gut Wir holen die Sachen später ab Jetzt erstmal wichtig, dass wir das eine auf Kette kriegen Ja 15 Prozent Energie Yeah Uh Um 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 So... Okay, wir brauchen also noch ein Blei. Welcome aboard, Captain! Moin, Captain! Wir brauchen noch ein Blei. Na gut, dass wir alle hier haben. Okay, Gold brauchen wir nicht, ne? Ich hab Angst davor, irgendwelche Sachen abzulegen. Klettern! Okay, komm. So... Fahrzeuge, Seemotte. Ich finde es sehr merkwürdig, dass wir aus den ganzen Seesachen all das hier bauen. Ich finde das sehr merkwürdig. Wo ist die Seemotte hin? Okay. Da war noch was anderes gerade. Was, Energie? Erweiterungsmodule ansehen! Erweiterungsmodule, cool! Okay, wir haben 19 Minuten Zeit. Speichern. Speichern. Das ist ne gute Idee. Und ich sollte voll was essen. Oh, die ist voll süß! undo Nu! Seemotte! Oh, du, du... So! Whoa! Wen, to, du, du, du! Alejandro! Okay Ähm, Ähm, die Dinger packe ich wieder raus. Ich weiß gar nicht, was ich hier reinpacken soll. Quarz. So, das brauche ich momentan nicht. Dann da, oh Gott. Ist ja ein leeres Inventar, hat man noch. Schon lang nicht mehr. Medipack nehme ich mal mit. Pfadfinderwerkzeug, brauchen wir das gerade? Ich glaube nicht. Momentan nicht. In der Höhle wahrscheinlich, aber hier noch nicht. Äh, Scanner. Reparaturwerkzeug, weiß ich nicht. Taschenlampe, Feldmesser. Alles vielleicht nicht schlecht. Auftriebskörper, brauchen wir glaube ich nicht, ne? Mit der Seemotte. Ach, die hat auch ein Inventar. Ja, dann pack ich das doch rein. So, okay. Seemotte, 28 Meter. Cool. Kreislauf-Tauchgerät. Kreislauf-Tauchgerät. Und den Seegleiter, brauche ich den noch? Dafür nicht, oder? Oh. So. Oh. Ich will nur mal ganz kurz eben ein bisschen happer. Ganz ruhig. Du wirst mir gut schmecken. Oh. Mmh. Lecker, lecker. Hab ich da jemand angegriffen gerade? So. Erstmal schön was grillen. Lalalalalalalala. Lalalalalala. Okay. Gut. Ich hör mal auf euch. Ich hör mal auf euch. Ich hör mal auf euch. Okay. Ähm. Ich hab sehr viel gegessen. Dann. Nehm ich den mal mit. Den Seegleiter nehm ich dann doch mit. Ähm. Hab mal ne Frage. Wie kann ich den Seegleiter aufladen? Wie geht das? Hier drin kann ich ihn eh nicht benutzen, glaube ich. Energie. Batterie. Äh. Was? Oh. Batterieladestand 13. Batterie entnehmen. Batteriewechsel. Okay. Alles klar. Ich muss also die Batterie wechseln vorher. Wandsockelcraft mach jetzt mal nicht. Ähm. Auf einmal krieg ich da mal Damage. Was ist da los? Wir brauchen dafür Kupfer ne? Ich hab keinen Kupfer mehr. Äh. Ich hab noch Kupfer. Alles klar. Okay. So. Eine Batterie. Dann wechseln wir die Batterie mal kurz. So. Später Batterien aufladen. Alles klar. Jetzt momentan noch nicht. Dann mach ich mal ganz kurz so. Nein. So rum. Cool. Energie 100%. Dann würde ich die alte Batterie vielleicht erstmal hier reinlegen. Nein. Spindname ist okay. Ich hätte die neuen Batterien reinbauen sollen. Die alten Batterien fürs Crafting nutzen. Okay. Gut zu wissen. Für nächstes Mal. Äh. 14 Minuten. 14 Minuten. Ähm. Die Frage ist. Sollen wir da schon mal hindüsen? Ich weiß halt nicht was wir da machen so lange. Die ist voll geil die Seemotte. Ich hoffe Erik versteht Spaß. Ich kenn ihn eher witzlos. Ja. Ich mach nie Witze. Ich bin eigentlich immer sehr ernst. Das kennt man ja. So. Also Humor gibt's bei mir seltener. Ich mach gerne Let's Plays über Excel und Microsoft Word. Das ist so meins. Ahem. Kann ich auch. Da ist die Insel. Oh. Die Insel. Oh. Kann ich Licht machen? Ah ich hab Licht. Okay. Was ist denn das da oben? Ähm. Ist das. Was ist das? Ist das eine Zivil- Masse? Ist das eine Zivil-Energie-Signature in der Region? Kann ich nicht identifizieren? Ist das eine Zivil-Energie-Signature in der Region? Kann ich es nicht identifieren? Kann ich nicht inhabitisch. Ähm. Ähm. Ohohohohohoh. Ich komme in Frieden! Ey ne Headcrab. Die ist bestimmt böse, oder? Hup! Headcrabs sind nie gut. Ähm... Aber wir müssen hier bleiben, ne? Weil hier kommt die ja runter. Also 10 Minuten müssen wir jetzt noch hier warten, oder was? Knollenbaum. Okay, weißt du, was ich mal mache? Oh, das offenbar nicht. Ähm, vielleicht mach ich mal das hier. So. Was ist das? Ich dachte, wir sind alleine hier. Auf einmal eine Zivilisation. Zivilisation! Die Bäume abbauen? Ja gut, aber ich bin froh, dass wir hier Bäume haben überhaupt. Oh ja, die Sonne kommt raus. Jetzt wird alles viel besser. Ähm... Fahrtfinderwerkzeug? Tschüss! Okay, ich speichere mal lieber vorher. Ganz ehrlich, das ist mir grad sicherer. Gibt's erstaunlich wenig Lebewesen an Land, ne? Was ist das? Wo ist die Headcrabs? Infiziert? Ja. Infiziert? Ja. Okay. Ich hab mich mit demselben infiziert, wie auch diese Zivilisation hier. Welche Zivilisation hat denn so Lichter an der Außenwand? Das macht doch gar keinen Sinn. Ach, Leute. Was war hier gerade? Kraftfeldsteuerung. Ich kann die scannen. Warte, hier. Tafel einsetzen. Ich hab noch gar keine Tafel, glaub ich. Ich wollte die scannen. So, bitte keine Spoiler, bitte keine Spoiler, bitte keine Spoiler. Kraftfeld... Tafel einsetzen. Siggi. Ich komme in Frieden! Okay, wir brauchen ne Tafel. Alles klar, wir können ne Tafel craften. Dieses kohlenstoffhaltige Gerät ist leichter als es aussieht und enthält ein Symbol, das einem U ähnelt und Violett leuchtet. Obwohl die Energieversorgung immer noch funktioniert, lässt Algenwuchs auf der Außenseite vermuten, dass es vor Hunderten, vielleicht Tausenden, vor Jahren zurücklassen wurde. Auch wenn seine Technologie das Niveau der Föderation weit übersteigt und es keine offensichtliche Anschlussmöglichkeit gibt, sollte es trotzdem möglich sein, eine genaue physikalische Kopie des Geräts bei Bedarf herzustellen. Okay. Es fehlt noch ein zweites Stück, dann können wir's draften, glaub ich, ne? War das eins von zwei? Ich hab gar nicht drauf geachtet. Hä, wird's schon wieder dunkel? Es ist gerade erst Tag... Oh, Alter. Es ist gerade erst Tag geworden, warum wird's jetzt schon wieder dunkel? Hä? Ach, jetzt wird's wieder Tag. Hä? Oh! Es war eine Sonnenfinsternis. Oh, wie cool. Oh, Entschuldigung, ich mach natürlich das hier. Das war cool. Und ich dachte schon... Ah, na hallo, meine Schöne. Ist das ne gute Idee, hier drauf rumzulaufen, bin ich gleich tot? Das sieht aus wie der Schweif vom... von Alien. Sieben Minuten haben wir noch, da gehen wir noch mal ein bisschen spazieren, oder? Hm, 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 hm. Hä? Oh, schön. Lüftungsgitter, aber alles sehr robuste Bauweise, ja. Find ich ganz gut. Würde reichen für ein Lager. Hm. Hm. Okay, ah, da geht's ja auch noch rum. Okay, gespeichert haben wir ja. Hier geht's runter zum Strand. Kno... okay, okay, warte. Knollenbaumprobe, richtig. Angepflanzt wird ein reifes Exemplar dieser Pflanze gut gedeihen. Und essen kann man es auch, okay, gut. Okay. Okay. Ähm. Ja, das ist gut. Ähm. Da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da. Tja... Das sieht vertrauenserweckend aus. Wir müssen in fünf Minuten draußen sein, ne? Und gucken. Und gucken, wie wieder keine Hilfe kommt. Boah, wie cool. Ey, Gold. Es ist schon sehr geil. Also, das ist schon... Es ist schon krass... Es ist schon krass, was aus Subnautica geworden ist. Nein! Da spring ich mal nicht rein. Ich geh erstmal wieder raus und äh, in fünf Minuten geht's ja los. Deswegen... Ich will mich ja nicht mehr... Ich will mich ja nicht verirren hier. Verirren! Also nice Oh Schööööööööööööööööööööööööööööööööö Ooh, die sind aber echt schön. Sieht ein bisschen aus wie Mauersegler. Okay. Okay. Do, 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 do. Ok. 4 Minuten. Ich bleib mal hier vorne, ne? Ein bisschen. Wir wollen ja gucken, hier ist der Ankunftsort irgendwie da, Landeplatz der Sunbeam. Ist das gut, wenn wir das von hier aus oder direkt, wenn wir da direkt hingehen? Ist nicht so gut, ne? Weil ich mein, wenn die da landet, stehen wir quasi unter der Düse. Das ist in wenigen Fällen gesund. Und ich weiß nicht, wie groß die Sunbeam ist. Also ich möchte schon ein bisschen in, äh, Abstand bleiben. Von hier zum Beispiel. 3 Minuten 30. Dum-num-num-num-num-num-num-num. Was zum Teufel ist das? Warte mal. Violette Tafel. Können wir hinterher mal gucken. Aber dann mache ich auch, äh, Ende. Stream, ne? Weil, äh, morgen früh raus. Hmm. Hmmmm... Hmmmm. Ist noch etwas... Ja, ne, ne Durst hätten wir ein bisschen Ich könnte hier essen H2O, ach das würde gehen Bäume essen können wir machen Darf man nicht auf der Demo morgen ansprechen, wie gesagt, es ist, ich geh nicht als Gronkin Also ich mach keine Autogramme, keine Fotos oder sowas, sondern da geht's halt um was Wichtigeres Als, äh Den dicken Haarigen hier Wird er nicht böse sein, aber das, äh Verklärt sonst ein bisschen den Zweck an der Demo, weißt du, und aus dem Spiel näherst du sonst wieder runter Wenn du am Ende noch YouTuber-Autogrammstunden machst oder so Dann nutzt es die Gegenseite, um das zu verargumentieren Vor allem, dass Leute halt nicht wegen der Demo hingehen, sondern wegen den YouTubern Hmm Ne, 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 ne Zwei Minuten Weißt du was? Sicher ist sicher Hmm 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 Nicht böse sein, Artikel 13 steht auf der Blacklist Hmm Da muss ich den ganzen Abend nur überschattet haben von dem Thema Hmm 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 Aber ja, morgen ist die Artikel 13 Demo Hmm 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 So, eine Minute Noch, sehr gut Man wird ja schon für ehrliche Worte mit Fakten als manipuliert dargestellt Ja, das ist leider wahr Die suchen halt jeden Angriffspunkt Jeden Zum, und die diskreditieren einfach ohne Es ist einfach, es ist traurig, was da gemacht wird Es ist wirklich traurig Oh Ist sie das? Ne, ist ein Vogel Ähm Was? Oh nein Das ist ein Abwehrsystem Oh nein Oh nein Survivor, wir sehen uns Man, ich weiß nicht, wie du da kamst Wir haben die Atmosphäre geschlossen Und wir sind nach dem Land Ist das ein Bild da? Was bedeutet, dass du es nicht identifest? Oh nein Hold on No turning back now Positions, everyone Touching down in Ten Nine Eight It's coming from the building? Change course Set thrusters to full Oopps Ja, Rettung naht, ja. Alter, und so sind wir hier auch gelandet, oder? Oh, das war ein Bug und das Shuttle wurde eigentlich angezeigt. Ah, okay. Eigentlich hätte er gerade ein Raumschiff, ja, der hätte gerade ein Raumschiff sein sollen, das wurde nicht angezeigt wegen eines Bugs. Wenn schon, denn schon. Oh, Alter. Wow. Hätte ich das vorher ausschalten können? Nee, na, ich glaube nicht. Obsidian. Kann man nicht, okay. Zack, Story vorbei, über das Gerettet-Story vorbei. Errungenschaft freigeschaltet, uralte Technologie. Da das Gerät in einer fremden Einrichtung gefunden wurde, war es nicht möglich, hilfreiche Informationen zu übersetzen. Trotzdem enthalten die Scans einige Informationen über das Gerät selbst. Es ist wahrscheinlich ein Festkörpercomputer, obwohl es keine erkennbare Benutzeroberfläche gibt. Bei Annäherung begann es eine niederfrequente Funkwelle zu erzeugen, die komplexe, aber erkennbare Datenmuster enthält. Huch. Buh-Buh-Buh-Buh. Wahrscheinlich haben die fremden Wesen diese Technik entworfen, haben sensorische Fähigkeiten oder ein sensorischer Apparat genetisch entwickelt, um die von dem Gerät ausgestrahlten Informationen zu hören, zu verstehen und zurückzukommunizieren. Die mentale Verarbeitungsleistung, die erforderlich ist, um diese Art von Telepathie durchzuführen, setzt voraus, dass die Hersteller geistig wesentlich weiterentwickelt waren als der gewöhnliche Mensch. Beurteilung, weitere Untersuchungen erforderlich. Tür? Keine Tür. Ihre beste Wahrscheinlichkeit, die mit dieser Hersteller zu erzeugen, ist, indem Sie die Kontrollruppe in der unteren Sektion zu erzeugen, zu erzeugen, die Kontrollruppe in der unteren Sektion zu erzeugen. Ionenwürfel, klar. Herzlich Willkommen bei Minecraft! Ähm... Die sind ästhetisch, das seh ich sofort. Das haben... das... auch... auch der Chat hat das sofort gesehen. Alles nur ästhetisch. Hm... Oh, ich hab's mal scannen sollen, ne? Diese Datenwürfel soll ich mal scannen. Kann ich den hier auch scannen? Achso. Unknown Language. Attempting Translation. Energie. Das Schema zeigt, dass die Einrichtung von einem separaten, selbsttragenden Kraftwerk angetrieben wird, das sich anderswo auf dem Planeten befindet. Der Standort ist nicht aufgeführt, aber es gibt Hinweise darauf, dass die Erbauer vorhatten, die natürliche Wärmeenergie des Planeten zu nutzen. Das heißt... Unterirdisch. Oder unterwässrig, quasi. Grundriss. Die Einrichtung besteht aus dem oberen Technikbereich, wo dieses Schema gefunden wurde und dem Kontrollraum, der über einen sicher verschlossenen Aufzugschacht oder ein separates Unterwassertauchdok zugänglich ist. Steuerung. Der Kontrollraum im unteren Bereich ist die einzige bekannte Möglichkeit, mit der Einrichtung in Verbindung zu treten, aber das Schema beschreibt nicht die Vorgehensweise oder installierte Sicherheitsmaßnahmen. Wir müssen also den Reaktor... Wahrscheinlich den Reaktor runterfahren. Irgendwo unterirdisch. Um gerettet werden zu können. Was wahrscheinlich nicht so gut ist... Öhm. Öh. Cooler Aufzug. Öhm. Arschbombe! Ich hätte doch den anderen Helm mitnehmen sollen, ne? Wahrscheinlich. Aber egal. Okay, das ist ja super weird alles. Was ist das da? Oh, ne Waffe? Ist das gut? Fremdartiges Gewehr. Aufgrund seiner starken Ähnlichkeit mit menschlicher Waffentechnik muss dieses Gerät in Anlehnung an humanoiden Benutzer entworfen worden sein. Es ist unglaublich, die Fremden, die es konstruiert haben, selbst Humanoid waren oder Humanoide für sich arbeiten ließen. Fest steht, dass sie die Verteidigung dieser Einrichtung als notwendige Vorsichtsmaßnahme betrachtet. Das Gewehr kann nicht ohne weiteres aus dem Behälter entnommen werden. Okay. Kann ich hier überhaupt noch irgendwas scannen? Ne, ne? Ich würde hier alles scannen. Da. Okay. Ionenwürfel. Diese grüne mineralische Substanz hat keinen Eintrag im Periodensystem und die beispiellose Fähigkeit, riesige Mengen ionischer Energie zu speichern. Wahrscheinlich künstlich hergestellt. Die Würfelform zeigt, dass es aus einem größeren Vorkommen herausgeschnitten wurde. Jeder Würfel enthält das Äquivalent an ionischer Energie von 5 Kilotonnen TNT. Hm. Unter den passenden Bedingungen kann die Energie kontrolliert freigesetzt werden. Wurden wahrscheinlich als Batterien verwendet, bräuchten aber eine enorme Energiequelle zum Aufladen. Wertvolle Energiequelle. Okay, krass. Kriegen wir einfach so? Abscannen. Scheiße, scannen. Scannen, 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 scannen. Oh. Hm. Wirkt vertrauenserweckend. Fremder Bogen. Scannen. Fremder Bogen. Der Zweck dieser Konstruktion ist unklar. Theorien zur Funktion, zeremonielle oder religiöse Rolle, industrielle Anwendung, fortgeschrittenes Transportnetz. Können wir momentan auch nicht. Das ist 100 pro ein Portal. 100 pro ist das ein Portal. Hier am Ende des Raumes. Das ist ja alles ganz normal. Komm ich hier hoch? Oh ja. Aber noch nicht mehr. Hier ist ja alles ganz normal. Okay. Ist echt Stargate, ne? Wie so ein Stargate. Da war der E-Jungen-Würfel drauf. Alles klar. Okay. 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 Gut, dass das im Glas sitzt, glaube ich. Weltenvernichter. Hm. Scans zeigen, dass dieses Gerät genug potenzielle Energie enthält, um den gesamten Planeten und den Großteil des Planetensystems zu vernichten. Hoho. Glücklicherweise hat das eine Fehlfunktion. Was? Alles klar. Alles klar. Alles klar. Nice. Oh, warte mal. Sieht man hier gerade, ne? Guck mal hier. Zack. So. Achso, ist schon. Ah, der andere ist schon. Oh, schade. Aber netter Versuch. Tschüss. So. Stimmt. Ich fiel mir gerade den Monitor ab. So. Hupsi. Da konnten die auch selber zugucken, wie sie gebannt wurden. Das ist ein Service hier. Das kriegste bei, wie auch immer der andere hieß, nicht. So. Okay. Ähm. Da geht's wieder raus. Vielleicht. Ich bin noch nicht sicher. Der gute alte Weltenvernichter. Hängt da einfach so rum. Wir haben keine Tafel mehr, ne? Ja. Aber wir haben keine Tafel mehr. Äh. Wir brauchen eine zweite Tafel. Alles klar. Den ganzen Weg wieder zurück gehen. Uff. Äh. Ja. Das war gerade Chatty. Das Tool war gerade Chatty. Sag mal. Wie kann der Weltenvernichter eigentlich hoch? Wie kann der Weltenvernichter einfach hinter einer Glasscheibe sitzen? Wie klar. Irgendwie ruckelt's hier gerade. An dieser Stelle. Was ist denn das da? Okay. Warte. Boah. Alter. Ruckel, ruckel, ruckel. Guck mal hier. Dankeschön. Tschau. Warum ruckelt's denn hier? An dieser Stelle ruckelt's immer nur. Es ist immer nur diese Stelle. Hm. Warum? So. Let's go. Hm. Hätte die Tafel vielleicht mal scannen sollen wieder, ne? So. Hm. Hm. Wenn ich da runterspringe, ist das gut? Okay. Okay. Man kommt wieder raus. Ähm. Ich mach natürlich kein Problem. So. Datendownloads. Energiekern. Dieses Gerät enthält die Energiemenge einer 100 Megatonnen Atomexplosion, die durch die Einrichtung geleitet und auf Fahrzeuge übergerichtet oder mit Hilfe der Schwerkraft des Planeten so gekrümmt werden kann, dass Ziele im Orbit des Planeten getroffen werden. Die Energie wird durch die verbundene Konsole geleitet, sodass das Gerät bei Bedarf abgeschaltet werden kann. Es läuft derzeit ohne Parameter, was darauf hinweist, dass es jedes Schiff innerhalb seiner Reichweite ins Visier nehmen wird. Die Wörter haben sheys in dieser Zeit geilesig. Was ist das eine Anmerzule? Oh, ich mach das. Ich mach das. Oh, man. Hey. Oooooohhhhhh Deswegen wird alles abgesch- Translation Background Broadcast. Downloading Summary to Data Bank. Standorte der fremden Einrichtungen. Aufgezeichnete Hintergrunddaten zu weiteren fremden Einrichtungen anderswoch dem Planeten. Seuchenforschungseinrichtung. Tiefe 800 Meter. Standort Höhlensystem mit beträchtlichen Fossilvorkommen südwestlich. Oh Gott. Funktion Untersuchung lebender Exemplare. Auftrag Synthese eines Gegenmittels für das hochinfektiöse Bakterium mit der Bezeichnung CARA. Und wer war schuld? Die Impfgegner. Wärmekraftwerk. Tiefe 1200 Meter. Oh Gott. Standort innerhalb meiner ausgedehnten natürlichen Felsformation in einem Gebiet mit starker vulkanischer Aktivität. Oh Gott. Funktion Energieerzeugung für alle örtlichen Einrichtungen. Ich glaube, das müssen wir runterfahren dann, oder? Oder wir müssen, oder wir müssen Gegenmittel finden. Beides wahrscheinlich. Schutzraum A. Daten unbrauchbar. B. Daten unbrauchbar. Außenlabor unbrauchbar. Unbrauchbar. Im Falle eines Ausbruchs werden Quarantäneverfahren mit sofortiger Würdigung automatisch eingeleitet. Die Quarantänevollstreckungsplattform wird alle ankommenden und abfliegenden Raumschufe anvisieren, um die Ausbreitung der Infektionen außerhalb dieser Welt zu verhindern. Also sind wir momentan noch am Arsch. Wir brauchen ein Gegenmittel, um das hier abzuschalten. Das wird nicht funktionieren und dann müssen wir wahrscheinlich runter und alles abschalten. Okay, hier ruckelt es irgendwie ein bisschen. Jetzt muss die ganzen Wege wieder zurück, ne? Ey, mach auf! Kannst du deinen Leuten keine Nachricht schicken? Ich glaube nicht. Haben wir schon gemacht, aber vielleicht haben wir jetzt was Neues. Das ist aber nicht so gut. Das heißt, das Bakterium verändert unseren Körper? Sehe ich das richtig? Okay, komme ich hier auch wieder raus eigentlich? Wenn ich jetzt hier mit... Ich speichere mal kurz. Das Problem ist... Das Problem ist... Passing 100 Meter. Oxygen efficiency decreased. Okay, wir kommen auch so raus. Alles klar. So... Okay... Lalalala... 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 Soweit ich das sehe. Okay... Der Körper verändert sich, um den Virus bekämpfen zu können. Okay, warte... Und wenn ich jetzt... Ich mache mich mal nackig gerade... Ah... Hose habe ich trotzdem noch an. Kann ich nicht ausziehen. Entschuldigung. Hose habe ich immer an. Ähm... Jetzt nochmal so gucken... Infiziert. Alles klar. So... Da kommt jetzt nichts Neues. Aber... Na gut... Strahlenschutzhelm... Mit Blei... Hier... Zack... Diese Höhle da oben, ne? Ja, okay... Wir hören gleich auf. Wir hören wirklich gleich auf. Seemodde... Ähm... Ich kann die Tafel nicht scannen, denn sie liegt schon in diesem Ding. Lalalala... 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 Gut... Ich würde die Insel vielleicht noch gerne erforschen, aber das würde ich dann eher nächstes Mal machen, ne? Wenn ich wieder überhaupt nicht mehr weiß, was Sache ist. Mal gucken... Lalalala... ... ... ... Okay sind echt nervig... Aachsen... Höhenkrabbler Kann man den nicht essen? Aasfresser, okay, gut Abfallverwerter, na gut Hier haben wir noch ein bisschen das hier aus dem Blei Lithium, uuuuh, das brauchen wir Cool Die Altera Corporation Du wirst liable, um den vollen Marktpreis zu reimbursen Deine aktuelle Geld liegt bei 3 Millionen Krediten Waa, waa, was? Äff dich, Altera, ganz ehrlich, was? Ich bin froh, wenn ich hier lebend runterkomme Arschlochgesellschaft Wann ist das denn? Schön Oh, die sind auch unter Wasser, alles klar Die laufen aber nur am Boden rum, ne? Die können nicht wirklich schwimmen, oder? Okay, das wird nochmal was hier Okay, ruckelt es gerade irgendwie, ich weiß nicht genau warum Lau, Palme Einheimische, oh Gott Energie 27%, ohne Lampe kommen wir hier nie wieder raus Oh Gott, wie cool das hier aussieht Ohne Lampe kommen wir hier nie wieder raus, wir sollten gleich wieder zurückschwimmen Außer wollte ich sofort aufhören Und vor allen Dingen, ähm Wir müssen gucken, dass wir uns nicht verirren Ähm Ich schwimme erstmal wieder zurück Die haben auch nur begrenzt Sauerstoff, nicht vergessen So Ist das hier die richtige Höhle? Oder ist das nur die falsche Seite? Falsche Seite glaub ich, ne? Ja So Bitte nicht spoilern, Freunde, bitte nicht spoilern Bitte nicht spoilern Blub So So Okay Diamant haben wir auch gefunden Lithium haben wir gefunden Oben gezwungen noch mehr Lithium So Ja, die Kürbisse würde ich gerne, die Kürbisse würde ich gerne finden Das wäre irgendwie toll Ähm Was ich eben nochmal mache, und dann speicher ich aber Hau ab Junge Hau ab Junge So Ähm Bisschen Bisschen Ich hab Angst, dass wir, je mehr wir fressen, desto infizierter werden wir, aber ich glaub so läuft das hier nicht, ne? Kommen nachts mehr von den Viechern? Kann das sein? Oder ist das grad nur Zufall gewesen? So, ich stell mich hier mal ganz kurz So Tadaa Hm Ich seh schon mal ne körperlichen Veränderungen, ich bin zwei Leute Da schwimmt irgendwas Okay Dann würd ich sagen, ich speicher hier mal ab Und den Rest gucken wir uns mal später irgendwann an So Du bist selbst im Knollenbaum Das Ist das ne Beleidigung? Jut Dann Würde ich sagen, ich verlasse das Ganze jetzt schonmal, beziehungsweise ich schalte schonmal wieder zurück hierher Hallo So, bist du sicher? Ja, leider, ja, leider bin ich sicher Ich würde, ehrlich gesagt, würde ich jetzt normalerweise, würde ich das Ding wahrscheinlich durchspielen die ganze Nacht lang Bin ich mir ziemlich sicher Und ähm So, warte, 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 warte Was, Modchat, Modchat, was ist Modchat? Düdudududu Aah, okay, alles klar Alles klar Ohhhh, okay Alles gut, Elflin, alles gut Ich hoffe, wenn ich irgendwas helfen kann, sagt Bescheid Ähm, da mache ich würde jetzt noch mitmachen, aber nicht mehr sehr lange, also ein halbes Stündchen wird ich jetzt noch mitmachen, da Gut, Freunde, dann würde ich sagen, ich hoffe, der kurze Einblick, ja, viele Leute kannten das ja schon, ich persönlich kann es noch nicht und ich würde es aber gerne noch mal ein bisschen, ich würde es gerne noch mal ein bisschen weiterspielen. Ach ja, genau, Mucke wollte ich noch mal hier, ne, haben wir noch mal Mucke, so. So. Bild bei Luca, auch dir, vielen Dank. Was hältst du von dem Trend, dass YouTuber auf Liebe macht, Seiten Videos hochladen? Äh, ich habe von diesem Trend noch nie gehört, ehrlich gesagt, und da halte ich mich auch raus. Das ist nicht meins. Ich weiß nicht, ob ich morgen twittern kann, weil, ich, ich, ehrlich gesagt, ich habe noch nie von der Demo getwittert, das ist irgendwie merkwürdig, da irgendwie dann auf das Ding zu gucken und dann weiß ich nicht, aber ich, ich weiß noch nicht genau. Wichtig ist einfach nur, dass ich da ein bisschen mit dabei bin. So, bitte als Channel-Projekt, das Spiel ist so bezaubernd. Ja, aber das ist doch jetzt ein Stream-Ding. Hm. Kotz, diese Cat schreibt Scheiße und wundert sich, warum es gelöscht wird. Das war's mal wieder komplett. So, ähm, Freunde, wie gesagt, ich weiß noch nicht genau, ich hätte mal wieder Bock auf einen Kaffeekranz am Sonntag. Hätte ich eigentlich mal da Bock drauf. Ich will nichts versprechen. Ich guck, ob ich's schaffe. Aber ich will nichts versprechen. Hm, hm, hm. Hm. So, ich muss mal kurz was gucken. Alles klar. Zack. So. Du, 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 du. Ob die Demo... Was bewirkt, weiß man vorher nie. Aber es ist wichtig, dass die Möglichkeit besteht. Wenn sie nämlich nicht stattfindet, dann kann sie auch nichts bewirken. Deswegen, ähm... Mein Eindruck bis jetzt ist, dass alles ignoriert wird. wissentlich Fakten, Expertenmeinungen in der eigenen Partei die Demo, die Unterschriftenaktion es wird alles wissentlich ignoriert nicht aus Versehen oder nicht irgendwie ach naja, sondern es wird wissentlich ignoriert und diffamiert also ist das offenbar eine Aktion, die bewusst gegen Teile der Bevölkerung geht nicht gegen die ganze, ja interessiert sich natürlich nicht alle, aber auf jeden Fall gegen Teile der Bevölkerung, bewusst dagegen eine Partei, die bewusst gegen die Bevölkerung agiert gegen Teile der Bevölkerung und gegen den digitalen Standort Deutschland kann man sich nicht ausdenken haben sie ja, also es gibt ja, die haben ja Experten, da sitzen, die kennen sich auch mit dem Internet aus, auch die Und die sagen, die sind auch dagegen. Alle. Die sind alle dagegen. Das Problem ist aber, es interessiert keinen. Es ist einfach scheißegal. Hm. Es sind beide Parteien... Naja, für mich ist eine von den beiden Parteien federführend. Weil, ne, die Frau Merkel, die ja versucht, jetzt irgendwie... Ist euch das mal aufgefallen, dass die Frau Merkel ganz aus Versehen den Hashtag Merkel-Filter gedroppt hat? Ganz aus Versehen? Ist euch das aufgefallen? Ich hab da so eine kleine eigene Theorie zu. Ähm. Ich glaube, die wollte... Die haben das schon gemerkt mit dem Hashtag nie mehr CDU, da bin ich mir sicher. Und ich glaube, sie wollte, dass sich das als Hashtag durchsetzt. Damit sie das abfängt, quasi, ne? Sie fängt das sozusagen ab, weil sie ist sowieso bald weg. Die ist eh bald weg. Die hat ja schon gesagt, tschüss, finito. Und dann geht alles auf sie, auf ihre Kappe. Und die CDU ist wieder fein raus. Und hast du schon gemerkt, so, nie mehr CDU ging runter, Merkel-Filter ging hoch. Deswegen mach ich keinen Hashtag Merkel-Filter, deswegen mach ich trotzdem weiter, Hashtag nie mehr CDU, weil... Es ist halt... Es scheint ja was bewirkt zu haben. Die Leute haben es ja offenbar gehört. Es kam ja offenbar an. Was ist der Grund? Und das ist die Ratsch-Filter, wenn sie einen Gäckchen-Filter gönnt. Was ist das? Was ist das? Was ist das? Was ist das? Subnautica Neuanfang als LP auf dem YouTube-Channel. Aber jetzt bin ich ja schon gespoilert. Gronkh, sei vorsichtig, was du sagst über Politik, ohne genau den Play davon zu haben. Liebe Wurstgabel, ich glaube, du bist unser Polit-Expert an diesem Abend. Ich bin sicher, du kennst dich so aus. Wenn ich Polit-Fragen habe, gehe ich zu Wurstgabel. Der hat den Play von Politik. Außerdem rede ich, ich rede speziell über Artikel 13. Ich rede nicht über Politik im Allgemeinen. Ich mache auch keine Werbung für irgendeine andere Partei. Ich lasse mich vor keinen Karren spannen. Ich lasse mich nicht vor YouTubes Karren spannen. Ich lasse mich vor keinen Parteien-Karren spannen. Ich rede nur von Artikel 13. Ansonsten halte ich mich da raus. Der Hauptverantwortliche bleibt für die meisten Axel Voss. Ja, Axel Voss und Angel Merkel. Die beiden sind's. Die Merkel für Nord Stream. Und der Voss für die Verlegerlobby. Und das Einzige. Nicht alle in der CDU sind so drauf. Hab ich doch gesagt. Hab ich doch gesagt. Ich hab doch gesagt. Die ganze Expertenriege in der CDU. Ja, aber das Ding ist. Wie kommst du sonst? Warum, warum ist der Voss so versessen darauf, das durchzukloppen alles? Oder warum ist die Parteispitze so versessen darauf, das durchzukloppen? Warum? Jetzt kann man natürlich sagen, Geld. Es geht nur um Geld. Aber tatsächlich, es sind ja die ganzen Verlagshäuser. Bertelsmann, Axel Springer, wie sie alle heißen. Und die, die sind immer noch für den Großteil der Printmedien zum Beispiel verantwortlich. Und die Printmedien informieren die Leute, die sich nicht im Internet informieren. Oder halt auch auf den Online-Plattformen. Die Leute, die sich im Internet informieren, gucken wahrscheinlich auch meistens bei den Printmedien. Also bei den Online-Portalen der Printmedien. Und deswegen hast du vorher auch nichts von Artikel 13 gehört da. Du hast nichts gehört. Ich hab's halt selber nur bei Heise gesehen. Ich hab's sonst nirgends gesehen. Und das Ding ist. Wenn Axel Springer und Bertelsmann hingehen und sagen, hey, pass mal auf, wenn ihr das dreht und so bla bla bla, hier CDU, wir pushen die CDU. Das ist, das ist genau der Dreh- und Angelpunkt für die CDU. Darum geht's. Darum geht's. Und wenn du, wenn du jetzt sowas machst wie nie mehr CDU, dann ist das halt genau das, das ist so meine kleine Illusion davon. Oder es scheint aber zumindest, es scheint anzukommen. Sowas scheint tatsächlich angekommen zu sein. Die haben's bemerkt. Sonst haben die alles ignoriert, aber das haben sie bemerkt. Also ist das wahrscheinlich genau die Verse. 98% der Printmedien in Deutschland gehören 5 Familien. Ich dachte, das waren 6. Waren das nicht 6 Familien? Ich weiß es gar nicht. Der CDU geht's also tatsächlich um, darum, ja um, ich weiß nicht, um Medienpräsenz, wie auch immer. Oder um, um Wiederwahlen. Um, ja, Macht. Eigentlich um Macht. Und deswegen muss man halt da treffen, wo es wehtut. Und wo tut es weh? Wenn's eben an der, an der Basis bröckelt, für die man sich verkauft. Deswegen hab ich diesen Hashtag überall drunter. Das ist der Grund dafür, warum ich den Hashtag überall drunter habe. Und das ist auch der Grund dafür, warum ich den Hashtag immer, immer nutze und immer so ein bisschen verbreiten will. Und wenn die Merkel das abfangen will, mach ich nicht mit. Sorry. Das Problem, was ich sehe, Merkel ist das egal, die stellt sich eh nicht zur Wahl. Ja, genau deswegen ja. Deswegen ja. Wer hätte immer dafür gesorgt, dass die Passage in Artikel 13 rausgenommen wurde, die die tatsächlichen Urheber stärkt. Das ist richtig, genau. Man hat zum Beispiel Verleger, also Autoren, nicht Verleger, Autoren. Du kannst Autoren die Rechte abkaufen, die kriegen nie wieder was. Du gibst ihm einfach, du schmeißt ihm was hin. Und die kriegen nix mehr. Das war's. Also das ist auf jeden Fall nicht für die Künstler. Der Artikel 13 stärkt nicht die Künstler. Und wenn die CDU irgendeinen James Blunt postet, das ist, das Video ist Monate alt. Das ist noch von einer ganz anderen Version von Artikel 13. Also es ist einfach gelogen. Es ist gelogen. Und wie man sieht mit dem Mob, mit den Barbaren und so weiter, sie lügen, um ihr Ding durchzudrücken. Sie lügen. Und ich bin ganz ehrlich, ja, ich bin ganz ehrlich, ich möchte das gar nicht. Ich möchte überhaupt nicht darüber reden. Ich möchte überhaupt nicht politisch werden oder sonst irgendwas. Das will ich einfach gar nicht, weil es ist einfach nicht mein Steckenpferd. Und ich, es kotzt mich ehrlich gesagt ein bisschen an, dass ich dazu gezwungen werde. Ja, deswegen ist es wichtig, bei den Demos zu sein. Und deswegen ist es wichtig, dass die Demos auch kein YouTuber-Treff sind, sondern wirklich auch Demos. Das ist sehr, sehr wichtig. Wir hatten doch schon mal sowas. Nicht Akta, sondern wir hatten doch schon mal so eine Urheber-Geschichte hier. Auch für die, auch wieder für die Verwerter. Das Leistungsschutz... Ah, verdammt. Ich hab's gerade nicht mehr so auf dem Schirm. Hab ich neulich einen Artikel gelesen. Ähm. Wie zum Beispiel die ganzen, die ganzen Musikverlage, die ganzen Presseverlage und so. Das wollten die unbedingt durchdrücken. Leistungsschutzrecht wollten die unbedingt durchdrücken. Und die haben... Ich hab gelesen, dann Axel Springer macht irgendwie so um die 5 Milliarden Umsatz im Jahr. Ja, also denen geht's richtig dreckig. Arme, arme Axel Springer Verlag. Oh Mann. Da hab ich aber, hu. Wow, da, ja klar, die ging gleich pleite. Leistungsschutzrecht. Ähm, das hatten die schon mal irgendwie versucht durchzusetzen. Oder haben sie schon mal durchgesetzt. Und ich hab gelesen, dass die... Wie viel haben sie verdient irgendwie? Ich glaub im Jahr so 1000 Euro mehr daran. Ich hab die Zahl leider nicht in meinem Kopf. Es waren 0,02% mehr. Daran erinnere ich mich. So im Dreh. 0,02% mehr. Leistungsschutzrecht für Presseverleger. Das wurde auch Springer-Gesetz genannt. Aber dann weiß man halt auch, wer die Mächtigen im Lande sind. Wenn die CDU zum Büttel der Verlage wird. Ja. Oder sag mal, wenn die Politik zum Büttel der Verlage wird. Entschuldigung. Ein Teil der Politik. Ähm. Dann weißt du halt, wer hier im Land die Macht hat. Das sind offenbar die Verlage. War tatsächlich ein Verlustgeschäft, dass sie davor Millionen für Lobbyarbeit gezahlt haben und quasi keine neuen Einlagen bekommen dadurch. Das ist aber ein Traum. Oh Gott. Und weißt du, was ich mir wünschen würde, was nie passieren wird? Beim Finanzamt. Und auch das ist viele Jahre her. Wissen viele vielleicht gar nicht mehr. Früher hatte das Finanzamt keine Einsicht auf dein Bankkonto. Das war auch ein ganz großer Skandal. Wurde trotzdem durchgedrückt. Ähm. Ist das ein Farbbild an der Kamera? Nö. Das ist hier Philips Hue im Hintergrund. Ähm. Und auch jetzt hier hinter dem Monitor. Deswegen leuchte ich auch so ein bisschen. Ähm. Was wollte ich gerade erzählen? Ach ja, genau. Früher hatte das Finanzamt keine Einsicht auf dein Bankkonto. Ja, das wurde dann durchgedrückt. Das heißt, du bist also gläsern vor dem Finanzamt. Finanzamt und Konteneinsicht bei dir. Ähm. Weil sonst sitzt da natürlich irgendwie, weißt du, die, äh, für, für, die generative Stiftung für Kinderkrebsforschung oder sonst irgendwas als Scheinfirma. Die heißt dann aber einfach nur so. Das Lobbyregister wird von CDU und vor allem CSU abgelehnt. Warum wohl? Ja, das ist, äh, ja. Das ist, äh. Wundert mich aber. Abgeordnete Watch versucht das seit Jahren und kämpft dafür. Aber rate mal, wer das schön abgewertet hat. Es fängt mit C an und hört mit D, U auf. Oh, je, 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 je. In Schweden wird einmal im Jahr alles offengelegt. Und so müsste es auch sein. Zuwendung ist ein Euphemismus für Korruption. Ich sag ja auch nicht, ja, ich sag auch nicht, dass Lobbyarbeit per se immer in die falsche Richtung geht. Ja, es kann ja auch sinnvoll sein für die Wirtschaft oder sonst irgendwas. Kann ja auch sinnvoll sein. Trotzdem Entfällen wie diesen Ich weiß nicht, wie man sowas bewirken kann. Ob man das als Einwohner irgendwie vorantreiben kann, ich hab keine Ahnung. Ist irgendwas überhaupt technisch umsetzbar? Naja, du müsstest quasi alle Konten von jemandem, also das Finanzamt, wenn ich irgendwo ein Konto eröffne, das Finanzamt weiß Bescheid. Das müsste auch bei Politikern funktionieren. Glaubst du, dass man durch friedliche Demos was ändern kann? Ich hoffe, das friedliche steht da nur zufällig. Und du meinst eigentlich durch Demos generell. Hm. Darum brauchen wir einen König und nicht 16.000 Leute, die da oben ihre Tasche buttern. Einen einzigen, das wird nicht funktionieren. Oh, das wird nicht funktionieren. Oh, ho, ho, ho. Ja, heute hatten sich die Zeitungen alle für Sky verkauft. Ne, mit der, mit der Startseite irgendwie. Also mit der ersten Seite. Wo dann... Ich hab' ich grad keine Worte dafür. Wo der Weltuntergang einfach auf Seite 1 überall stand. Boah, und zwar erschreckend echt übrigens. Erschreckend echt. Darfst du deine Reichweite nutzen, um was gegen Artikel 13 zu unternehmen? Currykeks, ich weiß nicht genau, was du meinst, aber... Im Rahmen, in meinem Rahmen, meinen Möglichkeiten, probier ich's ja momentan. Hilft so eine Demo überhaupt oder ist das Zeitverschwendung? Ähm. Guck mal, Misiri. Es ist wie bei Bewerbungen. Ja? Du bewirbst dich bei 10 Firmen. Das können alles Absagen sein. Aber vielleicht ist auch noch Zusage dabei. Das Ding ist, wenn du dich nicht bewirbst, wird auch nix passieren. Das ist bei allem so. Wenn du nix machst, passiert nix. Also, wenigstens was machen. Und ja, ich erinnere mich, bei ACTA damals hat das funktioniert. Übrigens, bei ACTA, weißt du, wer damals bei ACTA sehr aktiv war und ACTA durchdrücken wollte? Just truly, Axel Voss war's. Es war unser Freund, der Axel. Ja. Boah, der ja, der GEMA-Tweet von der KI, Alter. Der GEMA-Tweet. Der, oh. Dass sie bis heute nicht gelöscht haben, der ist so bar jeder Wirklichkeit. Der ist so realitätsfremd einfach. Wow, wow. Boah, die Verwerter, ey. Das ist so fast ne Beleidigung inzwischen. Die Politiker sind die Angestellten der Bevölkerung. Das scheint vielen nicht bewusst zu sein. Ja, versuch mal, versuch mal, deine Steuern nicht zu zahlen, weil du mit der Politik nicht einverstanden bist. Versuch das mal. Ich glaube, man sieht das, glaube ich, ein bisschen anders. Schokoladenmonster, was du da schreibst, das klingt ganz utopisch. Ganz komisch, irgendwie. Hm. So, gute Nacht, alle an die Schlafen gehen. Ähm. Ja, unbedingt. Also, wenn ihr zu den Demos, geht zu den Demos. Das ist wichtig, geht zu den Demos. Ja, die Morgen ist sehr kurzfristig. Wieder sehr kurzfristig. Ähm. Aber wenn ihr könnt, wenn ihr könnt, geht da hin. Denn es geht nicht nur um YouTube. Es geht um so viel mehr als das. Und tatsächlich, das versuch ich dann den Trollen, ne, so ein bisschen. Ich weiß gar nicht, aber die meisten, die meisten denken tatsächlich... Äh, ja, hier zum Beispiel ist wieder so einer. Ach so. Ähm. Die meisten denken tatsächlich, es geht um YouTube. Und das ist natürlich total doof. Äh, das ist total dämlich. Ähm. Es geht um ungefähr jede... ...kleinere bis größere Plattform. Oder jede Plattform, die halt zum Beispiel über drei Jahre existiert. Die... ...User-Content zulässt. Und User-Content heißt auch nur Avatare hochladen. Und das Problem ist... ...was aber verschwiegen oder was aber auch wieder verdreht wird einfach von der CDU. Heute erst auf Twitter. Ja, wenn ich jetzt Harry Potter auf YouTube hochlade... ...dann kann man mir natürlich dafür an den Sack langen. Das ist kein Rechtsfeierraum. Ich darf Harry Potter nicht hochladen. Ich darf nichts, was Copyright beinhaltet, hochladen. Darf ich nicht. Per se. So. Und, ähm... CDU schreibt, ja, das nimmt die Haftungspflicht vom Benutzer weg zur Plattform hin. Also, wenn ich Harry Potter hochlade, kann mir nichts passieren. Aber YouTube ist im Arsch. Und ganz ehrlich... Wer will denn das? Wer will das? Und wer glaubt, dass sowas funktionieren kann? Ja, Lügenpolitik. Es ist halt Lügenpolitik. Und wer glaubt, dass sowas funktionieren kann? Es ist so ein Bullshit. Und vor allen Dingen... Ich will überhaupt nicht, dass Leute alles auf YouTube hochladen können und YouTube auf YouTube verhaftet. Denn, was wird passieren, wenn das wirklich so wäre? Und es ist ja noch schlimmer als das, weil es entsteht eine Doppelhaftung. YouTube ist haftbar dafür und du bist haftbar dafür. Beide sind dafür haftbar. So. Und wenn genug Leute dann denken... Nee, nee, nee. Und wir wissen, wir haben so Leute, so eine Fachmänner im Internet. Ähm... Und die gönnen sich mal den Spaß und laden dann... Aber tausende. Aber tausende und tausende und tausende sonst was. Copyright-Filme. Sonst was hoch. Ähm... Obwohl die Filme werden, glaub ich, von YouTube eh weggefiltert. Bei YouTube ist, glaub ich, ein schlechtes Beispiel. Die werden gefiltert. Aber die müssen ja nur... Spiegeln eigentlich. Die müssen ja nur gespiegelt werden. Oder sonst irgendwas. Es ist einfach... Es ist einfach... Und das Schlimmste, was mich am... Was mich am meisten ärgert auch... Das ist, dass du von den CDU-Parteimitgliedern, die das Ganze noch verteidigen... Einfach so viel geballte Dummheit hörst. Und das ist nicht mal... Das ist nicht mal bösartige Dummheit. Sondern es ist halt... Unwissenheit. Wenn man merkt, dass jemand versucht, der sich mit Themen nicht auskennt. Ja? Und der versucht dann aber fachmännisch dazu zu klingen. Und sagt aber, was völlig falsch ist und was völlig abstrus ist. Und beharrt dann aber noch vehement auf seiner Meinung. Weil, wenn du dem mit Fakten kommst... Dann bist du nämlich von den... Von den IT-Giganten. Bist du gekauft. Oder beeinflusst oder was auch immer. Man kann sich's nicht ausdenken. Du kannst Leuten nicht... Du kannst Leuten einfach nicht mit Fakten kommen. Und die sagen einfach wie Axel Voss in den Mails. Fake News. Fake News. Alter, Fake News. Alter, ey. Ich fass mir an den Kopf. Es ärgert mich einfach so maßlos. Wie unverschämt und dreist. Und jeder weiß einfach, was für ein Arsch du bist. Was für ein gekaufter Arsch du bist. Und es ist dir einfach scheißegal. Du musst einen Fick auf alles. Axel Voss... Ist der Troll. Er ist der Troll. Alle Gmail-Konten sind Bots. Das fand ich fast schon süß. So, dass du denkst, dass Google ihm die Mail schreibt. Weißt du? Dass Google ihm dann automatisierte Mail schreibt. Das fand ich schon... Das fand ich fast schon süß. Weißt du so? Oh Mensch, oh. Oh, du bist auch schon im Internet. Oh. Ach, ja. Es gibt immer noch den Passus, dass es verhältnismäßig sein muss. Ja, lieber Daniel Dumni-Dum. Das Problem an Artikel 13 ist das Problem wie bei allem. Oder bei sehr vielen Artikeln. Es ist bewusst schwammig formuliert. Es gibt keine Anhaltspunkte. Obwohl, es gibt ab drei Jahre. Das ist der Anhaltspunkt. Nach drei Jahren. Aber danach ist alles schwammig gehalten. Was heißt das dann? Und im schlimmsten Fall bist du am Arsch. Verhältnismäßig. So. Hm. 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 Was hältst du von einem anderen Wahlrecht, dass jüngere Weihastimmen mehr Gewicht haben als ältere, da sie länger bei den Auswirkungen leben müssen? Ist auch nicht richtig. Ist eigentlich auch nicht richtig. Das Problem ist ein anderes. Das Problem ist einfach eine, in diesem Fall vor allen Dingen eine gezielte Desinformation des Volkes. Und vor allen Dingen das größte Problem, was ich sehe, ist, ich möchte mich eigentlich, ja, als Bürger, möchte ich mich in einem Land einfach darauf verlassen, dass die Politik im besten Sinne für das Land handelt. So, darauf möchte ich mich als Bürger verlassen können. Das möchte ich gerne. Das Gefühl haben viele schon länger nicht mehr. Weißt du, ich bin, ich bin aufgewachsen in den 80ern, 90ern. Da bin ich aufgewachsen. Gut, da kannte ich mich nicht so mit Politik aus und keine Ahnung. Will ich auch gar nicht. Ich will mich gar nicht damit. Gut, dafür halten wir noch Politiker. Dafür, dass die sich mit Politik auskennen. Verstehst du? Ich muss doch auch nicht, wenn ich, wenn ich ein Busticket kaufe, muss ich auch nicht wissen, wie man den Bus fährt. Das will ich nicht. Das interessiert mich nicht. Das macht der Busfahrer. Der kennt auch die Strecke. Die Politikverdrossenheit nimmt dadurch zu, das ist nicht gut. Ja, das ist richtig. Das ist leider richtig. Das ist absolut richtig. Was will YouTube gegen Artikel 13 unternehmen, falls es durchgeführt wird? Wenn es durchgeführt wird, können die nichts dagegen unternehmen. YouTube hat bereits einen Upload-Filter. YouTuber bekomme Existenzängste. Ich bekomme überhaupt keine Existenzangst. Warum sollte ich? Ich habe damals, als ich angefangen habe, ich habe das schon tausendmal erzählt. Ich erzähle jetzt noch zum tausendhersten Mal. Wir haben damals noch, wir waren damals in der Grauzone. Wir mussten damals noch um Erlaubnis fragen, ob wir die Spiele let's playen dürfen. Heute werden wir teilweise dafür bezahlt. Von den Publishern. Wir kriegen diese Rechte. Wir kriegen diese Erlaubnis. Da hat keiner von uns Existenzängste. Also zumindest die Let's Player. Ich weiß nicht, wie es bei anderen ist. Da kenne ich mich halt auch nicht aus. Aber es geht eben nicht um YouTube. Verstehst du? Es geht nicht um YouTube. Und YouTube hat eben diesen Upload, diesen Content-Filter hat YouTube schon. Und Leute, die dann schreiben, Ja, die YouTuber haben Angst um ihr Geld. Oh, schön YouTube-Money. Das sind leider die Leute, die am wenigsten Ahnung haben. Und einfach nur gerne mal was mitgrölen wollen. Und das sind die Leute, die jetzt auf Twitter schreiben, 50.000 Tweets haben, aber nicht wissen, dass Twitter davon auch betroffen ist, weil auf Twitter jeden Tag dauernd tausende, aber tausende von Bilder und Clips geteilt werden. So, also Twitter ist davon sowas von betroffen und Twitter hat überhaupt keinen Filter. Überhaupt keinen Filter. Hm. Spielt das Gesetz nicht auch YouTube in die Tasche, weil sie den Filter weiterverkaufen könnten? Habe ich schon, glaube ich, am Anfang des Streams gesagt. Wenn Google einfach sagt, okay, wir haben den Filter, wir geben den einfach raus. Nutzt den doch oder lizenziert den gerne gegen einen gewissen Obolus im Monat. Let's go. Kann ja auch sein. Und wer verdient dann daran? Google. Aber nicht Axel Springer. Und nicht Bertelsmann. Die fliegen bei Google News raus und verlieren ihre Views, also ihre Klicks. Hm. Und die fliegen aus dem Google-Index. Hm. 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 Ja. Wieso Politikverdrossenheit? Es findet im Moment ja das Gegenteil statt. Die Leute gehen wieder auf die Straße. Wie gut ist das denn? War Lomat, hast du theoretisch recht. Aber das Problem ist, wenn du einfach merkst, dass Leute sich einen Scheiß dafür interessieren und einfach ihr eigenes Ding durchdrücken wollen. Darum ging's, glaube ich. Also wenn ihr so was unterstützt, wenn ihr unterstützen wollt, ja, aber zum Beispiel nicht zur Demo kommen könnt, ähm, was man zum Beispiel machen kann, ähm, ist dieses Thema, ich weiß nicht, wie es auf Facebook aussieht, gerade mit dem Thema, weil ich bin schon eh nie mal auf Facebook gewesen, aber ihr könnt das auch auf andere Plattformen tragen, wo ihr halt aktiv seid. Ja, nicht nur auf Twitter und nicht nur auf YouTube, da gibt's ja, da gibt's ja schon viel, sondern auch auf anderen Plattformen. Auf anderen Plattformen kommunizieren, posten, groß machen, wie auch immer. Und mit Leuten diskutieren. Nicht beleidigen, ja, nicht anschreien, nicht sonst irgendwas. Manchmal ist es schwer, ruhig zu bleiben, aber einfach erklären. Einfach ruhig bleiben und erklären. Äh, Valendia, das ist falsch. In der Theorie muss Twitter einfach nur deine genauen Personaldaten erfassen, sodass sie potenzielle Gesetzesbrecher ausliefern können. Nein! 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 Das muss jetzt schon passieren. Das muss jetzt schon passieren, bei Copyright-Brüchen zum Beispiel. Ähm, aber es geht darum, dass die Plattformen haftbar gemacht werden. Du bist sowieso haftbar. Wenn du was verteilst, irgendwas Illegales, bist du haftbar dafür. Wenn die Polizei sich meldet bei Twitter, dann gibt Twitter die Sachen auch raus. Dazu sind diese verpflichtet und das machen die auch. Und ich glaube, ich glaube, es ist gerade wichtig, das Thema mehr auf Facebook auch zu bringen, weil bei Facebook, die, hört sich doof an, aber Facebook ist inzwischen etwas gealtert. Die Jungen sind weitergezogen, auf Facebook sind die Älteren. Ähm, und es ist, glaube ich, sehr, sehr wichtig, das Thema auf Facebook auch zu tragen. Discord ist davon, glaube ich, nicht betroffen. Also, weiß ich nicht, ehrlich gesagt. Man weiß, man weiß eben, so. Das sind zu wenige Sachen. Also, am 23.03. werden wir, glaube ich, mehr sein. Und vor allem, die Köln-Demo hat ja auch schon was bewirkt. Die hat schon was bewirkt. Und die war auch so spontan. Ja, ich gehe schlafen. Ich muss schlafen. Ich muss morgen auch auf die Beine kommen. Das stimmt. Hast du recht. in der Regel sollte Discord davon betroffen sein. Aber Discord ist, glaube ich, nicht primär für Uploads da. Und ich glaube, das ist eine Klausel da drin, dass die Seite oder... Discord ist ja auch keine Seite, übrigens. Milka Goff, danke schön. Und neue Wohnung einrichten. Cool. Schlaucht, aber lohnt sich. Ist immer was Schönes. Ne, ich glaube, es gibt diese Klausel, dass die Plattform primär für User-Content da sein muss. Natürlich heißt es nicht so, weil das ein Fachbegriff ist, aber irgendwie so heißt es da drin. Und Discord ist, glaube ich, sowas nicht. Bin ich mir nicht sicher. Aber vielleicht kann man das so drehen, weil es ein Chat ist, der von Usern geführt wird. Kann man vielleicht so drehen. Hast du recht. Ist wahrscheinlich wie beim Forum. Discord ist eine Kommunikationsplattform. Ist Twitter allerdings auch. Also im Grunde genommen, ich glaube nein. Puh. Richtig, morgen keine Autogramme, keine Fotos. Bitte nicht böse sein, aber da geht es um Wichtigeres. Das ist sehr, sehr wichtig für eigentlich für alle von uns, die wir heute hier sind. Morgen ist in Köln eine Demo. Bei uns ist der Tageszeitung-Zusteller gefeuert worden, weil er neben der Zeitung an alle Haushalte auch einen Flyer mit Infos zu Artikel 13 und Safe-Your-Internet-Verweisungen. Was? Hm. Hm. So, Freunde. Ich hau mich hin, nicht böse sein Jetzt haben wir doch länger drüber, jetzt haben wir doch wieder drüber gequatscht, jetzt haben wir doch wieder drüber gequatscht, verdammt Ich weiß noch nicht, ob ich morgen Livestream mache von der Demo aus, das weiß ich noch nicht, ich kann noch nix sagen Toll finde ich auch, wie schwammig alles formuliert ist, das Tollste ist ja, dass niemand daran interessiert ist, wie man es umsetzt Das interessiert niemanden Ja Ja Jeder, jeder Bundesbürger wird verpflichtet Cyborg Beine zu haben, wie das umgesetzt wird ist mir egal Hauptsache steht da drin, wir machen das jetzt so und wer nicht, wer nicht, der kriegt eine extra Steuer für biologische Beine Ja Ja, wie das mit Streams ist weiß ich generell nicht, wie man sowas bei Streams Wie man Streams dann Ich meine gerade, wenn ich, wenn ich hier auf Twitch rumgucke und da, da gucken Leute Southpark in den Streams Irgendwelche Spanier oder Russen gucken Southpark in den Streams Wie funktioniert das dann, wenn das in, wenn ich als Deutscher da zugucke? Was ich nicht mache, weil Spanisch Southpark verstehe ich eh nicht, aber Hm Gutes Vergleich mit dem Flieger Du musst nicht fliegen, aber wir treffen uns in 6 Stunden in New York Hm Ja Wie du hinkommst ist mir egal So, Freunde 20 Stunden Delay Stream Ja, aber wirklich Oh wei oh wei oh wei oh wei Problem ist doch auch, dass es heißt, die Plattform soll im Vorfeld die Lizenzen besorgen Wie soll das funktionieren? Wenn ich irgendwas hochlade, wenn irgendein User irgendwas hochlädt Kannst du dir als, du kannst im Vorfeld Für alle Werke, die jemals in der Menschheitsgeschichte existiert haben Es ist völlig unmöglich Es ist unmöglich Ja, das ist uns egal Das ist uns egal, wir beschließen das einfach Ähm So, falls ihr das bis morgen nicht schafft In Köln und so weiter Am 23.03. ist die Großdemo in Berlin Am 23.03. das ist das wichtigste Datum Da ist die Großdemo in Berlin Also wenn ihr da irgendwie ne Also Wenn ihr Selber euch da auch stark machen wollt Und wenn ihr da könnt Gerne herzlich eingeladen natürlich Und ich wünschte genau wie ihr Das wäre alles nicht nötig Ich wünschte genau wie ihr Ich müsste darüber auch nicht reden Oder das wäre überhaupt nicht Thema Ich könnte auf Twitter einfach wieder nur Quatsch schreiben Und wir hätten das Thema im Stream nicht Es, ja Vor allem, wie soll ich am Filter erklären, dass ich der Urheber bin Wenn ich was hochlade Ja gut, wenn du vorher nicht Wenn er das erkennt, aber das Problem hat man ja heute schon Das Musikstücke einfach fremderkannt werden Das Problem ist ja heute Achja, 23.03. genau Ist EU-Demo Genau, genau, genau Ist EU-Demo Entschuldigung Es ist EU-Demo In Hamburg ist eine und so weiter Aber man hofft, dass in Berlin dann die größte ist Dass sich da am meisten zusammen raffen So rum In Koblenz gibt's auch eine Ja Also es gibt sehr viele Demos am 23.03. Entschuldigung Das Problem sind die Medien eigentlich dazu da, die Politik zu kritisieren und nicht Teil der Regierung zu sein Lieber Big Jam, das hast du sehr sehr gut geschrieben sogar Das ist absolut richtig Ach, Mann ey So, Freunde Entschuldigung, wenn ich jetzt mit dem Thema Beende Das tut mir wirklich leid Es wird sich bald wieder ändern Nimmst du morgen Rauchbomben und Pyrotechnik mit? Äh, das glaubst du selber nicht Äh, bitte nimm sowas nicht mit Sei doch nicht doof Gut, Freunde Fleißig Schild bemalt, das mach ich jetzt nämlich Ich werd jetzt den Stream einlesen Schild malen Stream in den Renderprozess schmeißen Und dann werd ich mal ganz schnell in die Haier gehen Ich geh jetzt Alles klar Gut Freunde Ich schalte mal kurz auf Wo ist denn der? Äh Den hier Ich schalte mal kurz schon mal um Auf den hier Dann viel wieder fürs Zuschauen Viel wieder fürs Dabeisein Ja, wir machen heute mal ein bisschen kürzer Nicht böse sein Weil ihr wisst Bescheid So, vielen, vielen Dank fürs Dabeisein Und vielen, vielen Dank fürs Unterstützen Und Vielleicht Ich kann noch nicht versprechen Vielleicht sehen wir uns ja Am Sonntag zum Kaffeekranz Ja, vielleicht Ich kann aber nix versprechen Vielleicht spielen wir da Ich würd dann da noch Subnautica ein Ründchen spielen Weil das Scheinbar ja doch ein ganz ordentliches Spiel geworden ist Da sind Sachen drin, die gab's früher gar nicht Wie zum Beispiel fast alles So Vielen, vielen Dank nochmal Äh, fürs Dabeisein Einen wunderschönen Freitagabend Bitte nicht böse sein, dass wir jetzt schon aufhören Nächstes Mal machen wir da pünktlich bis zwei Ihr wisst Bescheid So, jetzt aber Äh Achso, ich hab jetzt hier noch Ne, komm, wir beenden heute mal mit dieser Musik, oder? Weil heute Das Ende war jetzt Von diesem durchwachsenen Thema Da möchte ich nicht die schönen Lieder Möchte ich dafür nicht Hergeben Für dieses Thema Ist das okay? Nicht böse sein Wir machen aber nächstes Mal wieder Nächstes Mal machen wir wieder richtig Da ist wieder, da ist wieder Ne, und so Dann machen wir das So, vielen, vielen Dank auf jeden Fall nochmal Ganz, ganz liebe Grüße Und äh Vielleicht bis morgen Und ansonsten Vielleicht bis Sonntag Und aller spätestens Bis Freitag So Ich muss mal ganz kurz eben, äh Ich mach mal hier dann bisschen lauter So So Danke euch Kommt gut nach Hause Habt ein schönes Wochenende Und lasst euch nicht ärgern Immer den Kopf oben halten Es geht immer irgendwie weiter Immer Komme was wolle Tschüss Tschö Tüdüdü Vielen Dank. Vielen Dank. Wie lange gehen diese Lieder eigentlich? Ich weiß es gar nicht. Der Zeben-Stunden-Abschieds-Track. Ich weiß es gar nicht. Nicht vergessen. Das Internet für heute ist vorbei. Könnt Rechner ruhig ausmachen. Und Strom sparen. Schön Strom sparen. Ist eh kein Bio-Strom. Ist alles aus Kohle- und Diesel-Generatoren. So. Vielen Dank nochmal fürs Zuschauen. Vielen Dank fürs dabei sein. Und vielleicht, wie gesagt, wir sehen uns eventuell hoffentlich am Sonntag. Ich weiß noch nicht genau. Jetzt erstmal tschausen, bin rausen. Tschüsschen und küsschen aufs Nüsschen. Tschüss. 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 Alles klar. Jetzt mach ich das Mikro aus. So. Mikrofon aus. So. Jetzt nochmal. Tschüsschen. Macht's gut. Und immer schön senkrecht. Ist das richtig? Senkrecht bleiben. Ist das richtig? Senkrecht ist jetzt richtig, ne? Waagerecht ist liegend. Senkrecht ist... Ja, das müsste passen. Ja, immer schön senkrecht bleiben. So. Jetzt aber Mikrofon aus. Ich muss Schilder malen. Tschüss. Tschüss. Tschüss.